Machen wir hier ohne technischen Chef heute. Geht das? Ja, das geht. Ich habe alles erklärt gekriegt. Hast du den jetzt schon online? Jetzt gleich, ja. Da hat er eine Verzögerung gemacht. In 3, 2, 1. Lass doch schon mal die Box hier aufmachen. Darf ich die mal aufmachen? Aber klar. Das ist eine falsche Sendung. Ist die Ali-Cam auch mit an? Die Ali-Cam ist aus. Auf dem Kanal. So, wir sind da. Da sind wir. Hallo, moin. Hallo. Ton aus. Hi. Bisschen verspätet, aber da sind wir. Hallo, moin. Wir müssen uns erst noch mit den Regeln ein bisschen vertrauen. Ali hat den Chat schon unterhalten hier. Sehr gut. Aber gut, was ist los? Ob ist das auch falsch? So, mach sie bestimmt noch einen Kaffee, hat er nie gesagt. Kaffee, das ist gut. So, ich glaube... Machst du nicht was? Nein. Ne, die Cam unten ist aus. Die ist leider aber drin, aber das müssen wir so lassen. Da kann ich jetzt, das kann ich jetzt nicht... Welche Cam, ne? Ja. Die hier unten. Ist das die? Ja. Wenn wir da was ändern sollen, wird sich da bestimmt noch jemand einschneiden. Bei einer Anleitung, wie du spielen musst. Spielen als Bot, gell. Spielen als Bot. Eure Video-Cover-Bilder werden auch immer besser. Ganz so abend. So. Benjamin Dierks, moin. Tom, Nutrienzet, Markus, Michael, Glück auf. Glück auf. Mal spielen. Doktor Adbas. Was? Da sind ja alle da. Tino, hi. Die letzte Zeit wieder unter jedem Video von VPS, was für ein Lappen. Ach so, der eine da, ja. Keine Ahnung. Gibt's. Das gibt's. Hi Gunnar. Ich verstehe nur nicht, warum hier immer noch warten steht. Aber ihr hört und seht uns. Das wär interessant zu wissen. Eigentlich müsste alles gehen. Jupp. 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 Klingt gut. Wir spielen. Ich muss noch jetzt. Churchill. Haben gerade noch mal ein bisschen die Regeln durchgekaut. Warst du auch schon wieder ein bisschen her, das letzte Spiel? Lange her. Ja. Drei, vier Monate bestimmt. Boah, länger. Länger. Weißt du länger? Ja. Ja. Bestimmt. Würde ich auch sagen. Das kann sein, dass ich... Ich weiß nicht mehr um die Gucken. Ja. Ja. Kann sein. Ich glaub ich hatte ihn... Viel zu selten auf den Tisch. Ja. Das ist... Blöd. Also wirklich gut. Zumindest das letzte Mal hat's mir total gut gefallen. Ich bin gespannt, wie wir diesmal abschließen. Ja. Genau. Mirkos Churchill, Jochen des Stalin. Ich bin Roosevelt. Und es geht drum, wir erklären einfach mal kurz. Bild und Ton ist perfekt. Wir hören und sehen. Das ist gut. So wollen wir das. So wollen wir das. Wir machen einfach mal eine kurze Erklärung. Ich glaub eine ganz kleine Erklärung von allen Fützlichkeiten ist ein bisschen schwierig. Oder beziehungsweise machen wir das dann, wenn es das erste Mal kommt. Genau. So einen groben Überblick wäre nicht schlecht. Genau. Den machen wir. Zug beginnt immer mit einer Konferenzphase. Wir spielen das Tournament Szenario. Das heißt wir spielen Konferenz 6 bis 10. Stehen kurz vorm D-Day. Bauen wir gleich alles auf. Und also nicht alle 10 Konferenzen. Und es wird ja auch allgemein gesagt, dass Konferenz 6 bis 10 so die Essenz des Spiels ist eigentlich. Und dementsprechend machen wir das auch so. Im ersten Teil einer Konferenz wird immer verhandelt über verschiedene Themen. Das sind die Themen, die es gibt. Es wird ausgespielt per Karte, wer die Tagesordnung festsetzt bzw. startet. Also wenn jetzt zum Beispiel ich eine 3 ausspielen würde, wenn jetzt hier eine Karte ausspielen würde, das ist einfach nur die Tagesordnung. Ich habe zufällig eine 5. Das heißt die Russen bestimmen. Dann würde der entsprechende Issue auf die Differenz der niedrigsten zur höchsten Karte kommen. Das heißt das was du dir aussuchst, das ist auf jeden Fall erstmal schon mal ein Thema. Das ist schon mal ein Thema. Danach suche ich mir zwei Themen aus. Mirko suche sich zwei Themen aus. Beziehungsweise Rosewood und Churchill. Und danach Stalin. Wie wollen wir uns dann nennen. Wie heißt du eigentlich? Und die einzelnen Themen werden dann debattiert. Äh debattiert. 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 Demoliert. Demoliert. Indem derjenige da dran ist. Eine Karte ausspielt. Und sagt zum Beispiel jetzt liegt hier in der Mitte. Liegt Directed Offense für die Russen. Ich möchte diesen hier spielen. Franklin Roosevelt. Das wäre der Leader. Wenn ich einen Leader spiele, kann das nur ein anderer Leader debattieren. Genau. Das heißt ich würde direkt den mit sieben hier über den Stuhl kriegen. Habe ich meinen Leader immer automatisch mit? Es sei denn er ist unabkömmlich aufgrund von Geschichten aus der letzten Konferenz. Okay. Das heißt ich habe auf jeden Fall mit Churchill dabei. Und wenn du jetzt das Ding da hochdrücken willst dann sag ich, ah warte mal. Genau. Könntest du mit Churchill mit sieben dagegen gehen. Aber nur mit Churchill oder mit Stalin. Die haben alle sieben. Die Führer haben alle sieben. Du musst doch noch sagen, dass in dem Moment, wo man drüber ist, ist das Thema eigentlich sicher. Eigentlich sicher. Man hat aber noch die Chance eine Karte dagegen zu spielen. Müsste sich natürlich jemand jetzt entschließen auch einen Leader raus zu hauen, der da nicht mehr eingesetzt werden kann. Oder mit einem anderen Beispiel. Dann hat man so einen Effekt. Wenn der Zweite streiten vor sich der Dritte wahrscheinlich. Dann wäre der eine noch der einzig übergesiegene. Genau. Und wenn ich aber jetzt nur noch fünf spielen würde, würde der hier landen. Stimmt. Und ich muss ja jedes Mal würfeln, wenn ich ihn einsetze. Mhm. Ob er nicht einen ganzen Fall kriegt und für die nächste Konferenz ausfällt. Genau. Oh. Wenn ich jetzt aber den Fünfer hier nur spiele, den Henry Stimson. Dann hat Mirko ganz normal die Chance einfach als nächster Spieler in einem Uhrzeigersinn die Karte zu debattieren. Dann spiele ich mal Ernest Barron. Fünf dagegen. Das heißt er würde wieder in der Mitte landen. Dadurch, dass Mirko jetzt außer der Reihe quasi eine Karte gespielt hat, würde er einen Passmarker kriegen. Da gibt es einen von. Und nur dann kann er passen, wenn er wieder aktiver Spieler ist. Und die alte Reihenfolge wieder. Die alte Kartenmenge wieder herzustellen. Weil das ist fatal, wenn man am Ende dasteht und nur noch zwei. Ja. Also die anderen können noch zwei Karten spielen und man selber nicht mehr. Also das ist der Untergang eigentlich. Weil dann die letzten Themen halt nur noch einsetzt. Genau. Oder die alles weggezogen wird. Ja oder so genau. Und denn am Ende, wenn alles verhandelt ist, wird geguckt, wer so eine Konferenz gewinnt. Und das ist einfach der, der die meisten Themen für sich entschieden hat. Es liegen immer sieben bis acht Themen in der Regel aus. Und wenn wir gewinnen, also US, UK, würde... Es steht in einer Reihe. Es steht in einer Reihe. Es steht in einer Reihe. Es ist alles. Okay. Alles gut. Wir sind deine Freunde. Du bekommst auch immer mehr, wenn du gewinnen. Du kriegst mehr Siegpunkte, wenn du eine Konferenz gewinnst. Fünf. Ich habe keinen einzigen Punkt gekriegt. Ich habe das mal über Präferenzen, weil ihr euch sehr einig wart. Wie ist das hier drin bei so einem Thema, was halt ausgelöst wird, wenn es in der Tischmitte liegt? Global war es glaube ich, ne? Ne, global nicht. Das sind die beiden hier. Second Front und US. Genau. Ich will noch nicht, dass eine Second Front zustande kommt. Deswegen drücke ich das immer wieder irgendwo zu mir rüber. Genau. Ist es jetzt trotzdem eins, der zu meinen zählt nachher? Anzahl der Entschiedenen? Also sagen wir mal... Ja, warte. Von der Logik her würde ich sagen nein. Das wäre nachher so. Über der Kamin. Das ist schlimm, das haben wir gar nicht... So hätte ich zum Beispiel die meisten ja entschieden. Ja. Aber das ist ja eins von denen, die damit nicht entschieden sind. Also wo die Entscheidung ist, da passiert erstmal nichts. Ist das auch eine Entscheidung? Also... Diese armen Zuschauer verstehen wahrscheinlich gerade nur Bahnhof. Und das ist so ein Thema hier, das ist praktisch hier der D-Day, der nur ausgelöst ist, wenn sich praktisch alle Konferenzteilnehmer einig sind. Der muss in der Mitte liegen. Ja. Es kann aber Gründe geben, die dafür sprechen, dass wir halt den D-Day noch nicht auslösen. Genau. Also ich meine die zählen da nicht rein würden. Da sind ja keine Themen, die entschieden werden. Steht tatsächlich nicht drin, aber... Von der Logik her macht es keinen Sinn. Das sieht auch so. Floppy, hi. Hallo. Weedstore, hi. Wollt ihr Mirko die Ellie-Cam nicht? Das hat er noch nicht gefragt. Haben wir noch gar nicht drüber gelegt. Möchtest du die in Gang bringen? Kann ich ja so. Die kannst du einfach ranholen, die anstellen. Die ist schon mal zu sehen, ich muss schon mal gucken. Und dann irgendwie... Auf den... Einfach auf den Tisch zoomen, stimmt. Das können wir noch mal machen. Die war jetzt so mit Regeln beschäftigt. Also das wir auch hinkriegen, tut das alles, ne? Das kann nicht. Ja. Du musst das irgendwo einschalten, ne? Wo war denn der Einschalter da hinten? Ne. An der anderen Seite ist der, das ist ein Schieber. Über dem Display. Da. Kamera. Kamera oder Media? Kamera. So. Das ist gerade noch nicht... Keine Speicherkarte. Ist das schlimm? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, das ist ja nicht. Und da muss man sich daran ins Bild gerückt werden, oder? Ah, okay. Jetzt ist das Bild da. Jetzt musst du ja eigentlich nur... Ich muss hier nur irgendwelche lustigen Dinge tun. Ich kann erstmal in deine Richtung hier... Ich sehe hier auch das Bild auf dem... Kannst du auch noch ein bisschen dichter an den Tisch ziehen, sonst ist das Stativ. Das ist die Frage, was hier Interessantes hier zu sehen ist. Kleinen Vorrat vielleicht hier. Die Karten mal, oder so, ne? Wollte ich hier vielleicht sehen, was ich da so für Karten... Genau. Wunderbar. Oder was ich hier dran... Scheißenspiele und so. Das Spiel um Spiel. Das Spiel um Spiel. Dosen werfen. Genau. Global Issues haben wir eben. Die müssen am Ende, damit sie ausgeführt werden, eben auf dem Tisch liegen. Äh, auf dem Mittelpunkt des Tisches liegen. Dann werden... Dann trifft ihr wieder die Second Front. Ein Second Front ist in dem Fall der D-Day. Und die USA, die Clair's War und Japan ist... Das sind die Frontmarker, ne? Ja, genau. Ich glaube, du fängst gleich schon hier an. Wir fangen ja mit Konferenz 6 an. Aber die Claire startet erst, wenn du die Manchurei anmarschierst. Ah, okay. Okay. So, dann wird alles abgearbeitet. Und zwar der Reihe nach alles, was entschieden wurde. Warface, Konstanzface, da haben wir sie. Hi Flo und Alina, hallo. Wir können ja sonst auch die erste Runde das gleich ganz ruhig durchgehen. Wenn du das jetzt alles erzählst... Können wir auch machen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das besser. Das ist eine gute Idee. Wollen wir das so machen? Bevor ich jetzt alles nochmal Schritt für Schritt durchgehe, spielen wir die Runde und... Ich weiß schon nicht mehr, was das hier war. Strategic Materials, das sind die hier. Das ist ein zusätzlicher Produktionsmarker. Den kriegst du über dieses... Diese Conference Issue. Wir können ja jetzt auch beim Aufbauen... Das kriegt der erzählen, was die machen. Ja, und auch überhaupt erklären, was das ist. Wir werden ja auch hier diese Marker legen müssen. Genau. Wir müssen jetzt einfach mal... Es gibt von jeder Konferenz 3, damit die Voraussetzungen immer ein bisschen anders sind. Mischen und dann die 6 nach oben sozusagen. Genau, aber von hier dann nur eine Karte ziehen praktisch. Die Küche. Ja. Ich fange aber unten mal. Auch Schau. Kann ich nicht. Sehr gut. Fuchs. Fuchs. Ich hab' die Karte wegen Gesicht. Lassen wir uns immer. Ja. Sofort. Werden ja irgendwie Augen zu machen können. Das ist schon so oft gespielt, haben wir Henning sofort. Henning Brettspieler, moin. Hallo. Hi. Hallo. So. Wir kommen raus. Ich weiß nicht, ob du irgendwo Platz hast. Ich schließe die hier hin. So, genau. Es wird die erste Konferenz aufgedeckt. London. Juni 44. Also relativ weit vorne. Genau. Muss ich nicht weit fahren. Stimmt. Stimmt. Ich komme auch gerne mal in die Kolonie. Und. Nee, das ist falsch geworden. So. Ach, ist das auch. Was ist jetzt wie aufgefallen? Ist auch davon abhängig welche Karte gezogen, ne? Oder gibt's nicht fürs Szenario? Nein, nein. Es gibt eine Startaufstellung. Ja. So. Und wir fangen jetzt an. Setup. Arrange the five conference cards in the historical order. Beginnst du es jetzt leader card. Each pair beginst du es leader card. Twenty one cards. Death deck. Place all global issue markers haben wir auch. 0 Siegpunkte. Genau. Siegpunkte. Das haben wir letztes Mal gesagt. Wollten wir mal markieren, ne? Lieber. Also 0. 0. Das ist ja ein Spiel, wo man am Ende auch nicht zu deutlich gewinnen kann. Weil man dann wieder verliert, ne? Ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert. Der Stand soll nicht zu hoch sein. Achso. Das ist der 10er. Das ist klar. Das lassen wir mal verdeckt gemacht, ne? Das haben wir erst kurz gesehen, wieviel wir hatten. Kann das böse erwachen. Was ist böse? Churchill hat die Welt regiert. Ja, aber was wird denn empfohlen? Das so zu machen oder verdeckt? Empfohlen wird es eigentlich gar nicht. Irgendwie einfach wie man es will. Also ich finde es übersichtlicher, wenn man es tatsächlich weiß. Also sieben Karten ziehen oder was, ne? So. Man muss halt daran denken, dass man es immer mitzieht, ne? Und abzieht. Wie bei Hand to the Stars neulich, ne? Ja, genau. So. Western Front. Bolero. Also die Front. Da. US führt die Western Front an und befindet sich in Bolero. Und es sind fünf Naval Marker im Western Theater. Ah, das heißt wir könnten hier in Normandie. Genau. Wir müssen eine bestimmte Flottenstärke da haben, um überhaupt hier vorwürgen zu sein. Genau. Amphibische Felder nur mit drei Schiffen. Das sind amphibische Felder? Genau. Aber beim D-Day ist es anders. Das ist eine besondere Situation. Da müssen fünf da hin. Und das sind auch so jetzt? Genau. Das sind fünf Schiffe. Die sind schon da. Kann man sich verlieren durch irgendwas? Ah, hier eigentlich nicht. Die haben ja auch eine... Die haben eine Marine. Ja, dadurch kannst du sie verlieren. Aber sonst, das ist relativ unwahrscheinlich, dass da viel passiert. Du musst mal schnell in D-Day herbeiführen oder halt... Oder auch nicht. Oder nicht. Schauen wir mal. Ja, ja, ja. Wie kommt man? Mediterranean Front. UK führt da. Ja. Und zwar in Southern Italy. Southern Italy. Ja. Dadurch ist der italienische Army-Block auch schon raus aus dem Spiel. Sehr schön. Ja. Und drei Naval Support. Die müssen auch drin sein, damit wir da überhaupt willkommen sein können. Was denn? Die müssen auch drin sein, damit wir überhaupt da sein können. Genau. Nee. Dump Street. Ah. Oh. Oh. Ja, doof. Falsch rum, ne? Ja. Ist nicht gut. Das finde ich auch. Arctic Theater. 0. Da musst du deine drei Schiffe reinkriegen für Produktion. Deine drei Schiffe. Ja. Drei von deinen Schiffen. Ja. CBI. Schwarzmeierfleisch haben wir rumfahren. CBI Front. China, Burma, India. Das ist hier. Das UK der Lieder. Und steht in der Theaterbox. Ja. Oh. Ich hab noch nicht viel gemacht. Und hat auch keinen Naval Support. Warum? Eastern Front. Steht in Bielorussia. Weißrucksland. Genau. Und hat auch keinen Naval Support. Woher auch? Ja. Du machst auch nicht viel Sinn. Da hab ich die ukrainische Steffel gleich mit. Nee. Das ist auch nie selig irgendwie. Du musst die Wolga auch auffahren. Central Pacific Front. US. Caroline Islands. Da muss ich noch einen dritten. Und hat schon drei drin. Genau. Hi. Kaworu. Das wäre eine schöne Regel für Imperial. Wer mit mehr als drei Punkten Vorsprung gewinnt hat verloren. Das hat die ja zugesetzt Imperial, ne? Das ist wirklich hart. Das war auch zu heftig. Wir haben Imperial gespielt. Ich hab das kurz gesehen. Ich würde das gerne mal spielen. Toll. Ja. Aber du kannst hier mal komplett aus dem Spiel rausbauen. Ja. Wenn der nicht aufpasst. Ja. Boah. 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 Okay. Ich hab nichts gesagt. Hi Patrick. Hi Cabo. Oder hab ich schon gesagt, ne? Ja. CBI hatten wir. Feist Front. Feist. No More Home. Ja. No More Home bist du? No More Home. Wer ist du? Du. Äh du. Ja. 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 Aber ohne Naval Support. Brauchst du auch nicht. Central Pacific Front. Haben wir schon. Caroline Islands, ne? Ja. In South West Pacific Front bin ich in Papua New Guinea. Ui. Und habe ein 3er Naval Support. Mhm. 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 So sieht's aus. Clandestine Networks. US. Und das ist jetzt so geheimdienstliche Tätigkeiten. Einfluss. Geheimdienstliche Tätigkeiten. Das ist praktisch diese Untergrund-Netzwerke und so. Die bereiten praktisch dann vor Regime-Changes und Siegpunkte. Da habe ich zwar gesprochen, wie viel Siegpunkt ist man da für die einzelnen Einfluss. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Steht hier bestimmt irgendwo. Ich glaube du hast dann, das ist eine komplette Siegpunkt-Tabelle. Das ist nicht wenig. Das muss man bei jedem mal anders. Das muss man sich erstmal angucken. Das hier ist die Victory Point Schedule. Ja. Total übersichtlich. Ich hoffe du weißt worauf du spielen willst. Ja sicher. Gut. So. Ich habe einen in Frankreich. Einen Clandestine. Und einen. Noch einen. Noch einen. Ein Political Alignment habe ich da auch. So. In Czech habe ich ein Clandestine. 30 Punkte für jedes Land oder Colony Space mit Political Alignment. Also mit den Siam. Hast du da reingemacht? Da habe ich eine Kolonie aufgemacht. Auf den Dutch East Indies auch. In Vietnam auch. Ah. Es gibt noch einen Unterschied. An Laos, Cambodia auch. Einen Alignment Marker drin hast. Dann bekommst du drei Siegpunkte. Wenn du beides drin hast. Und wenn du keinen drin hast. Dann bekommst du ein Clandestine drin hast. Dann bekommst du einen Siegpunkt. Dann bekommst du auch noch so Sachen. Zwei Siegpunkte für UK zum Beispiel. Pro Colony Space. With no Clandestine Network. Da musst du die Ding also leer machen. Da muss keine von dir drin sein. Sondern du musst dich leer machen. Und die Amis vertreiben. Ja. Was ich jetzt erstmal falsch gemacht. Ich glaube da habe ich da massiv investiert oder Einfluss zu haben. Ich habe da gesehen. Deswegen hast du gar nicht so deutlich geworden. Es gibt ja gar keine Siegpunkte. Es war eigentlich echt mies, was du letztes Mal gespielt hast. Ja. Jetzt verstehen wir uns schon besser. Das finde ich so. Ich habe schon mal gesagt. Es ist ganz klar ein bisschen sperrig. Wenn das nicht ist. Dann bekommst du Siegpunkte. Wenn wir zum Beispiel. Wenn diese Front nicht bis dorthin vorrückt. Dann bekommen wir beide. Ja. Du musst bestimmte Sachen verhindern. Die dir unter Umständen historisch gesehen irgendwie nicht nützen. Oder auch. Sind Sachen nicht mehr vorbissen. Ja. Das musst du wissen. Ja. Ich finde das hat ja so ein bisschen Anspruch an der Simulation zu sein. Ja. Und das macht die Regeln natürlich. Natürlich. Natürlicherweise. Dadurch. Da muss sowas rein. Dann wird das halt ein bisschen fieselig. Ja. Eben. Das ist so. Das geht halt nur durch wiederholte Spielen. Wo waren wir denn? Die UK muss platzieren. In den Netherlands. Der liest noch gerade. Der liest gerade. Die Siegregeln. Die Siegregeln. Die Siegregeln. In den Netherlands kriegt er ja einen Clandestine und einen Public Alignment. Okay. Das macht immer schon. Das war schon? Nein. Nein. Er kriegt noch ein, zwei. Äh. 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 Belgien kriegt er noch einen. In Polen kriegt er einen. Das macht keinen Sinn. Das macht absolut Sinn. Äh. Ja. Verbündet, ne? Äh. In Griechenland kriegt er einen. Im Middle East kriegt er auch einen. Und im Persia kriegt er einen. Jo. So. Jetzt ist der Josef. Der Josef. Kriegt in den baltischen Staaten jeweils einen. Wie? Achso. Ich hab nur einen von denen hier. Ja. Ich auch. Ich würde sagen Bulgarien. Jugoslawien. 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 Ein. Äh. In Rum. Der kriegt auch beides sogar. Jugoslawien. Ist doch gut aufgestellt. Läuft. Ne. Rumänien ein. Und Bulgarien ein. Und die nette Regierung oder was? So. Other Markers. UK Marker in the European Theater Leadership. Genau. US Marker Pacific Leadership. A-Bomb Marker in the Oak Ridge Space. A-Bomb Marker. Wo ist der? Ja. Unsere A-Bomb Marker sind in Oak Ridge. Ja. Amt gleich. Ne das machen doch nur die Großmächte. Oh. Entschuldigung. Oh. USA-Bomb habe ich hier unter Wi prim? USA Bomb Marker in the Oak Ridge. Entschuldigung. USA Bomb Marker in the Oak Ridge. Uhh. USA Bomb Marker in the Oak Ridge. Manhattan Spire Ring in Letter to Roosevelt Space. Genau. We ren ănst hinter her. Second Front Issue in Center of the Conference Table. Земck Tower, SR . Das wird auf jeden Fall über den D-Day geregelt. Mhm. Und äh Italian Army Reserve und die German Navy sind raus. Also die German Navy ist auch raus. raus so viel zu unserer flotte märmelkanal die bleibt ja das ist die startaufstellung die bleiben hier doch schon oder sind die noch mal front? ja das kommt jetzt noch ne? ne es wird immer beim frontverlauf jetzt also wird eigentlich immer erst gemacht wenn der frontverlauf klar ist aber vielleicht übersichtlicher wenn man weiß was kommt oder dass die dinge automatisch fallen sobald die frontvorrücken oder was? ja da gibt es auch was das heißt auch wenn die deutschen hier nach vorne kommen geht das weg oder was? ja wenn die eigenen fronten das mit das die eigenen fronten vorrücken dann dürften doch der einfluss nach weg gehen oder ach so wenn ich hier vorrücke geht der grüne weg wahrscheinlich ja wollen wir die gegner jetzt schon so aufteilen dass wird man es jetzt in der ersten runde weiß was auf einen zukommt das ist ja nicht die faser nicht ne? soll ich die faser wird erst in der faser nicht ja wenn wir runde fünf auch schon gespielt hätten würden wir schon verstehen oder nicht? nein das wird jedes mal erst in der faser wo es ins weltgeschehen geht wir sitzen ja erst noch hier gemütlich in london wir haben einen fest den tee wer fängt denn eigentlich gleich an mit der debattierphase? ach so es ergibt sich ja durch die erste karte genau genau jetzt ist das debattieren und das haben wir ja soweit erklärt jetzt würde ich sagen gehen wir dann gleich durch was die antrenmarker machen second front war der d-day oh ja ein kaffee ussr hatten wir auch das ist dass du hier auf dem track aktiv wirst global issues aber dann ist das ja unwichtig jenis ne? ach ne der muss gespielt werden damit man schon rein kann oh ja gerne ja frohes neues jahr gleichfalls dankeschön toto affe nun kurz gucken hier floppy das war schleichend das geht nochmal um imperial plötzlich ging nix mehr hat mich dafür bei belford vorne weg schon gerecht ja ok stimmt so nochmal kaffee danke wie schaut es aus? churchill ist ja eher ein spiel für profis ich meine ein echter klopper wie ich das mal gehört habe ich glaube ich das war sogar bei dir chris es ist schon nicht ohne sag ich mal aber es geht ein es hat eine komplexität von zwei auf der gmt skala das finde ich auch ein bisschen untertrieben aber es ist nicht so wild wenn ihr so ein zwei runden zuguckt dann ist man da eigentlich ist man da so einen groben drin ja also es gibt schlimmeres kann man das schon ein bisschen verfolgen auf jeden fall ach solange ich churchill mit drin habe habe ich plus 1 ja das sind die nationalen fähigkeiten bei dir auch mit ja ich hab mir auch schon gesehen ja stalin die haben ja alle angst ne solange stalin mit am tisch sitzt das ist alle meine leute haben plus 1 oder wie imperial stuff stuff played during agenda segment plus 1 strength das verstehe ich auch nicht ja ja immer ich habe immer einen schlag ich habe immer einen mehr draufdrucken können solange er dabei ist solange er dabei ist aber stalin muss dabei sein ne das sind ja schnell die charakteristik ne 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 zählt nicht in der agenda phase deswegen die agenda phase ist die erste die erste ah ok das zählt es nicht die agenda phase ist die erste die wo wir eine karte wieder spielen und ich habe nur da nicht okay wenn die eine karte spielt die hat man auch um eine verhandlungsmachung das ist nur für das eine die ist dann weg nochmal die erste karte du spielst die ist weg die ist weg ich bringe nur was wenn es die stärkste ist weil dann alles ganz genau okay das ist natürlich auch interessant ja das ist sehr interessant weil man könnte sagen entweder ich riskiere das oder die anderen hauen was kleines rein um nicht was gutes zu verlieren dann schwupp hat der eine der was riskiert hat dann einen riesen schritt gemacht schon ja die production geschützt die will ich selbst deine eigenen wenn du deine eigenen gewinnt rettest du deine produktion ja quasi wenn ich sie gewinnt wenn ich meine produktion da ein wohlzieht und haben will wenn ich deine produktion aber ins spiel bringe ins gespräch sagen wir ne da geht es um die nackte produktion also wenn ich das gewinne kriege ich von dir eine produktion also wenn du das gewinnst US ist ja US dann kriegst du eine produktion von mir ok aber damit bekommt einheiten grundsätzlich ja das heißt wenn ich zwei themen aussuche kann ich sagen diese beiden themen hier möchte ich auf den tisch bringen ja und wenn ich glück habe dann sind sie noch bei mir und ich verfüge darüber oder sie landen bei bei josef dann landen werden wir unterscheiden oder bei dir dann hast du deine eigene produktion aber ich meine das ist egal also ich verliere ja nix dadurch doch du hast weniger produktion ich habe weniger produktion also ich habe zum beispiel jede runde sechs produktionen und wenn zwei davon bei dir lang habe ich vier und du zwei mehr ok also nicht alles klau von produktion das ist alles klar gut das andere sind die directed offensives ist auch noch wichtig wenn die kommen da sind auch flaggen drauf aber die kann auch jemand anders gewinnen also zum beispiel wenn ich jetzt den engländer gewinne dann sagst du du greifst hier an genau du greifst hier an das heißt dann muss ich meine dann muss ich eine zwei deiner produktionsmarker musst du investieren in diese front ja es ist halt wenn sie überschlossen wollen man darf sich übrigens will auch zu ermutigt man kann alles vorhanden es ist nichts binden man kann sie auch bedrohend steht drin also das ist alles drin also jetzt außerhalb der spielregeln ja ja also was heißt auch der spielregel ich zerkratze nicht das auto aber ja die attribute die die jeweils haben hier darf man die auch nutzen wenn man die als in der agenda fest gute frage das wollte ich mich gerade fragen noch mal bitte die die attribute die die haben darf man die auch nutzerin nur in der agenda phase er nur der in der debate phase ja wobei dass du das auf dem städtrat weißt finde ich besonders mir schwebte da gerade ein beispiel vor wo es die mittel anders eingefallen ich will dir mal die kleine spieler hilfe zeigen genau ich bin wirklich schon mit abgeschweckt hilfe hilfe was sind diese praktisch die einheit die du an die front legst das sind die einheiten alles klar welche hast du irgendwie noch entschuldigung was ist das hier das ist der titik material da kann man auch irgendwie das hat chris vorhin auch irgendwie beiseite geschoben dazu später keine keine attribute zehn alle nicht worum geht es was dazu später die haben wir doch unterhalten zwischen materials ist wer das gewinnt kriegt ein gratis oder ein bonus wo haben wir es ein bonus marker jeder hat so ein bonus marker für strategic materials da ist eine produktion mehr wenn die in der mitte des tisches landet kriegt jeder einen kann man sich einig wählen das ist der leadership das je nachdem wer in den theaters european oder pacific theater den leadership hat das können nur entweder die engländer oder die amis sein da gibt es bonus einheiten einfach dafür wer das gewinnt kriegt zwei bonus einheiten wer das führt kriegt einen der schon blau das ist egal okay das ist egal aber es kann sein dass ich den pacific gewinnt und sag mach du das mal oder auch nicht ich kriege wieder punkte production hatten wir directed offensive hatten wir auch poll mill das sind diese marker clandestine network also die underground marker die kriege ich das ist die zweite zahl die höhere zahl und die holz kubin zylinder sind die politische ausrichtung der länder und es läuft eigentlich mit abtauschen also wenn ich jetzt hier rein will wo im mittelis wo merkur ist muss ich zumindest einen erstmal ausgeben um den zu entfernen und wenn ich dann noch einen zweiten habe kann ich den reinlegen dann müssten wir vielleicht noch mal hier zu kommen weil das genau das hat direkt einen dass wir fast durch sind die front machen wir dann wenn sie dran ist genau das ist die grundsätzliche politische ausrichtung genau was sehr schön gemacht ist so die die jetzt für für stalin gut sind die sind dann auch genau räumlich in seiner nähe ja klar wobei das hier ist zum beispiel sphere of influence das heißt wir der westen der westen kann wenn wir sphere of influence haben nur im westen seine sein einfluss platzieren und der die sowjetunion nur im osten bestimmt kommt man jetzt gerade aber noch nicht abgearbeitet das wird sich in ganz vielen gefällen dann für dich auf jeden Fall serviert genau das war auch ein bonus für mich genau wenn wir bei free europe sind dann darf jeder überall also der russe darf dann auch oder die sowjets dürfen auch in frankreich zum beispiel ihren einfluss gelten haben ganz genau wenn es hier ist dann genau was wichtig ist wenn er einmal da weg ist geht er nie wieder zurück das ist eine 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 entscheidung die das spiel grundlegend verändert und auch so bleibt es kann ja wieder zurückgehen es kann ja von wir haben jetzt auch free europe aber geht nicht auf neutral aber geht nicht auf neutral aber geht nicht auf neutral neutral ist im moment ist no political alignments markers placed in western or eastern front track also an ab diesen beiden tracks dürfen keine solchen political alignment markers gesetzt werden die nachher ja auch siegpunkte genau torsson silvi hi und jörn hallo ich weiß jetzt gerade ein blackout wie wird er nochmal bewegt überhaupt über welche global aber global hier ist es communist carlas das ist da brauchen wir zwei political alignment marker um also praktisch um einen roten um den schon zu entfernen und den dritten bräuchten wir überhaupt rein zu kommen das wird sehr teuer hier ist wenn die united nations eingeführt werden dann es ist immer teuer es ist immer teuer es ist immer zwei genau dann haben wir hier self determination das bezieht sich jetzt auf die kolonien da können alle alle spieler genau ihre politischen einflussmarker in die kolonien platzieren im moment darf da nichts platziert werden genau momentan ist alles so wie es soll nur political alignment markers also die ähm die ähm unsere geheimdienstaktivitäten dürfen da schon machen ne mhm ähm aber keine alignments genau und ohne die uk das ist halt kolonialismus ne das dürfen nur die engländer was platzieren wobei sie das natürlich gar nicht unbedingt wollen ne weil die engländer bekommen hier nachher siegpunkte wenn dort keine kolonien drin sind ja also wenn kein wenn dort niemand etwas reingelegt hat aber du kriegst mich dann nur raus wenn du auf äh na nur sicher raus mit kolonialismus du kriegst aber auch punkte wenn du alles voll kolonien ballerst nein du selber klar du kriegst doch für die alignments kriegst du auch punkte 2 two victory points for the UK per colony space with no calendar letter or political alignment markers ja aber wenn du jetzt für die alignment markers würdest du auch was kriegen für die alignment markers selbst ja zwei siegpunkte bekomme ich nochmal genau das stimmt so gibt es auch schon punkte dafür jetzt müssen wir die konferenzkarte abarbeiten mhm ja ja ich habe vor allem anderen vorrang genau na gut man muss der ansetzen genau jochen ja border skirmish must use one production in five eastern theater und äh und äh bei me ist es hurricane äh tf berg new guinea must place one production in southwest pacific äh kommt der jetzt hier oder oder ich muss in der in der front muss ich arbeiten dann battle of the philippine sea IGN reserve sorties to central pacific theater das kommt nachher das ist IGN die die japanese navy ah ok und partisan dispute roll 1d6 on the one two three roll that number of times on the poll mill table remove all clandestine networks from those locations four to six no effect so also erstmal ein b6 wer macht das würfel ja du hast die würfel zweimal auf die jetzt wird zweimal auf die tabelle gewürfelt so und zwar remove all clandestine networks from those locations jetzt brauchen wir zwei b6 oder was jetzt brauchen wir zwei g6 verschiedenfarbiger am besten ne ja genau schweizer und reihe sag mal blau 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 reihe blau reihe 2 6 baltic states super all clandestine das war ja jetzt nur so vorführen ne ja hier baltic states genau all clandestine und der zweite wurf bei 4 bis 6 wie gar nichts passiert 1 4 denmark ist glaube ich nichts ne passiert nichts ok das war das schönes neujahrs video ja danke den ersten vorsatz gleich in die tat umgesetzt ja mehr wargames gleich geklappt das ist gut wobei es ein ungewöhnliches wargames ist ja ja klar durch diesen verhandlungsteil durch diesen agenda phase und das ganze politische geschehen vorher ist das schon ist schon anders anders finde ich aber gut das finde ich gerade das schöne und wir spielen halt ein wargame ja eigentlich gerade kooperativ 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 ja das ist schön gesagt wir spielen alle auf der gleichen seite gegeneinander gegeneinander ja keiner kann nur den anderen gewinnen sollte es aber nicht zu lange mit dem anderen auf einer seite aushalten wie auch immer das spiel ist ja auch schön ne das ist kein wargame das ist ein peace game schiederfuß churchill big three struggle for peace das ist ein peace game das ist ein peace game big three struggle for peace genau muss ich meine Leute raussuchen es geht um den Weltfrieden ja aber geschichtlich war es ja auch so dass die drei erstmal die große ehrenvolle Aufgabe die Deutschen zu besiegen ja genau was auch gemacht haben was auch gemacht haben und jetzt dann auch wer steht danach dann wo ja genau das ist jetzt im Grunde ist das hier das Prequel zu Twilight Struggle ja nur was die Engländer sagen nicht mehr dabei sind für Twilight Struggle die gehen dann auf in der in der westlichen ähm Verteidigungsbrot ja genau auch vielleicht kann man das hinzu machen dass man erstmal das gibt und danach Twilight Struggle mit verschiedenen Startbedingungen je nachdem das könnte man natürlich nachher mal mit verschiedenen Startbedingungen tatsächlich das wäre cool oder das wäre cool ja das stimmt das wäre richtig cool man könnte wenn also wenn einer von euch Lust hat da irgendwie was regelmäßig zu machen ne wir sind dabei wir spielen das dann vor kennt ihr auch die Coin Games von GMT Fracht Tom Kahn hast du auch schon mitgespielt? ja ich weiß wir lieben sie ja großartig ich weiß nicht so recht du bist noch ein bisschen ja ich bin noch unterschlagen ja ich bin noch unterschlagen ja ich bin noch unterschlagen ja zu zweit also vier Leute zu finden die ein Konzspiel mal eben spielen ist schwieriger als einen zu finden genau bei einem reicht meistens ein Anruf aber bei vielen ist es schwer ja yeah Churchill ja hi Wemsa wir sind in Konferenz Nummer 6 wir fangen aber auch an mit Konferenz Nummer 6 also wir spielen wir spielen Tournament Szenario wir haben jetzt noch ein bisschen Regeln erklärt noch ein bisschen Klarheiten beseitigt wann wir sind jetzt? 6 ja 1994 juni 44 das heißt im Endeffekt ist der Drops weitestgehend gelotscht das war aber auch schon vorher glaub ich ne ich glaube 42 Stalingrad war nicht ne irgendwo eine Schicht ich weiß nicht wozu aber trotzdem Deutschland ist immer noch fest in deutscher Hand nicht Deutschland und Europa ist immer noch fest in deutscher Hand das heißt ja genau das Kernproblem ist halt für die Ostfront um vorzurücken Richtung Westen dass im Grunde eine zweite Front in Europa eröffnet wird über den D-Day damit nicht mehr so viele Truppen in jeder Runde von Deutschland an die Front geworfen werden darüber wollen wir jetzt hier in London reden darüber wollen wir jetzt in London reden das ist ja alles der großen Themen das ist das ja ihr könnt ja auch Siegpunkte generieren durch den D-Day ne wir können nicht vergessen aber ihr könnt natürlich auch erst die Russen ausblüten lassen ja das kann man machen ja 5 Siegpunkte für jeden von uns ja 2 da 5 da alles gut das ist durchaus was wir wollen gerne bis zu den Lowlands erstmal das ist durchaus was wir wollen das ist durchaus was wir wollen Churchill ist 1.200 2017er Highlights ja ist auch ein großartiges Spiel ach ist jemand dabei der es kennt wer im Satz gespielt aber ich glaube hier Benjamin Dirks klingt aus als er schon gespielt hat also sind ein paar Wissende dabei da können wir ja auch eventuell können die ja mal einschreiten wenn wir was grundlegendes falsch machen genau wenn dann scheinen ok dann würde ich sagen sind wir in der Agenda Phase ja das ist ja nur die der Wert oben nur der Wert der Karte und dann muss man aber ein neues Thema unterspringen ne das ist eh da das ist eh da ich kann nicht mit der Agenda das schon mal irgendwie nicht ach so sucht man sich erst ein Issue aus oder sagt man erst wen macht ne der Gewinner sucht sich ein Issue aus ok die Agenda ist heute im Tages der Gewinner sucht sich ein Issue aus und zwar mit der Stärke seine stärkste Karte wenn er Gewinner ist eben gegen die Schwächste mit der Alte Differenz ah das war hier die Verteidigung ne ne das hier war nie das was für Global war das alles klar ewig geht die letzte Partie leider zu selten auf dem Tisch ja das ist immer das ist immer der Nachteil bei solchen Spielen das ist das ich freue mich auch Tiers das ist ja doch nicht kriegen ich hab bei uns auch halbes Jahr mal in die beiden ich könnte eigentlich mal gucken ich glaube ich hab's eingetragen jeder sucht sich zwei aus plus die Agenda die der der Konferenzleiter reingebracht hat sie ist doch alles klar aber in diesem Fall haben wir 8 genau weil wir auch nicht darüber reden müssen wie ich gleich noch das jetzt mal später ok was ist eigentlich bei Gleichstand ja Gleichstand gibt's eine spezielle können wir ja erwarten bis es kommt bis es kommt auf jeden Fall hat Stalin dann auch gute Karten also ich spiele jetzt den Clement Adley den direkten politischen Gegner Churchills und deswegen hat er in Abstimmung mal zwei weniger als seinen Wert aber da das ja ein Attribute ist registriert gilt auch nicht perfekt jetzt weil jetzt hat er Plus 1 weil er unter Schärtschills Führung ins Rennen geschickt wird 6 ne das zählt doch zählt das auch für die Agenda Agenda Sigma da hab ich Plus 1 am 6. Mai am 6. Mai ja mit April sage ich gar nicht zu falsch wahnsinn 6. Mai das heißt ich bekomme jetzt ein ich schon auf meinen Track Nummer 3 ne wieso ah ja 6 zu minus 3 genau weg ist das denn von der Front muss nach Bayern was weg das ist das wichtige weil könnte kann ich auch gewinnen ja ja und dann kann ich denn hier an der Russen von oder weil die Amis kommen das ist aber politisch äh historisch nein wir bringen praktisch nein nein wir ja wir schicken keine Schwerben das würde ich mir gerne ne warfonding genau gut jetzt äh jetzt fängt der nächste an ich darf jetzt du fängst jetzt an 2 einfach 2 1 genau was noch wichtig ist wenn man sein Lieder spielt muss man für eine andere Karte ablegen weil die hat man über hier genau ja ja genau das ist der abgelegte hier das ist mein Pool bei mir ist die Auflösung relativ schlecht liegt das an mir das weiß ich nicht also hier sehe ich eigentlich alles ziemlich gut auf dem Tablet das ist schwer da da Elli aber gerade nicht abkömmlich ist sind das auch Fragen die ich nicht beantworten kann wie ist das bei den anderen mit der Auflösung Mirko Jochen eine Erstpartie ne 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 ich hab schon ne dann haben wir einmal gespielt nein nein genau wir haben es vorher schon mal gespielt mit Kai da haben wir aber nur dieses Startszenario gemacht dieses ganz meine zweite Jochens dritte deine dritte oder ja ich fühle mich trotzdem wie bei Netto muss ich jetzt beide Themen wählen oder eins ne ne du musst einfach nur zwei da rein spielen zwei zwei Themen muss ich jetzt schon wählen ja ich schiebe es einfach nur zwei in die Mitte Stadien will schon wieder über die Atombombe reden ja nur Stadien zerfragenweilend und über die Spheres of Insplants will ich mal vermuten mhm auch deswegen so durchschaubar zwei große Ziele habe erreich ich seit eins so durchschaubar Stadien ist Pragmatiker mhm ok na gut im Moment hängst du ja auch bei der A-Bomb ein bisschen hinten her ne ja und das Moment hier sehe ich da gar nicht ne das ist so eine gemeinsame Sache also da unterstütze ich voll unsere ehemaligen Kolonien ja bei der bei der Erreichung ihrer Ziele unsere ehemaligen Kolonien war das im Netz ne dieses Queen mit der Mütze irgendwie aber das war ein Foto mit einer make America great Britain again ja also ich würde trotzdem einfach ganz gerne mal mein Regime change das gehört ja eigentlich bei uns zum guten Ton und 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 wenn äh du mit der Directed Offense eigentlich schon so weit voranpreschst dann möchte ich da wenigstens bräuchte ich ein bisschen Kompensation in Form von strategischen Materialien äh was genau gab ich hab schon viermal jetzt gefragt einen Bonusproduktions-Counter einen Bonusproduktions-Counter ja das ist schön ja der ist auch gut jetzt darf ich was aussuchen jetzt darfst du noch zwei also grundsätzlich sollten wir über die Produktion reden grundsätzlich die Produktion die Amerikaner produzieren da sehr viel und wir können das auch sinnvoll einsetzen da können wir auch nicht doch drüber reden du gehst aber echt zur Sache das ist also ein ganz wichtiges Thema auf der Tagesordnung was ich unbedingt diskutieren wollte weil wir ein gemeinsames ein sehr starkes gemeinsames Interesse an vielen Dingen haben sollten ich seh schon arbeiten wir doch dran ich seh schon wir waren mal Brüder so wer fängt denn jetzt an die Tee-Party wird demnächst ihre Entscheidung wissen ja jetzt geht es links neben dem Gewinner du fängst an also das ist auch noch ein Vorteil vom Gewinner dass er in der Konferenz dann in der debattiert Phase der Letzte ist ja Namen auf den Karten nicht lesbar hier ja das kann gut sein das ist aber vielleicht auch der Alli-Cam der Alli-Cam da kann ich was reinhalten aber wir sagen die Namen mit ja ja gerne und erzählen ja ich würde das ist der letzten Churchill hier der zweimalige Kommierminister ja nach dem Krieg nochmal eine Legislaturperiode war danach raus genau vorher war das 50er oder so irgendwie Navy-Minister war das ich hab hier einen hochrangigen sowjetischen Militär den Nikolai Voronov Commander-in-Chief Soviet Artillery Forces und der möchte doch mal das Thema Direct Offensive das ist aber Offensiv weil wenn er das macht dann kommt ein Offensiv Support Marker an die Eastern Front einfach nur wenn er darüber redet wo ist er denn der wenn du darüber redet wachsen sofort Kanonen aus dem Boden ja siehst du das ist doch schon mal nett da kommt er hier hin oder hier hin da in das Frontfeld und er hat halt seine drei Argumente da jetzt können wir seine drei Argumente jetzt könnte man direkt was dagegen sagen ja einer von uns kann das machen wir können sich einigen ich mach's oder du machst es oder keiner macht aber ihr könnt ihr auch später wir können auch später noch das Ding aktivieren und rüberziehen das macht man das direkt macht man glaube ich eher wenn das hier in der fährlichen Region also jetzt ich wüsste jetzt ehrlich gesagt noch nicht warum es gibt auch gar keine Gegenargumente irgendwie dagegen jetzt gerade nee natürlich ich weiß du hast Angst Josef alles gut Gruppenaushebung Gruppenaushebung an der was von kommt ist das natürlich erstmal in unserem Sinne ja wir helfen gerne die Attribute sind ja relativ mächtig ne so teilweise finde ich ja also ich würde auf jeden Fall noch nicht dagegen debattieren ach warte mal ich hab doch plus 1 in Stärke ne und das war ja Stärke 3 ne also ich hab ja 4 ja das vergesse ich das ist ein harter Feindungspartner hier ich weiß welche Leute ich schicken muss ich würde Francis Perkins in die Runde schicken ja eine Frau eine Frau eine Frau die Sekretärin die Sekretärin die Sekretärin die Sekretärin die Sekretärin die Sekretärin das ist schon ein Unterschied die bringt dir einen Tee rein oder was das ist ooooh 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 schwer politisch ja aber die redet gerne über US-Produktion es passt in die Zeit es passt in die Zeit ja und sie redet dann auch verdammt gut über US-Produktion immer wenn sie darüber redet kriegt sie auch plus 1 die Stärke und möchte eigentlich über diese Produktion nicht weiter reden jetzt ich möchte nicht weiter darüber reden ah so Entgegnung geht jetzt in Reimpfte also wenn Mirko jetzt nichts sagt könnte müsste ich warten bis er der gute Tee genau wen hast du bei der Agenda gespielt Mirko? Mirko wen hast du bei der Agenda gespielt? Clement Attlee Clement Attlee den den Leader der Labour Party also den direkten politischen Gegner von Churchill ist das denke ich mal ne? der war ja glaube ich ja genau er bekommt eigentlich minus 2 auf seine wenn er mit abstimmt hier aber dadurch dass die Attribute ja vorher nicht Mirko war gerade gesagt hat er leider eine 6 gehabt so jetzt muss ich auch mal gucken auf was ich hier überhaupt abstimmen will ähm Egal Research 9 hier steht nur bei Ed Stalin also du bist gemeint nur bei Ed was denn? nur bei Ed ja was heißt sie? wo hab ich die denn jetzt? ach nur wenn ich ähm entgegen ich meine jemanden also wenn ich jetzt hier gegen machen würde die ist die ist doch dann hätte ich einen mehr ne? bei 9 used in a debate nur wenn du dagegen setzt ok dann geht der ja auch dann geht es um oben ja warte mal im paranoid ja du musst zwei D6 würfeln wann muss ich die würfeln? aber wie gesagt auf 2-4s hab jetzt Death Cards played for 3 wenn ich ein Spiel wenn du ihn spielst ja ja wir kriegen dann Angst ja bei 2-4 haben alle Angst vor dir und haben nur noch ein Wert weniger haben ein Wert weniger also lord biebelbrock lord biebelbrock der minister of aircraft production and supply freundlicher Typ zu dem Bild nach denk ich nicht sonst so ist ein absoluter Churchill Anhänger solange Churchill dabei ist oder plus 12 sondern stärker das heißt jetzt ist 5 und er möchte natürlich hier über das Thema strategic materials sprechen und erhält das als ein ganz ganz wichtiges Thema was wir unbedingt massiv vorantreiben sollten ja zu seinen Gunsten zu unserer aller Gunsten zu unserer aller Gunsten geht anders das weißt du ne? das habe ich erklärt wie das funktioniert lass uns mal mittel nicht dann kriegt jeder einen und so oder wie ja achso ja tatsächlich so krieg ich so kriegst nur du lass uns mal in der Mitte liegen und dann reden wir Liebe über dieses Thema hier lassst du mich ähm pulmel aha ja du als alter Kolonialist brauchst du das ja auch ne? oder ehemaliger Kolonialist ehemaliger Kolonialist ehemaliger 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 ja cool über Kolonien reden wir später nochmal wenn ich global gefangen habe sooo alles gut volle 1080p kein christliches Bild hier ok das ist auch glaube ich echt oft regional bedingt einfach irgendwie ok hatte chris äh hattest du äh hattest du äh Einwände? wo gehen? in Polmüll? in Polmüll hatte ich äh vorerst keine Einwände nein dann kommt jetzt mal Nikolai Kuznetsov der hat erstmal ein Attribut wenn er sich an der Debatte beteiligt wird ein Navelmarker in die Arktik ok was ich ja eigentlich ganz nett finde wenn du die legst die bekommst du schon mal was ne? die brauchen nur einmal zu erscheinen und schon da ist alles organisierend taucht dein Boot auf der hat auch globale also Ambitionen Ambitionen auch aber Interessen erstmal über die wirklich wichtig sein zu reden ja ok da hast du ja drüber gesprochen da hast du irgendwas von äh was ist denn das Thema was dir besonders interessiert? das wird man dann vielleicht noch in feineren Diskussionen dann heraufkommen ausarbeiten im Moment weiß er das selber noch nicht was ist denn unsere Meinung zu D-Day? wenn es um kommunistische Kader geht würde ich eher gerade skeptisch aber bei was für einfach wenn es um die grundsätzliche Sphären unseres Einflussgebiet geht dann wäre das vielleicht nicht so wenn ich das Thema was mich was mich arg tangieren würde na es geht so Arsch der D-Day ich glaube es ist noch zu früh wir sind noch nicht gut aufgestellt noch nicht vorbereitet meinst du auch ne? D-Day wird Zeit im Juni 44 ne? also wirklich das ist ja auch jetzt überfällig das ist Juni Juni ja ok auch im Juni ist überfällig ja ach du willst jetzt du willst mir drohen mit dem D-Day? nein nein das verstehst du völlig falsch ich würde niemals über das Stadion drohen das war super du sitzt ja hinten am Ende das heißt wenn ich jetzt sage meinst du laut Wienerbrock könnte irgendwen drohen verstehe ich dich richtig wenn ich mich hier auf mehr richten würde dann würdest du vielleicht deine gute Sitzposition nutzen um den wieder in die Mitte zu treiben ach man ich will auch mal über die Churchill spielen danke um die kommunistischen Kabel zu verhindern die ja wirklich wehtun würden die euch beiden wehtun würden klar dann geht in die Richtung erstmal nichts reden wir später darüber ok das ist ja noch Zeit wir sind noch früh jetzt ist noch Freise denn Franklin ja könnt ihr in der letzten Konferenz gewesen sein das weiß man bei ihm ja nicht so gut man weiß es nicht man weiß es nicht also es ist äh dann musst du denn würfeln wenn du überall in der Ram bist jedes Mal wenn ich ihn benutze muss ich zwei wie sechs würfeln bei zwei und drei stirbt er bei zwei und sechs kriege ich einen Herzinfarkt mir das nächste Mal nicht dabei ja gut aber du stirbst ihn nicht die medizin ist ja ein bisschen weiter als er und kann ich hab dann ja Truman den man auch am Start hat ja du hast Nachschub ja Truman der war besonders stark ne der hat auch sieben also das ist keine Schwächung auf dem ersten Blick ja das stimmt das stimmt aber es ist jetzt erstmal noch nicht äh sag ich mal äh böse gemeint aber ähm wenn sowas kommt ne aber ja aber Avril Harryman ist Special Envoy und möchte also sie ist mit der Directed Offense wir sind doch eigentlich ein selbstbestimmtes Land ne wir können uns über alles unterhalten also aber äh da das auf dem Sowjet-Streck ist sind das fünf eins zwei drei vier fünf und dementsprechend äh würde ich sagen dass wir erstmal da liegen ne mit dem Global über die Spheres über die Spheres kann man später noch reden aber selten ja ich äh nachdem sich mein Verhandlungspartner mein ähm ich nehme das die Versteiner-Familie zu putz die Knarre davon mit dem grundsätzlichen Thema Directed Offense auch schon die ganze Zeit eigentlich beschäftigt hat im Geiste und das hat sicherlich nicht äh da hinten was versucht hat ähm bleibt äh er auch nicht mehr der Jungs der jetzt von der Meinung abweichen ist schwierig äh Sir John Dill ähm geht mit seinen fünf ähm auch äh das Thema das heißt du libertierst das ok ne nicht ach so ah das war keine Debatte sondern das war dann das war keine Debatte und jetzt muss ich würfeln aber erstmal schiebt das war auch aufregend ach du hast dann das war schön dass du dabei bist noch einmal richtig missgebaut und dann ja du meinst dir keine Träne nach glaube ich nein ich nicht das ist ich will dir ein Schenke schicken ja ah tragisch also ja total spielen wir alle sieben Karten durch Sir John Dill ist leider verstorben ok Prime Minister's Representative also Chris mhm ich finde das ja ich finde ja hier äh unseren Freund ganz schön aggressiv ne dir gegenüber ja ich würde völlig uneigennützig würde ich Deck immer verschlanken Mirko ja habe ich gerade getan leider habe ich ja eine Viererkarte potenziell eine Viererkarte damit raustun müssen das ist natürlich arg schwierig jetzt noch weiter zu kommen aber ey irgendwas ist ja immer eben würde ich jetzt mal ich habe natürlich die schwierigsten Namen ja Nikolaj Wotzenesenski ah ja der ähm dem tun die Amerikaner ganz ein bisschen leid weil der irgendwie der würde das strategische Material mal zu deren Gunsten schieben ja das ist ja einfach mal einfach mal so ich hoffe du zeigst dich ja so ein bisschen erkenntlich vielleicht lässt du das globale mal ein bisschen so wie global das globale mal global lassen okay ich werde natürlich nicht debattieren erstmal ne ich auch nicht wer gewinnt denn die Konferenz der am meisten hat der am meisten gewonnen hat und dann bei Gleichstand gibt es diesen Gleichstandsregel ja das ist äh bei Gleichstand Stalin auch wenn er selber keinen gewonnen hat natürlich ich glaube der war echt nicht lustig am Verhandlungstisch also wow also hier der Churchill wäre auch nicht ohne gewesen ne ne aber so Decisions alles Alphatieore if two or more players have won the same number of issues starting with Stalin and proceeding to the left a player can decide to use the active leader to break a tie the first leader to commit breaks a tie and no further leader can change the outcome okay wenn man den noch aktiv hat wenn man den noch aktiv hat ich sag's doch ich hab gewonnen was ist das ich stelle mal fest dass ich die Konferenz gewonnen also du kannst das Teil du kannst ein Teil break machen das heißt wenn es zwischen uns beiden Gleichstand ist kannst du trotzdem sagen Amerika gewinnen darf man das ja stimmt das ist eine gute Frage das darfst du glaube ich tatsächlich nicht was du darfst du nicht in meine Richtung schieben oh stimmt okay echt ja jeden Fall für sich klar das stimmt alles klar okay towards his das ist total nett gemeint ja ja ich hab ne Notiz gemacht du wusstest natürlich nicht dass man das nicht darf ja das ist aber jetzt immer ungünstig wenn du meine Hilfe nicht willst dann kann ich auch anders du kannst mir auch anders dann habe ich meinen sympathisch rein geschauenden André Stunhoff das ist dann auch der hat ja eine 4 eigentlich ne wenn es um Produktion gehen ja es geht ja um Produktion ja tut das ich habe leider nur so löschen hier ich muss jetzt mal einfach ja das ist ja immer noch ist immer noch bei dir ist immer noch bei mir dann bin ich diese blöde Karte los ja was passiert wenn ich A-Bom Research gewinne rückt dann blau vor oder nicht vielleicht hast du dann auch kann ich für grün und blau oder was passiert wenn das hier wahrscheinlich gar nicht gehen wir beide um die Frage wäre auch für dich ja gut was passiert wenn A-Bom Research dann gehen wir beide hoch dann gehen die Amis hoch irgendwas geht hoch im Zusammenhang mit Atombomben niemals gut also wenn ihnen einer von uns gewinnt geht der Ami mal hoch wir kriegen beide Punkte dafür boah das ist ungerecht naja der dafür redet wenn Starling über die Bombe redet ja gut wenn Starling über die Bombe redet dann spricht keiner dazwischen ja 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 ok wer war dran ich ne ich möchte doch noch mal auf diese Directed Offensives zurückkommen ja das ist doch ein ziemliches Hickhack ja ich denke auch ich werde mal mit dem George C. Marshall Army Chief of Staff der weiß nicht wie viel der hat oder was nein der hat auf jeden Fall plus 2 allein schon wenn es um Directed Offensives geht die auf dem UK Track liegen und der Rest sonst 1 bis 6 je nachdem das ist Tagesform ja das ist Tagesform schauen wir mal was da so kam das haben wir 6 das ist 1 2 3 4 5 6 ich habe mich gefreut er geht zum Essen ach so ja jetzt habe ich es auch ja jetzt habe ich es euch ich habe es verstanden dieses ganze Thema das ganze Thema hi hallo das schönes überraschend John Anderson sehr am Herzen als Lord President of the Council hat er sich immer dafür ausgesprochen dass wir dass wir den richtigen Zeitpunkt abwarten müssen und ähm deswegen zieht er das nur eben da hin und würfelt jetzt in a row auf 1d6 stirbt er nicht nein auf einer 1 bekommst 2 Offensive Support Markers ich nicht der stirbt und der kriegt keinen Support ach ja ja das sieht aber gar nicht gut aus hier na gut kannst du was dagegen tun also ich wundere mich ja über eure gewaltigen Karten vier und ja das ist ja immer plus 1 ne nur wenn ich denke ich jetzt sofort habe was dagegen machen würde dann hätte ich das 1 ja könnte man das ja fast ich könnte eigentlich äh ich bin dagegen ich will das ja auch nicht bringt es ja nicht spielen wir alle Karten durch? ne ich bin nicht dagegen ne du weißt ich spiel jetzt mal willst du was dagegen sagen? gegen die denken? ne eigentlich nicht ne ok strategic materials wenn ich das gewinne dann kann ich mir sowas nehmen? oder was sind strategic materials materials? eine bonus produktion ach ja die kannst du wieder einsetzen wie du mag das nicht die kannst du wieder einsetzen oder das? ja wenn es in der mittelicht kriegt jeder einen total ist alles schön ne aber ich habe eine Debatte gewonnen ja ja das ist das ist nicht so schön das stimmt man müsste also vielleicht doch mal doch mal was gegen die engländer machen ne die müssen gemeinsam sehr gemeinsam mit dem möchte man sich nicht anlegen auf keinen fall der trinkt ein blut production is on us track ist es hat er eine stärke mehr der hat also 5 und das will er doch mal hier ins gespräch bringen 1 2 3 4 5 es gibt aber nur wenn es um das production issue geht oder nicht ne 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 könnt ihr den auf die 1 setzen. Wenn wir alle gleich viel Debatten übernehmen, hast mir das recht. Ja, das ist gut. Ist das eine gewonnene Debatte? Das ist eine gewonnene Debatte ist es. Wir brauchen ja unseren Spitalisten, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Das hatten wir noch nicht damals. Zählen die als gewonnen? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Zählen die? Each player wins the issue on the chair or on the track. Jedes issue, was da liegt, ist nicht gewonnen. Was bei Gleichstand? Du meinst sie sind nicht ausgenommen? Dann kann ich als erster bei den Stadion das Spiel ist dann. Das ist ein Issue, es liegt auf dem Track. Oder auf dem Track. Oder auf dem Track. Ah, da steht es wo, in der Center Space, der effekt ist. Ja. Erzählen mit. Erzählen mit. Es ging nur darum, Second Front, das wusste ich auch nicht mehr. Second Front und USA declares war, ob die mit zum Gesamtergebnis zählen, der gewonnenen Issues in der Konferenz. Aber Mirko hätte jetzt auch Second Front, würde er als gewinnen. Ich glaube, irgendwann muss man sich auf die Dinger in der Mitte mal stürzen. Wer war denn dran? Eigentlich ich, ne? Ich bin dran, ja. Ja, das war mein Gedanke, irgendwie. Und ich denke auch, dass es im Interesse der kleinen Bruder starten. Der kleinen Bruder starten. Dass der Herr Roosevelt mal aktiv wird. Und über die Atombombe spricht. Lange und deutlich. Den kriegst du in die nächste Runde, hast du den trotzdem auf der Hand? Ne, er muss jetzt, wenn er nicht stirbt, kann das. Aber den Lieder reinzubringen, jede Runde, macht schon Sinn, weil er stark ist. Ja, also wenn du jetzt nicht mit Stalin dagegen trommst, dann ziehst du mir davon, ne? Ne, da hat Stalin natürlich persönlich sofort was gegen. Ich muss jetzt eine andere abwerfen, ne? Ja, ich habe schon den Bruder. Ich habe immer das Risiko, dass er halt nicht wiederkommt beim nächsten Runde. Ja, ich auch. Aber ich habe ja einen Ersatz. Wie haben wir die Demokratie hin? Ist er auch gleich gemischt, oder kommt der gesondert oder auf meinen Ablagestaub? Den hast du jetzt mal wieder? Nein, den hier. Den kannst du zu deinen gesonderten legen. So, ich muss jetzt würfeln. Aber der kommt erstmal wieder hier hin, ne? Aber war das eigentlich ein Kader mit drin, oder nicht? Der war ein Kader mit drin. Das heißt, der müsste eigentlich auch in den Kader drin liegen, oder nicht? Ja gut, aber nächste Runde wird eh gemischt. Ja gut, also wenn das jetzt nicht, jetzt ist ja 6, 7. Wird komplett gemischt und dann zieh ich für den kompletten Staub wieder. Nur in Graben nicht. In Graben, in Graben unten. Ah ok, alles klar. 4. Nein. Knapp, knapp, knapp. Tod von der Schippe geschwungen. Ja. Hat sich doch ein bisschen aufgeregt, oder? Hat den Krüter, früher auf die Knochen wieder hochgewirkt. Und alles ist gut. Erlebt. Ja. Aber genau. Und die Atom-Macher im Spiel. Aber genervt für Atrozent. Es tut mir leid. Kriege ich eigentlich jetzt so einen Passmarker. Weil ich debattiert hab. Ja. Ok, dann ist Marco dran. Jeder hat jetzt noch 3 Karten, oder wie? Ne, ich hab noch eine und den Passmarker. Ich hab noch 2. Ok. Dann hat man Absicht gefragt. Dann wird jetzt Ernest Beebing aktiv. Ähm. Fünfer. Minister of Labour and National Australia. Stadion Plus 1, ja. Und er redet jetzt über die ähm. Stadion Plus 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ich muss jetzt Paranoid würfeln. Ja, du musst Paranoid würfeln. So, 7. Wenn Stadion was gesagt hat, dann reagieren seine Untergebenden manchmal so. Ja, dann haben sie sich Paranoid gewonnen. Ne. Also Ernest Beebing hat sich die Directed Offense besprochen. So. Und die Wichtigkeit. Nochmal, nochmal die Wichtigkeit betont. Wie ich ja schon mehrfach betont habe. Das ist echt dein Thema, ne? Die Directed Offense ist mein Thema gerade. Wo brauchst du denn Hilfe? Was kriegst du denn nicht alleine hin? In Michigan Theater krieg ich nicht alleine hin. Nein? Nein. Ich muss ja da unten. Ja. Es gibt mehr, aber erst da hinten. Ich muss einfach so Kolonien hier mit eingreifen. Moment. Die ehemaligen. Warte mal. Wann hat Indien dann seine Fünderfähigkeit von England? Ja, da schon. Das war Gandhi. Ne, Gandhi. Wo war Gandhi? Wo war das denn? 50er? Weiß vielleicht nicht mal. Wie gesagt, ich muss ja unseren Kolonien hier noch unterstützen. Von daher ist das so. Durch ein Jagdlied A-Bomb bei Stalin. Durch ein Jagdlied? Steht das plus 1, zählt das für Stalin mit, ne? Stimmt. Hm. Ja. Dankeschön. Ja, logisch. Ja, klar. Ja. Stalin hat dagegen. Dann kann Stalin ja doch warten, bis ein anderer durchspringt. Ja, so wäre es ganz klar bei dir. Egal ob 1 oder 6, ob es bleibt da. Du bist da durch? Du hast deine... Ja, ich pass jetzt. Ich schiebe mal eine Runde hier, ne? Okay. Deine Trumpfkarte. Gesundheit. Danke. Ja, komm. Ich werde hier nochmal eine 3 ausgeben. Das mit der Produktion. Mir liegt das echt am Herzen. Also das ist... Das war wirklich safe genug da, ne? Ja. Du hast jetzt 4 hochgeschoben. 3. Roosevelt ist ja nicht mehr aktiv. Wird flossen. 3. 1, 2, schuldigung. 1, 2, genau. 1, 3. 1, 2, 3. Warte, dann auf 1. Dann auf 1. Stimmt. Alles klar. Ihr könnt eure Kartenriff mal so gestaffelt hinlegen. Ich werde da einfach mal sehen. Mal, dass alle hier mitsehen, dass hier die Briten nur 5 und 4 haben. In dieser Runde. In dieser Abflug dieser Runde. Ja, ich weiß nicht. Das ist mir letztes Mal auch schon aufgefallen. Ich glaube, die sind doch nicht ganz gewichtet. Da hast du aber die Amis gehabt und gesagt, du hättest sowieso schwache Karten. Die sind auch nicht so gut. 2, 3, 3, 4. Die kommen aber noch. Wow. Indeed. Hüte dich. Nee, ich glaube doch, das ist ähnlich. Ja. Ein Thema, was wir noch gar nicht besprochen haben. Aus meiner Sicht. Also, ihr habt es schon besprochen. Aber, also, ich war gerade irgendwie abschuldet, als das Thema kam. Sir Henry M. Wilson möchte doch ganz gerne einmal das Thema Avon Research ansprechen. Oh, je, je, je. Das ist sein Thema. Ja. Er ist ja Supreme Allied Commander Mediterranean Theater. Genau das, worum es mir also gerade geht. Und, ähm. Gitter plus 3 ist das nur 5. Ihre Zeit wird noch kommen her, Genosse, sagt er. Ich glaube, du bist gemeint. Ja, falsch. Sehr hier. Geht auch. 4. Guck dir das mal. Eieieieiei. Das muss ich nehmen dann erstmal aus dem Kasse liegen. Ja. Ja, ich sag da nichts gegen. Diesmal nicht. Ich kann nicht. Ja, ich sag da nichts gegen. Ich habe wieder so ein bombastische 2. Oh ja. Ja. Ich könnte auf Production gehen. Das hatte ich eher vor. Aber jetzt dann komme ich nur hier hin. Ja, das stimmt. Also wieder eine 2. Wie schon so oft. Und sinnvoll kann ich damit ja eigentlich nur über strategische Materialien sprechen. Mhm. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt ist es so, jetzt kann ich die Mehrheit bei dir eigentlich gar nicht mehr knacken. Unsere Lieder sind raus. Also auf die Russen. Die Lieder sind raus. Das heißt, wenn wir einen Gleichstand hätten, wirst du es trotzdem gewinnen, weil du Churchill rein schmeißen würdest. Oder hast du Churchill gespielt? Aber er kann ihn dann nicht mehr spielen. Doch. Wenn du im Gleichstand jetzt, dann spielt er ihn aber nicht mehr. Aber im Tiebreaker. Ja. Aber im Tiebreaker kann ich noch spielen. Das kannst du noch. Wobei du hast noch eine Karte jetzt spielen. Ich habe 4 Ishes, du hast 2. Ja. Das ist ähm. Ja. Ich überlege hier gerade. Wie macht man das denn nun? Ja. Ich überlege hier gerade. Harry Hopkins. Hier liegen gerade wichtige Linger. Was hast du gemacht? Harry Hopkins kommt ins Spiel. Harry. Oh, Harry. Harry ist aber auch nur gut so lange der, äh, der, äh, der, äh. Wo sie Präsident ist, ne? Du blockierst gerade die Alicam. Du blockierst gerade die Alicam. Etwas. Tiere auf dem Spieltisch. Die Alicam. Ja. Worüber möchte Harry dann reden? Ja, Harry möchte reden. Einfach über, äh, ausgleichende Maßnahmen, ne? Die sind nicht unwichtig. Also, ich weiß, worüber sie reden. Wolltest du hier über globales reden oder hier über? Directed Offensives. Ach so. Ja. Das ist eigentlich so ein Thema, ne? Hm. 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 Ich verstehe. Das war meine letzte Karte jetzt, ne? Das war meine letzte Karte. Von daher kannst du jetzt das ganze debaten. Das ist halt. Habe ich das debaten oder habe ich das jetzt direkt mit? Das ist egal, oder? Ja. Das ist egal. Von daher ziehst du es wieder zurück. Ja, klar. 1, 2, 3, 4. Mist. Hm. Ja, ich bin auch nicht. Ja? Wach wird. Ich hätte gerne, gerne mehr der amerikanischen Produktion auf, 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 in richten, in richtigen Karrieren gesehen. Nicht zufrieden, ne? Ne. Du willst 4 von 8 Tim. Das steht hier jetzt. Und bist nicht zufrieden. In russischer Hand gelandet sind, ist vielleicht auch nicht ideal. Diese kleine Insel da. Und so eine große. Gut, wir waren jetzt in London, das war jetzt reinvorteil, aber warte ab. Warte ab. Churchill ist noch dabei. Kommen wir nach Texas. Kommen wir nach Texas. Er saß ja ganz gemütlich hinten und hat die Weine hochgelegt. So ist wirklich ein bisschen geschnarcht. Kommen wir nach Hause. Das ist... Besonders als dann hier die beiden sich da aufgerieben haben. Und bloß weil es leicht röchelt. Leicht. Wenn seine Ecke verschwunden ist. Ja. Dann würde ich sagen. Ja. Wunderbar. Was passiert jetzt? I won. I won. Kannst du uns mal sagen. Kriege ich jetzt da nicht die Punkte oder die Gelassen? Ja, würde ich sagen. Was steht denn da drauf? Drei, ne? Okay. Und das bleibt jetzt... Ach, dann kriegt man... Okay, dann. Das ist natürlich schwer, das jetzt alles gleichzeitig. Aber warum hält man den Marker dann? Ja, aber normalerweise trägst du es ja nicht ab auf der Leiste. Dann können wir jetzt nochmal nachpassen. Ja. Was war? Wenn die Katze hier drüber gelaufen ist. Wenn die Satze drüber gelaufen ist, dafür ist das ganz gut. Gut, was passiert jetzt? Jetzt werden die Dinger einzeln abgearbeitet. Jetzt werden die Dinger einzeln abgearbeitet. Jetzt werden die Dinger einzeln abgearbeitet. In der Reihenfolge hier? Egal. Nein, nach der Liste. Nach der Liste. Sehr schön. Und zwar Directed Offensive. Da spielt jeder die Directed Offensive Marken, die er gespielt hat. Warum hast du eigentlich die 1-2-Poll reingeschmissen? Du warst das. Du warst das? 1-2? Warum? Das ist die 2-Schwächste. Ja, ich fand die nicht spannend zu der Zeit. Ich fand aber auch nichts anderes richtig spannend, was ich gerade reinschmeißen wollte. Ich wollte nicht noch einen... Ich dachte, das kann ich schaden. So, die Second Front kannst du erstmal weglegen. Die findet ja nicht statt. Die Second Front kann ich weglegen. Genau, die findet nicht statt. Schade. Dann platziert jetzt jeder seinen Directed Offensive Marker. Und jetzt? Ich hab keinen. Nee, also jeder der einen hat. So jetzt... Aha, du möchtest also... Okay. Die Reihenfolge ist ja auch wichtig, wer wann was legt oder nicht. Ja. Also ich schon, stimmt. Das ist äh... Komm, los bin der Finger. Okay. Ich... würde mich im Southwest Pacific... Das war zu erwarten, ne? Natürlich. Da musst du ja vor. Wobei, ähm... Du kriegst nur einen Bonus, wenn sie nicht zu weit auseinander sind, ne? Wenn die Directed sich verrücken. Genau. Aber ich krieg drei Punkte, wenn... Wenn du da nicht bist. Ja. Da gleich. Ja, so was. Das letzte Mal auch. Das letzte Mal war sogar gezielt dahin gespielt. Ja, genau. Was ich krieg wieder mal. Ja, da haben wir generell andere Punkte Fehler gemacht. Also... Strategische... So. Dann, äh... Würde ich sagen... Zweite Front findet nicht statt. US... Erklärt Japan in Krieg findet nicht statt. Produktionsmarker. UK erhält vier Produktionsmarker. US 6. Und Stalin 3. Das kommt ja irgendwie... Da kriegst du noch einen extra, weil du ja den... Den hier. Strategisch. Genau. Dann kann ich den ja schon weglegen jetzt, ne? Dann haben wir abgearbeitet, sozusagen, ne? Aber ich hab nur zwei hier, ne? Warte mal. Hier ist echt nur zwei, ne? Ich hab noch einen dritten, da steht drauf, Nürnens-Konvoi. Ne? Gibt zwei normale. Dann hab ich diesen mit diesem Nürnens-Konvoi. Und dann hab ich noch einen. Das ist 80. Der bin ich hier oben. 3 oder 3. So, dann. Hast du jetzt drei? Nein, jetzt drei. Ja. Nein. Mehr war nicht drin. So, und jetzt, äh, zuteilende Produktionsmarker. Alle Spieler müssen reinfolgen, alle Produktionsmarker und Untersuchungsmarker nach folgender Priorität zuteilen. Gemäß der aktuellen Konferenzkarte. Haben wir ja schon gelegt. Mirko muss da was machen. Genau. Und ich muss da auch noch was machen. Da musst du hier was machen. Genau. Da ist der dritte. Ja, stimmt, der liegt schon. Ich muss da was machen. Und, ähm, dann kommt die Directed Offensive. Das heißt, ich muss jetzt hier zwei Produktionen ausgeben. Schon mal. Von meinen, die ich hab. Das ist Pflicht. Da muss ich zwei ausgeben. Und ich muss hier zwei ausgeben. Bei der Directed Offensive. Genau. Und wenn du jetzt eine 4 hättest, hättest du eine flach. Dann fällt die flach. Es gibt da so eine Prioritätenliste. Okay. So, das ist das, was ich jetzt muss. Jetzt muss Mirko. Was kommt gleich an den Gegnern da? Wovon hängt das ab? Hängt davon ab, wie die Fronten stehen. Mhm. Da wird, da tut sich nicht viel. Da tut sich nicht viel. Das heißt, ein paar rennen dahin, ein paar da und ein paar da runter. Ja. Fast alle rennen dahin und ein paar da. So ist es eigentlich. Ja, so ist es. Das heißt, man müsste ihn auch unterstützen oder kann auch zurückgedrängt werden? Also, kann auch was passieren? Zurückgedrängt werden kann ich nicht. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, da passiert nichts. Das heißt, ich kann auch hier einfach zwei reinlegen. Die da mit reingehen. Wie, bei einer fremden Direct? Also, du hast keine eigene. Nee, der kommt wieder zurück. Also, meine Direct-Effensflächen gerade mit dem Fohlenhaube. Das heißt, hier bleiben auf jeden Fall gleich vier Truppen an. Ja. Na gut, wir können auch Nebels reinlegen. Aber brauchen wir nicht. Hier arbeitet ihr wirklich Hand in Hand, ne? Ja, klar. Da auch. Das ist ja schon. Also, ich wundere mich, wie man da als Russe was machen kann. Ja, das ist glaube ich für die Russen. Ja, gut. Guck mal, du musst nach Korea. Gibt 8 Punkte, ne? Ja. Du hast höhere 7 Punkte. Wir müssen erst was reinlegen, wenn wir auch da vorrücken. Oder wie ist das? Wir können jetzt schon was. Naja, das wird abgeräumt. Abgeräumt. Das heißt, es bringt jetzt nichts. Das heißt, wenn wir hier nach vorrücken wollten, dann müsste ich da auch noch was reinlegen. Sind wir hier sicher, dass das ist verrückt? Ich glaube, wir waren noch mal kamenlose zwei Würfel oder sowas. Ja. Und unten ist nicht viel. So, wir können mal weitermachen. Wollte Skali wieder zeigen, wie schön sie ist. Hast du die ganze Produktion so reingelegt jetzt? Ne. Ich hab auch schon drin. Aber das geht nach Prioritäten. Das ist ja erst mal die Fronten, die Offensiven. Ich glaube, ich lebe da noch ein paar mehr rein, um das Ding sicher zu machen. Dass der auf jeden Fall Baum durchzieht. So. Übrige Produktionsmarker können wir ausgeben. Für. Paul Mill, A-Bomb-Forschung. Da kann man dafür auch noch ausgeben. Ach so. Ach wie. Ja, ja. Ich muss erst mal sehen. Wenn man die Issues gewonnen hat. Du brauchst einen Paul Mill-Marker. Da brauchst du auch noch die Produktion für. Da brauchst du auch noch die Produktion für. Da brauchst du auch noch die Produktion für. Ach so. Alles klar. Auch für die A-Bomb hätte ich auch. Brauchst du auch noch einen? Die A-Bomb ist immer bei 4 bis 6 rückt der einen vor. Also das heißt, um den auszulegen. Aber mit Produktionsmarker 3 bis 6. Mit zwei Produktionsmarker 2 bis 6. Ah. Die darf ich jetzt irgendwo legen? Die Paul Mill, die kannst du irgendwo reinlegen, ja. Das heißt, hier darf ich eine reinlegen? Das kostet eine Produktion. Oder eine Seiten? Das ist eine Produktion, jeder Paul Mill-Marker. Ja. Egal. Und ich dürfte hier einen entfernen? Ich dürfte da einen entfernen, ne? Ja, aber dann gehen die alle weg. Das heißt, warte mal. No political alignment markers. No political. Ja, okay. Da gibt's nur um die. Da gibt's nur um die. Du spielst ziemlich offensiv. Nee, ich muss ja auch meine Ziele erreichen. Nee. Mist. Nee gesagt, ne? Ich muss euch noch nie beschützen. Für den Global Issue auch ein Problem. Ja, guck mal. Das ist doch. Dutch East Indies. Oh, warte. Dutch. Aber da bin ich ja auch... Das sind mir Freunde. Rede ich nicht um Kopf und Kram. Ich werde... Bist du jetzt dran? Ja. Ich hab noch einen Produktionsmarker an den ich habe. Drei. Okay, dann würdest du auch mal lassen. Mach mal Produktion. Ja. Produzieren wir. Ich werde... Keine Ahnung. Ist das jetzt geschickt? Guck mal, ich hätte das wohl auch schon. Offensiv. Hier. Offensivste Partner. Da darfst du auch nur rein, wenn der Krieg in Japan öffnet wird. Ja, aber ich kriege da auch Gegenwind hier, ne? Ich kann auch zurückgedrängt werden. Alle Spieleverteiler. Hallo. Und warum musste ich da einen reinlegen tun? Weil die Regeln das so häufig nicht. Ja, aber was macht der jetzt für Sinn? Ist doch völlig egal, ob der jetzt verliert oder gewinnt. Ja, also du hättest das Issue US-SR in the Class War on Japan dann reinbringen. Ja, das hätte ich mal reinbringen können. Ja, das wäre super gewesen, das stimmt. Ich könnte jetzt auch... Spieltreffen verteilen. Wie kann ich denn überhaupt mal hier sowas beeinflussen? Ich sehe keinen Sinn, wo ich die ansetzen kann. Außer jetzt hier in die Ostfront. 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 Du kannst es bringt dir nur was im Moment, um Leute zu sprechen. Ich werde es genauso tun. Ich meine, das ist wahrscheinlich da und da. Ja, ich meine, es macht natürlich auch Sinn, hier ein bisschen vorzugehen, ne? Damit die gleiche mit bleiben. Ja. So. Dann kommen wir jetzt an. Gezielte, defizilte Offensiven. Meteorische Unterstützung. Für ein Produktionsmarker darf ein Unterstützungsmarker erworben werden. Das heißt, ich habe da unten drei liegen. Und kann drei da unten reinpacken. Jetzt die mal an meine Front. Die unten. Genau. Kommen die weg hier? Die kommen dann weg. Dann kommen die da hin. Und... Ist ja ein bisschen, ich tausche mir die wieder aus. Für ein Produktionsmarker gibt es einen Offensive Support. Genau. Hier auch. Da kommt einer hin. Und ich krieg noch mal drei. Ja, okay. Du kostest noch mal drei. Genau. Und da unten... Ne, die kommen nach vorne. Die stimmt. Die sind an der... Die sind an der vorsten Front. Genau. Das ist meine auch schon ausgetauscht, ne? Ja, habe ich. Ich bin davon ausgegangen, wie die da keine weiteren Naval-Kreine haben. Ja, deine Entscheidung. Du hast gewonnen. Gut. So. Wann... Wann wäre der denn gekommen jetzt zum Schluss? Das kommt gleich. Das kommt gleich, ja. Der hätte ja schon Einfluss gehabt. Ja, ja, das kommt später. Das kommt später. Das kommt später, das ist natürlich... Ja, stimmt. Militärische Unterstützung haben wir. Gezielte Offensiven haben wir jetzt auch gemacht. Ja. Paul-Mild-Einfluss. Haben wir auch schon gemacht. Das käme jetzt auch erst. Achso. Das käme jetzt erst. Ich habe das da gemacht. Auf die Agenda legen. Genau. Kriegstauplatzkommando haben wir nicht gehabt. Jetzt könntest du an der A-Bomb forschen. Könntest du auch noch Produktionsmarker, wenn du noch hätte. Kannst du auch noch Produktionsmarker ausgeben? Ne, kannst du immer machen. 4 bis 6, aber plus 1 pro Produktionsmarker. Achso. Das meint das einfach. 4 bis 6. 4 bis 6 geht es weiter. Nein. Okay. Britische Wissenschaftler. Ja. So. So. What is this? What have we here? An A-Bomb. So. Jetzt können wir globalen Themen. Jetzt kannst du mal überlegen. Wollen wir nicht überlegen. Zack. Ich habe eine Nation zu öffnen. Achso. Okay. Gut. Dann packe ich den mal zurück. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Genau. Wenn wir gleich mal drüber reden. Stimmt. Und jeder hat noch einen Klentestein pro Runde. Was? Das haben wir noch vergessen. Das stimmt. Wie jeder. Ne, nicht. Jeder kann noch einen platzieren. Echt? Einfach so. Ja. Das Untergrundnetzwerk. Und auch wieder eine Reihenfolge. Ja. Das macht ja schon einen Unterschied. Ja. Kannst du wieder einen reinlegen? Mhm. Ich lege hier einen rein. Raus aus Polen. Raus aus Polen. Ich hätte da gar keine... SIAM muss... Ur-amerikanisches Territorium. Seit mindestens 1914. Ja. 1943. Ich sehe, wir werden uns dort nicht einig werden. Wir werden uns einfach nicht wieder sehen in dieser Region. Das ist alles. Ich würde sagen, du hältst die Queen Mary da raus. Und ich... Well. Und die. That's not. Okay. Dann... Wir gucken die Fronten vor. Die sind ja empfindlich, ne? Die sind nicht so gut wie... Die müsste man es lieben. Das ist jetzt mal ernst. Ja. Das muss man auch. Starling hat es natürlich oft im Spiel. Die muss auch gespielt werden. Die muss auch gespielt werden. Definitiv. Wobei das ist die einzige Karte, die nicht verdeckt sein muss. Weil die Starling Karte, wie gesagt, ist die einzige Karte, die egal ist, wie sie auf der Rückseite aussieht. Weil die ist ja erstmal mit drin. Die wird dann nicht zu klar angemischt. So. Dann gehen wir nochmal den Frontverlauf durch. If any Front is attempting to enter Germany. Haben wir nicht. Place a German army in the Soviet Eastern Front's entry space. If both Western and Eastern Fronts are positioned to enter Germany, position this army to clear. Auf dem, wo wir gerade sind oder auf dem? Entry Space. Entry Space ist Stafford. Da, ja. Middle of the Atlantic. If the US Front marker has not exited the Western Theater Box, trade the German Navy, gibt's nicht mehr. Eastern Horn. If the US Front has not exited the UK Bolero Space, place four German armies in the Eastern Front's entry space. Was? Du hast die doch erreicht. Exited. Exited. Ah, exited. Ah. Hallo? Ja, ja. Das ist. The German war machine is rolling. Atlantic Wall. If the Western Front is in the UK Bolero Space, place one German army in Normandy. Ui. Wir winken uns zu. If the Normandy space has previously been entered, place two German armies in the entry space of the Front, that is closer to Germany. Haben wir nicht. Dann haben wir keine mehr übrig. Dann würden die wieder abgezogen werden? Ja. Dann marschieren schon nicht vier, weil ja die vier nur zu dir gehen, wenn die noch im Bolero stehen. Okay. Keiner Aufstand. The remaining armies haben wir nicht. Okay. Dann wird gewürfelt. Da passiert nichts, weil... Da nichts? Wir machen erstmal da oben. Wir können aber auch erstmal unten verteilen. Wir können auch erstmal beide verteilen und dann würfeln wir. Das geht auch. So unten. If any Front is attempting to enter Japan, all Japanese armies haben wir nicht. If the USS R Front has exited the Far East Theater Box, place two Japanese armies in the Far East Front's entry space. Da, genau. Aber es passiert ja nichts. Da kann sie ehmchen. Ne. If any Front is attempting to enter a B-29 space, place a Japanese army in each of these locations first. B-29. Mhm. Das ist ja kurz davor. Mhm. If there are multiple such spaces, place an order of the Central Pacific Southwest CBI haben wir nicht. Roll a six sided die on a roll of one to two. Place one Japanese Navy in the theater box of front, attempting to enter an amphibious entry space. Wo soll der hin? Attempting to enter in the theater box of a front, attempting to enter... Wenn es mehrere sind... Inter Naval, also einer von den beiden. Central Pacific before Southwest Pacific. Da. Da. Ah, da wo weniger von neun neun sind. Ja, schlau. Na, ist das doof. Ähm. Du willst auch damals nicht proben. Wo willst du da die Punkte zu machen? Ah. Battle of the Philippine Sea and Leite Gulf if the IGN was placed in priority four. Äh, das war's. Was ist die IGN in priority four? Hier. IGN reserve sorties to Central Pacific Theater. Das heißt, äh, die Navy geht Central Pacific. Mhm. After the IGN eliminates the naval support marker roll a six sided die on a roll of one to four. Before the Japanese Navy Reserve is eliminated. It's not placed there. Das heißt, da geht ein Marker weg. Da hinten. Das heißt, ich käme hier nicht voran. Mhm. Weil... Die... Darüber gerufen. Die Navy kaputt. Das kaputt schießt. All remaining armies are randomly distributed. Warte, ich möchte das verstehen. Das sind zwei. Eine... Die eine ist durch die Konferenz da. Battle of the Philippine Sea. Ja. Aber warum machen zwei einen Marker kaputt? Machen sie nicht? Nur wenn... Und zwar dahin zieht, ne? Oder was? Also eine ist eh da. Ja. Eine ist eh da. Nee, nee. Äh, nee, nee. Das ist einfach dieses... Dadurch das Battle of the Philippine Sea, dieses Event, das dort gefunden. Ah, okay. Ah. Und das Event, äh, eliminates the Navy Support Marker. Mhm. Ah, okay. Ja. Roll a six-sided die and a roll of one to four, the Japanese Navy... Ich will das selber machen. Geht unter. Ist eliminated. Für das ganze Spiel? Ja. Eine. Eine. Das ist natürlich... Das ist nicht schlecht. So. Eine Army, die wird jetzt auch wieder randomly... So, ich kann ich mal hier machen. 5. CBI. Sie geht hier hin. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Damit du ungestörter halt verurten kannst. Das hat der Würfel gesagt. Gut, du bist hier der Leiter der Operation. Ja. 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 Auf dem Brett hat oder zu platzieren? Am meisten zu platzieren hat. Okay. Der platziert alle dann? Ja. Die meisten Marker zu platzieren hat oder die meisten in Summe? Ja, die meisten Marker hat zu platzieren. Das ist das gleiche. Die meisten Marker oder die meisten in Summe? Ja. Zwei hat die Frontgrundstärke und du hast vier da drin. Ja. Das ist unentschieden. Bist du bei 10. Der ist auch bei 10. Ja. Dann hebt sich das gegenseitig auf. Kein Vorrücken. Kein Vorrücken. Ja, super. Mehr konnte ich nicht lang bauen. Ja. Das ist der wichtige Idee. Jetzt das hier? Jetzt das da. Da ist nichts gegen. Genau. Da kann man noch... Da sind vier drin. Da sind vier drin. Und... Ah! Und zwei oben drauf sind 10. Das heißt, zwei vor unten. Na, du musst noch würfeln. Ja. Wenn du jetzt... Du kriegst jetzt noch für jeden über 10, ne? Oder ab 10. Gibt es Christian plus 1 schon? Warte mir. Front Modified Strength is 10 or greater. Du musst jetzt in 10 oder mehr würfeln. Achso. Dann gibt es noch ein Breakthrough. Also... Dann gibt es noch ein Breakthrough. Dann gibt es noch ein Breakthrough. Schwupps. Die sind weg. Die sind weg. Die Einheiten kommen alle weg. Gut. Das ist gut. Die Einheiten sind auch weg, ne? Die sind wieder in Germany. Genau. Ja. Genau. Die sind wieder. Das ist das. Dann geht es da unten. Dann geht es da unten. Dann fangen wir an. Dann geht es da unten. Jetzt passiert auch nichts. Ne. Wäre auch nichts passiert. Selbst wenn, ne? Weil wir sehr stark sind. Die sind weg. Genau. Hier kann was passieren. Da kann was passieren. Da kann was passieren. 4. Hier. Alles 2. Immer 2. Immer 2. Das heißt, die Beine heben sich auf. Und du müsstest in 2 Würfeln zählen. 10. Das ist eine Bounce, oder? Ja, du musst runter, ne? Nicht runter. Nicht runter. Ich denke, die muss mal hoch. Equal to the front's modified strength? Quatsch. Eee, warte mal. A front successfully advances on the role of a ten sided dial less than or equal to the front's modified strength. Less than or equal to the front's modified strength. Less than or equal. Ja. A strength is ten or greater C breakthrough. Dann geht es um diesen Breakthrough. kriegst du für wenn ich finde ich nicht verstanden also du musst unter den frontwert würfeln der frontwert ist in diesem fall 22 das heißt musste 1 oder 2 bis runter ist klar das heißt hier bin ich vorgerückt weil das war ein modifizierter von 10 ich musste unter die zehn würfeln genau das für alles ab 10 gibt es ja plus 1 ich konnte aber nicht 10 drunter würfeln genau nein du musst du musst du mal zehn drunter bleiben das haut schon hin das ist automatisch genau der breakthrough funktioniert gar nicht doch der breakthrough funktioniert in dem fall nicht da muss man mehr und dann wird es dann müsste es praktisch neun würfeln 11 haben und dann müsste ich eine 1 würfeln neun ne quatsch nicht du musst es eine 1 zu haben würde aber eine breakthrough von 1 nicht reichen ja du musst nicht 10 drunter sein der wort pass auf also du musst unter dem wert deiner modifizierten front landen genau also in diesem fall hier bei dem beispiel wo ich eben unter zehn hatte vier leute da stehen dann hat es geklappt gleichzeitig rechnest du für jeden punkt über zehn deiner frontstärke plus 1 auf deinen würfel darauf der hat aber nichts zu tun mit dem schaffen der front also du bleibst mit dem wurf mit dem nackten wurf musst du unter diesem wert bleiben du kriegst aber plus 1 auf deinen wurf und wenn der dann 10 und wenn der wurf dann aber über 10 geht also du hast eine frontstärke von von 8 befest du sieben bleib also drunter passt und da geht es vor eine große frontstärke von 11 dann dürftest du eine 10 das drunter dadurch dass eine elf was kriegst du eine plus 1 für den breakthrough 11 dann bei modifizierter würfelwurf mit dem breakthrough bonus ist über 10 also breakthrough das wollte ich nicht verstehe weil sagt man einfach wenn ich das sind zwei verschiedene kalkulationen genau das ist aber nicht schwer ich finde ich jetzt gar nicht hier eigentlich kaum noch chance vorzurücken weil ich eine 1 oder 2 gewonnen ist ja genau 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 frage ja wieso habe ich darauf eingeballert selbst wenn ich jetzt fünf gegen vier gehabt hätte ich kaum eine chance vor zu gehen hätte auch gerne hier lasst es doch wie es ist das habe ich fünf deutschen stehen zurück drängen können die mich nicht stimmt jetzt eine einheit auch woanders einsetzen können ja ja theoretisch ja jetzt auch woanders so aktiv werden können ich wusste ja dass so viele da rüber kommen die haben wir vielleicht doch vorher mal leben sollen vielleicht macht sinn dann auch in zwei ist vierter irgendwann einzutreten weil ich meine das kam jetzt dann auch so raus dass das wichtig ist für stalin das stimmt weil einfach diese dicken punkte in korea laufen die anderen müssen versuchen warum 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 ja weil er acht wenn er hier vorsteht ja wenn er vorsteht sowieso achten das gibt es hier acht siegpunkte for each front position das heißt ich kann jetzt zwei mal achten ja genau plus das was hier drauf steht und ich kriege auch zwar macht wenn ich hier steht für korea und acht wenn du reinkommst ja ja aber kann ich mir zwei mal fünf und einmal acht und zwei mal acht ja das sind 26 du bekommst du einfach sind da zwei macht ein gut muss der letzte schritt noch ins land rein machen ach wer drin ist okay von fritz front in der box da wo sie aufgegeben haben wir geben auf praktisch kapitulieren und wer dann auch in japan steht der krieg abkommt das muss in der runde und alle ja also hier also davor zu rücken fände ich ist es total schwierig das ist schon ja das ist nicht ohne ja ich erinnere mich wirklich dass die ressourcen verballert hat ja jetzt war das schon aber ich habe das letztes mal auch versucht und versucht das geht nicht aber diese runde konnte das schwer aber hier durfte ich ja gar nicht also ich habe ja eigentlich wo aber der muss in der mitte bleiben dann könnt ihr mehr so lange oder wer der ist ja einer gegen zwei wenn ihr nicht wollte dass ich da eintrete da habe ich keine chance zumal es außer ich sitze hinten und ich gewinne den jahren die agenda und habe als letztes noch nicht starten werde auf jeden fall mein stadion aufgeräte aber wir müssen sich wieder in die mitte ziehen das heißt muss genau ich kann ja wenn ich nicht mehr wenn ich nicht stoppen aber wenn es da sagt ja auch stalin wenig schwer also wir hatten und du warst schädchen wäre der schwerste zu spielen oder ja ich mich da ich glaube im moment ist ein eindruck das ist noch so aber eigentlich erste runde hätte für dich ja ja schon stegisch anders offen lassen wenn wir es jetzt noch mal spielen würden ja das ist so ja siebte konferenz übrigens doch in mirko durch den acht gespielt ein falsches spiel und praktiert mit anruft ich möchte die einheit gebieten ich spreche aus erfahrung aber wie war das denn wahrscheinlich aber da war ja schon so gewesen oder ist ja ich dachte ich dachte wir haben zweite runde war es doch tun ja ja ich habe es jetzt zwei mal mit churchley gespielt fand ich echt schwierig was werden wir sagen ja die merkwürdigen siegbedingungen dass man nicht gewinnt wenn sie irgendwie man gewinnt aber irgendwie die anderen nicht ja nicht ich habe so aus als wenn du immer nur von einer reihe das ist sortieren ja man muss so machen und dann zwischendurch aufheben das liebte kann vielleicht auch angenehmer weil die kannst du ja diese werden morgen es liebt das ist ja das muss das sind auch wirklich im vergleich zu koin sind die karten das war nicht so gut definitiv nicht das ist ja der war vom genauss geordnet ja das auch nicht ach den hab ich gar nicht reingemischt nochmal ich habe tatsächlich dieses gleichgewicht zu halten bei den bei den konferenzen die karten rechtzeitig zu spielen und wann welche finde ich ruhig schwer und am ende gut rauszukommen du spielst das irgendwie da ziemlich souverän hin habe ich das gefühl die frage was man will ja das stimmt die hohen karten hätte ich mir für das für das ranziehen der der ender punkte aus jetzt bin ich ja auch entspannt weil ach so jetzt muss man sich mal einstellen wenn man was gewonnen haben ich bekomme jetzt nämlich zwei siegpunkte also noch mal auch ein grund für dich denn die der ja jetzt die runde zwei punkte macht die kommen wir nicht zwei die hatte jetzt einmalig gekriegt ja das hätte im grunde hätte die der stattfinden müssen ja und von jetzt an bin ich sehr stark für die dinge ist der fronze entlastet wir müssen noch mal in norditalien weiter ja und italien ist ein dringendes ziel was kriegst du da was kriegst du in norditalien 3 ich auch 2 kann man bei der agenda auch seinen leader spielen das ist eine coole idee ich guck mir dann mal ganz gerade mal durch die nur zwei und drei es ist der hammer wirklich ich aber auch echt echte löschen drauf hatte also in zwei jahre gehen ja die einer die hauen ja auch eigentlich haben die rossen noch super gut trainierte die marken die noch extrem harte diplomatenausbildung und die muss etwas können dass wir diese freunde gemacht haben die hebt sich auf mit der praktisch und dann war es das hier kann ich nicht vorrücken warum gar nicht würfeln kannst du nachher nur zwei navys hier könntest du vorrücken ja da ist keiner dagegen gekommen ich habe eine 6 eine 8er stärke ich muss auch klappen du musst jetzt unter die 8 unter die 8 klappt das klappt genau dann zu reden ja das ist ja 5 Sekunden für UK und USA also wir müssen dann vorankommen auf einem track tatsächlich behindern das ist natürlich wie so wir ja wir beide noch ja eigentlich am liebsten hier ja aber das kriegen wir jetzt auch nicht mehr hin also das zu machen ist auch weniger das ist schwer die Agenda bei Gleichstand ist es da nochmal gewesen ja das läuft ähnlich warte Stalin If 2 or 3 Staff Cards have the same values starting with Stalin and proceeding to the left player can decide to use the active leader to work the time da schon den Lieder rauszuschmeißen ist natürlich so eine Sache ne ja vor allem mit einer hohe rein spielt sie nicht hoch genug es ist ja komplett für ein Arsch das ist echt gefährlich das ist gezockert das finde ich auch gut ja das ist gezockert das ist aber nicht schlimm ne so eine Konferenz ist ja auch viel zocken glaube ich klar das sind die Spielen garantiert auch geprogramm ich glaube ja hätten sie gut gespielt hätten sie gut gespielt ja gut wahrscheinlich alle nicht mehr dabei jetzt haben sie gleich gut gespielt hat schon mit der Elbow denkt 6 wieso sagt 4 6 naja das ist wieder das gleiche wie vorhin das gleiche wie vorhin ja ich denke der ist tot ne ne der liegt am Friedhof Dill ist tot ja Clement Attlee der Deputy Prime Minister und Leader of the Labour Party der politische Gegner Tretches der minus 2 Abschummung bekommt aber plus 1 wenn ich ihn in der Agenda Phase rausrauch dann ja gegen 3 das heißt ich darf eine Agenda auf 3 direkt ziehen ne ja gegen 2 ach die wenigste Was bekommt man für die Liedergeschichte? Kriegst du die Siegpunktmarkerkarte da? Meinst du das Siegpunkt? Ne, ich meine, da kommen wir doch Einheiten oder was? Da kriegst du 2, wenn du jetzt gewinnst, das ist die Issue, kriegst du schon 2 Bonus. Das ist schon mal gut. Offensiv Support. Deswegen würde ich ganz gerne über unsere Rolle im Pacific reden. Du bist doch... Das mit so hoch da rein, das ist ja... Indirekt mit 3 da rein. Ja, warum nicht? Wenn du das willst, mach es. Churchill. Na, ich nehme wieder die Leute directed. Komm, directed. Das Ganze 4, ne? Aber diesmal bin ich sehr stark dafür auch, dass wir uns über den Delay vielleicht unterhalten sollen. Ja, echt? Ja, du warst ja eben der Einzige, der den bewegt hat, glaube ich, ne? Ja. Du musst dich vor und verhindern, ja. Ich würde ihn diesmal aber nur bewegen, falls ich damit meine Mehrheit sichern kann. Tolle Argumentation. Ich muss jetzt 2 Themen raussuchen, ne? Ja. Die Day wird ja einer von euch vielleicht auch noch erbarmen vielleicht. Wirklich? Oder muss ich das jetzt aufmachen? Ja, das weiß ich nicht. Zwei Themen, die man nicht bewegen kann, bei euch da einlegen. Ich würde auch mal was für meine eigenen Interessen tun. Das ist gut. Das ist gut. Ich würde auch mal an meinen eigenen Interessen arbeiten. Ja. An deinen Interessen. An meinen Interessen. Wow. Und... Das ist unconvenient. Und auch über deine Produktion könnten wir uns unterhalten. Dann reden wir über Produktion. Und wir gucken, was ich für Verhandlungszüge habe. Das ist thematisch. Schirrschel war auch ein schwieriger Mensch. Das glaube ich schon, ja. Das passt wohl. Sorry. Aha. Okay. Jetzt zerfleischen wir uns hier. Und... Laut Karte war gar nichts schon drin. Haben wir die überhaupt angeguckt, die Karte? Oh, die kommt jetzt. Das haben wir vergessen. Vorher, ne? Italien Offensive. Must use one production to place an Offensive in the military theater. Schon wieder? Ja. Die Produktion hier, ne? Stalin stays in Moscow. Cannot use Stalin during the conference to advance an issue. Aber Stalin... Wo sieht der eigentlich? Can still debate. In welchem Land sind wir? Wir sind in Quebec. Ah, aber wofür kann ich ihn nicht benutzen? Die Kanada kommt für das. Genau. Du kannst keine Issue voranbringen. Du kannst aber debaten mit ihnen. Du kannst wahrscheinlich kurz anrufen und sagt Stalin... Ah, okay. Das rote Telefon leuchtet. Es glüht. Es glüht. Und selbst jetzt kann ein Klingeltonen. Must place one production market in the western tier. Das wäre ja ein Punkt für den D-Day. Ja, wäre so. Das wäre schon, ne? Aber da hat keiner will. Hat keiner von euch den D-Day reingebracht? Nein. Gothic Line. One German... Government in Exile Leadership in Broglio. Roll one d six. One, two, three. Roll that number of times on the pool mill table. Remove a political alignment from those locations. Political Alignment. Geht ganz klar. So, dann würfel mal. Ich soll ich mal würfeln? Eins bis drei. 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 Es passiert dreimal. Dreimal? Ja, muss ja nicht Treffer sein. Erster Wurf. Nee, ich muss zwei Würfel haben. Erster oder zweiter Wurf. Vier. Vier. Sechs. France. Vier sechstes France. Ah, das ist aber... Das hast du ja auch gut gemacht. Das ist aber freudig. Mach mal. Sechs. Vier. Vietnam. Vietnam. Vier. Ne, es kann. Ne, es kann. Es geht ja nur mit Leidment. Es geht nur mit Leidment. Und das letzte ist zwei. Eins. Finnland. Okay. Das hat nur die Amerikaner geschwächt. Das hat nur die Amerikaner geschwächt. Das ist aber ärgerlich. Was haben wir runter für das Team? Government in Exile Leadership in Broklio. Oh. Ich wusste gar nicht, dass in Frankreich irgendwie so eine Exilregionsgeschichte umgangen ist. Wenn Churchill die Konferenz anführt, ist alles gut für ihn. Wenn er nicht die Agenda setzt, wird es glaube ich schwer. Wieso? Warum? Mir war es fast egal, welche Agenda gesetzt wird. Also tatsächlich. Ja. Gut, dass jetzt einmal etwas weiter oben ist, ist schön. Ja, aber. Ne, ich finde das schon, das ist schon ein Riesenvorteil. Ja, ja, ja. Definitiv. Man kann es immer reagieren. Das ist einen echten Vorteil. Also dass ich jetzt, das letzte Wort habe ich ja, was gemacht wird. Völlig heftige Konferenz. Wir machen uns hier noch gegenseitig Grund gerade. Wir sagen, wer wo eingesetzt werden soll. Ja. Letztendlich ist es egal. Wir müssen, da können wir nichts machen. An der Front. Das heißt, wir können eigentlich nur an den 5 Fronten gerade agieren. Ja. Die ist aber auch noch nicht eröffnet. Die soll nicht eröffnet werden. Kann eröffnet werden. Also 1, 2, 3, 4. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Die ist ja auch dabei. Genau, du hast immer das letzte Wort. Genau. Ja, das hat man auch in der ersten Konferenz gemerkt. Ich habe immer noch nicht verstanden, wonach das nachher geht. Kann ich wieder damit rechnen, dass hier 5 rüber geht? Aber es sind ja nur 5 insgesamt. Einer ist da. Einer ist da. Diesmal kommen... Das muss man ja wissen. Ja, ja. Es geht immer nach der Tabelle da oben. Europe. Ah, okay. Da steht. Das ist genau das, was ich vorgelesen habe. Du kannst es aber auch hier. Ich weiß gar nicht, ob das hier... Achsenstreitkräfte. Ja, da ist Achsenstreitkräfte in Europa. Ah, okay. Dann rechnet sich das auf. Irgendwann müssen wir auch Deutschland besiegt haben, ne? Besser wärs. Was passiert, wenn der Staffel durch ist? Die 10. Konferenz und Deutschland das nicht mal angehen? Nicht gut. Das wäre doof, ne? Und die marschieren nicht ein hier, ne? Ja, ich kriege auf jeden Fall wieder so. Nein, die marschieren nicht ein. Einen kriege ich sowieso. Und 4 kriege ich, wenn ihr hier nicht raus seid. Also kriege ich 5. Ja. 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 Du stehst da. Ja. 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 Er möchte mal über die britische Produktion reden. Der Schukow. Wenn er das tut, über Produktionen rede, kriegt er plus 1. Auf seinen Würfelboden. Belegt das so zu mir. Belegt das so zu mir. Britische. Ja, deswegen. Satt mir. Steht so ein Pakt vor, oder deswegen? Nein, nein, nur so. Dann hast du so noch ein Bild. Also nur 4. Nur 4. Nur 4. Das winke ich durch. Ja, ich finde die Briten da. Ah, stark. Ich muss ja nicht die Welten. Ne, das musst du nicht. Ne, ne die Welten muss ja eigentlich nur wenn es hier oben ist. Ne. Ich sehe sonst keinen Vorteil zu die Welten. Nee, aber du müsstest jetzt auch reagieren und es kann jetzt gleich rüberziehen, ne? Okay, dann kannst du immer noch debaten, ja. Kann ich immer noch debaten. Das kannst du erst machen, wenn du dran bist. Richtig. Die Frage ist halt, ob du so rüberziehen willst, ne? Ich werde mal den Harold L. Ickes losschicken. Secretary of Interior. Wenn Roosevelt active ist, kriegt er einen drauf. Das heißt, wenn ich bei vier... Das können wir jetzt wissen, das stimmt. Ja, das stimmt. Und mit den Vieren würde ich ganz gerne mal über die Directed Offensives der Briten verhandeln. Ja. Das ist schön. Ich schicke mal Sir Alan Brook ins Rennen, Chief of Imperial Staff. Das ist eine Karte, wo ich würfeln. Und zwar bekomme ich plus 1 auf Stärke für UK oder US Directed Offensives. Und meine Directed Offensives hier, ne? 1D6. Und das ist ein 4, 5. Fünf in meiner Richtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Danke, Sir. Das lasse ich so durch. Ja, ich auch. Ich bin dann eher dafür... Ach, warte mal, ich habe die Karte wieder falsch verstanden. Egal. Ich spiele die trotzdem. Warte mal, warte mal, warte mal. Habt ihr nicht gesehen, ne? Nein. Cool, ich habe ihn nicht gesehen. Cool, ich habe ihn nicht gesehen. Cool, ich habe ihn nicht gesehen. Der kriegt ja bloß einen, wenn er auf Directed Offensives geht. Aber hat er mehr 6. Mhm. 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 Ich möchte mal ein bisschen über britische Interessen hier im Allgemeinen sprechen. Ja. Herziehen. Herziehen. Das ist doch eigentlich unser Plan, dass wir beide uns hinterher die Welt aufteilen, ne? Theoretisch... So stand es geschrieben. Ich würde gern sagen, ob ich über das Thema noch mal reden würde. Krass. Deinen Kriegseintritt finde ich gar nicht mal so interessant gerade. Ah. Aber ich finde den nicht unwichtig da unten. Wir können ja auch über das Thema reden. Ja. Ich würde ja so ein Leadership übernehmen da unten, ne? Ah, ne, hast du gar nicht mehr geholt. Die wolltest du erst holen, ne? Hast du nicht genommen. Ich werde mal mit Frank Knox über Produktion reden. Das macht er ganz gut. Und wenn er nämlich diese Produktion hier so rüberzieht. Und wenn ich mit ihm über Produktion rede, komme ich sofort zwei Nebelmarker. Ja. Das ist natürlich eine super Sache. Ah, die musst du noch nicht platzieren? Nö. Okay. Aber das kann ich ja nicht schon machen. Wo kommen die wohl hinkommen? Der eine ist klar. 5 ist Max, ne? 5 ist Max, ne? Ja. 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 Dann reden wir über US-Produktion. Mit 6. Sir Stafford Cripps. Lord Privacy. Wie heißt der House of Commons? US? Was ist immer über US-Gerät? UK-Production. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Die Bete zu das? Hm? Die Bete zu das? Äh. Ne. 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 aber wir reden über US-Production. Das war UK-Production. Dann fällt der flach. Passmarke auch. Also Passmarke ist schon geil. Damit bist du dran. Lihi ist noch mal kurz schlafen gegangen. Das ist mein Thema. Josef kann ich ja nur nehmen zum debattieren. Nur als Reaktor. Ich nehme mal diesen hier. Mit einer mächtigen Eins. Oh ja. Wenn ich den auf eine direkte Offensive spiele. Directed Offensive. Was ich ja tue. Dann macht er mehr. Wenn der in der Mitte bleibt, passiert mir ja gar nichts. Nein. Dann kriege ich einen Offensivmarker. Und ich muss würfeln und ich hoffe, er verschwindet aus meinem Blick. Das wäre nicht so schlimm. So, er ist killed. In der Ambush. In der Ambush. Oh. Nicht mal wie krank gewesen oder sowas. Einfach ein Unbeliebnis. Ein Unbeliebnis. Ein Großkritiker oder was? Kennt ihr nicht. Hat sich gegen Stalin ausgesprochen. Ach ne, was würfel ich eigentlich? Ich würfel. Das war auch schon. Siehst du damit ärgerlich aus, die Steinchen. Churchill wirft erstmal Stalin um und wirft ihn raus. Genau. Wie damals. So. Dann bist du da, Chris. Ja. Oder wollte jemand da was? Nein, nein. Um Gottes willen. Der lässt sich jetzt ja auch nicht mehr rückgängig machen. Der lebt ja nicht mehr. Der lebt ja nicht mehr. Die haben hier vorhin einen Fehler gemacht. Diese Nied-Fähigkeit, ne? Nazdalien. Nazdalien hat er selber nicht. Okay. Er ist gerade. Ja, stimmt. Mist. Aber es war egal. Es war die A-Bombe. Es war die A-Bombe, die ist in den Werk gewandert. Oder trotzdem. Es war die A-Karte, sozusagen. Also nicht erforscht, weil ich schlecht überfühlt habe. Ich werde mich mal hier über die US-Produktion austauschen. Ja, machen, genau. Die US-Produktion? Ja. Ich glaube, er will mal was sichern. Und die ist mit drei drüber. Okay. Mit drei drüber. Ja, also zwei drüber jetzt. Möchte da jemand die Band? Ich nicht. Also nur kurz zuerst für mich. Wart mich. Dann darf ich ja wieder. Mhm. Echte Rotskarten-Sental hier vorhanden. Also John Anderson, Lord President of the Council, möchte über diese Directed Order sprechen. Mhm. Eins, zwei, drei, vier. Und wirfelt jetzt nochmal und bei einer Eins bekommt er zwei Offensive Support Markers. Nein. Das ist stark, ne? Möchtest du was tun? Welchen hat er gezogen? Den, ne? Ne, den. Directed Offense. Directed Offense. Ah, warte mal. Ne, da kann ich so richtig was gegen machen. Ich hätte gerne mal so einen Passmarker. Wenn wir mit Harry Hopkins mal dagegen vorgehen. Harry Hopkins. Harry Hopkins. Ne, Harry Hopkins. Genau, ein Presidential Advisor. Allerdings nur von Roosevelt. Bei Truman kriegt er Minus drei. Mit dem kann er nicht so gut, ne? Aber auf jeden Fall, ja. Ja, okay. Dann darf jetzt. Josef. Ja, der mal wieder hinten liegt. Ich finde für Stalin, finde ich, die Verhandlungen habe ich schwer. Das stimmt. Ja, es ist schon ein bisschen zwei gegen einen. Er muss eigentlich die Directed Offense ziehen, damit die Leute ihn im Osten unterstützen. Ja. Oder damit er gezielt auch den, äh gut, der Dieter kommt nicht zustande jetzt. Von daher muss er so da nicht hinlegen. Ja, aber ich muss auch die richtigen Leute dafür haben. Das heißt Harry Potter, Mensch. Stimmt, der war's, ne? Wer? Harry Potter. Ja, der war in den Zweiten Weltkrieg geworden. Ja, ja. Ich muss jetzt mal hier einen langsamen Plan machen. Ja, eine Directed Offense habe ich mir ja schon ein bisschen gehört. Ja, das unterstütze ich natürlich gerne, Bruno. Ich werde jetzt einfach mal den hier spielen. Wir haben wirklich cool. Fünf war eventuell. Fünf war, wenn ich auf Euroware, dann gehe ich hier mal einfach hoch. Ich will einfach, ich will ja auch die Konferenz mal ein bisschen machen. Auf jeden Fall vielleicht. Ich werde mal passen. Das ist auch schön. Ja. Wenn ich die Karten ab und dann bist du raus. Passen oder schieben? Schieben. Schieben. Das ist ein Haarschweiter rein. Jetzt kommt er aber. Weil jetzt liegt das Ding versichert, wie er es trackt. Jetzt kann ich das mit vier hier rüberziehen. Eins, zwei, drei, vier. Das ist ein Chief of the Imperial General Staff. Wir müssen was tun. Ja. Ich muss nicht. Bei welchen hast du genommen? Ich kann mich entscheiden. Also wenn ich einen von denen habe. Welchen hast du jetzt geschoben? Den hier. Direct Offense. Den hast du. Ja. Wenn ich jetzt, wenn jetzt einer Debate macht, kann man wieder einer Debate machen als Reaktion? Nein, gegen die Debatte gibt es nicht. Also ich wäre im Moment noch dafür, dass die U-Leute in den Krieg eintritt. Im Moment noch. Ich bin mir nicht mehr so sicher, wenn ich an andere wichtige Themen nicht mehr so gut herankomme. Glaub mal. Wenn ich da nicht anknicke an der Stelle. Ich bin da ein bisschen. Ich bin nicht ganz so der Heli. Das ist rote Telefunk-Single. Dann überlege ich jetzt, ob ich mir loswerden. Das ist ja ein Tritt. Den will ich nicht. Also Staline. Sieben. Sofort Check Ostamerika annehmen. Eieieiei. Jetzt wird es aber böse da. Ich kriege einen Passmarker, ne? Ja. Da komme ich jetzt ja gar nicht mehr ran. Ich weiß nicht, was ich anlassen. Ja, mit Josef, ja. Mit Josef? Äh, mit Josef. Josef Churchill. Der Herr. Du hast die Hunde am Arm eintätowiert gehabt. Oh, lalala. Jetzt darfst du, ne? Jetzt bin ich dran. Bist du dran? Pass direkt. Du passt. Du passt. Ah, es ist so blöd, dass du immer noch nachher bist. Immer noch zwei Karten, ne? Ja. Aber trotzdem wird der J. Edgar... Die englische Produktion haben wir da herholt. Die wird er holen. Also, kapern wir jetzt zu böse ausgedruckt haben. Aber man muss da einfach mal so übergrundlegende Sachen... Da kann ich jetzt... Wo wir eh gerade im Lande den Video vorbereiten. Da kann ich auch dagegen reden. Wir können sich jetzt dagegen reden. Das mache ich auch. Mit 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die UK-Produktion bleibt UK-Produktion. Der Minister of Production weiß es genau. Diese Einheiten können nicht dort eingesetzt werden. Sie sind überhaupt nicht dafür... Wir haben aber gar nicht das Material, um das herzustellen, was du gerade forderst. Du weißt, dass das Quatsch ist. Natürlich. Aber offenbar weiß er das nicht. Jetzt bin ich dran. Ich kriege einen Passmarker. Ich passe. Es ist so wichtig, die Agenda-Phase zu gewinnen. Im Moment ist das da ziemlich klar. Aber ich muss mich mit dem ziehen. Das ist das Dumme dabei. Das ist echt das Dumme dabei. Ich muss... Es sei denn, ich ziehe mich da hinten noch ein bisschen. ich war mal auf das 3 reichen für den sieg darum spiele ich mal boris hier auf mit 424 möchte da jemand gegen das einwenden weil die beiden rauszuholen ist schwierig schwierig doch 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 der franklin wo wir schon also in kanada sind und du hast das dagegen ja okay ja hier zwei drüber auf 4 also 7 3 zurück 3 zurück ach so warte da hilfst du ja habe ich dann nicht mit dir gerechnet naja an der stelle das finde ich auch nein nein da muss ich an anderer stelle besser die fähren ja aber ist dann so du hast dann auch zwei ich hatte mich hatte landet landet das wird ja die differenz genannt ja nicht wenn ich von hier mit einer vier gestalten ja genau und er geht nicht von hier mit einer sieben runter nein alles klar dass wir hier auf die acht und dann geht er auf 1 ja ich möchte nicht dass du wieder welt macht wirst das können wir verhandeln das können wir verhandeln verhindern oder verhandeln dann kann wenn wir jetzt ein teil hätten du 3 und ich 3 wer bricht dann das teil das kann jetzt auch in einer normale karte spielt sein ruß wird eh nicht mehr spielen als veto eine normale karte spielger die kurs wird nicht mehr spielen das war genau aber dann kann ich halt zum teil ja das würde gehen aber trotzdem ich werde bei den jay king weil er ist gerade ein bisschen unfähig hier ich werde franklin ich werde noch mal franklins herz testen ja so das da freue ich mich natürlich weil damit habe ich die debatte gewonnen ich muss gucken ob ich muss gucken wie gesundheit weißt ja ja gut du könntest da den hier rüber ziehen dann hätten wir alle zwei jetzt alle zwei und dann würdest du die gewinnen weil du als einzige noch ein leader hast da müsstest du aber 1 2 3 4 5 jahre hallo der karte könnte ich den dahin bewegen wenn ich jetzt winston benutze dann könnte ich dann gibt es kein teilwerk mehr gibt es kein tiebreaker mehr was ist denn dann wenn kein tiebreaker mehr da ist das ist eine gute frage kannst du was passiert wenn kein tiebreaker mehr gibt also wenn alle drei leader eingegriffen haben dann us players national fähigkeit also meine charakteristik win tiebreaker also wenn ihr nicht einsetzt gewinne ich das ist ja ungünstig das heißt wenn ich jetzt dafür würde ich dann schadstück die nächste runde aufs spiel setzen wäre das schlecht also ich kann das nicht mehr gewinnen ja genau du hast mit Churchill immer die gefahr dass der nicht so in die ganze ausfällt und hier gewinnt man entweder ganz oder gar nicht entweder gewinnt man die konferenz oder nicht das heißt ich kann jetzt hier den gewinn der konferenz überlassen oder den rausziehen wie ihm überlassen ja also wenn wir jetzt welche nicht rausnehmen dann gewinnst du weil du drei hast genau wenn ich den hier rausziehe fünf siegpunkte ja klar für dieses fünf wenn ich den rausziehe bekommst du oder du ziehst den für ihn das darfst du ja nicht ich darfst nicht ich könnte den auch rausziehen dann gewinst trotzdem du aber es wird kein krieg geben ja das heißt aber dann würde ich in der ostfront weiterkommen mit den ganzen kräften die ich mir da gebunkert habe ja die habe ich ja eh ne aber würde ich schon eine chance haben die habe ich schon geschenkt gekriegt bestimmt ich kann ja nichts gewinnen dabei für mich das heißt ich würde die nicht rausziehen das heißt ich spiele auf jeden fall zu henry cb wami's milky secretary of the secretary of state of war also der sekretär des sekretärs wenn ich ihn in uk directed defensive spüren würde wäre das hätte vier ansonsten drei bringt mir gar nichts ich entscheide jetzt einfach nur ob ich die directed defensive dahin lege oder einen kriegverein lassen oder einen kriegverein lassen oder einen kriegverein lassen ja im junkie churceller große friedensminister wir haben darüber gesprochen sei froh ich die anderen peacefullye an der darmisch jetzt dann hältst du euch den traum ich habe es dir gesagt wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich nicht wenn ich da nicht durchkommen dann dann verhindere ich dann nein du musst jetzt gar nicht ich möchte mich auch nicht aufregen das bekomme ich wieder okay aber ich bin ich machen das schon mal die bunde kann das ja selten aber es kommt noch gar nicht die frage jetzt kommt jetzt kommt die guter ist eigentlich echt irrelevant aber der ist zumindest bei der jetzt hier selbstbestimmt das passiert nichts und die produkte sieht auch nicht mehr also letztendlich haben nichts gewonnen hat sein interessen geschützt und nichts gewonnen irgendwie die wahl die wahl sind los ja das ist der kann ich auch weglegen mein eigenes sicherung bringt ja genau so es geht wieder los gezielte offensive damit darfst du bestimmen wo wir hin sollen jeweils einer von euch du kannst du es beide hinlegen nein nein hier ein darfst du einen genau ja ich habe ja nur eine front ja also ostfront alle in die ost und zwei produktionsmarker müssen dahin von uns ja sehr schön zwei 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 ja ja auch zwei direkt offensive zwei stück recht ist ja mächtig ja ich dachte wenn man selber hat man zwei und wenn der andere kriegt dann keine einen davon haben ich habe auch meine eigene gehabt was ist mit der krieg auch zwei das ist ja ja die haben ich ja frei verfügen ja also zumindest du hast freien will dann folgt weiß ich nicht aber ich glaube der war noch ein bisschen erfolgsorientiert guten abend ihr strategen ja hi angelo hallo und meli ok 3 ja die drei wir machen weiter zweite front haben wir nicht wo es ist er erklärt japanen krieg steht findet nicht statt muss das musst du den mit der zigarre du wolltest du wolltest ja nicht so produktionsmarker haben darüber gesprochen zuteil der produktions gemäß marke haben wir schon gemacht konferenz gerade direkt offensiv das haben wir schon alles verteilt jetzt kann man den rest verteilen der produktions kann und zwar unterstützung an anderen fronten da kriegt aber nur einen dafür immer jetzt ne gegen produktionsmarker dafür wir müssen auch schon ein bisschen gleichmäßig ziehen also dann kommen wir voran also ostfront kommen wir jetzt gemeinsam voran also das muss ich auch noch würfeln so wie wir es beschlossen haben werden wir da gleich großen also ich werde mich in dieser in dieser woche geht es für mich ähnlich um den wir haben viel wichtigere themen gerade wir müssen uns um europa kümmern europa ist gerade unser haupt thema ja er möchte in italien weiter ich möchte gerne hier werde ich mal zwei platzieren und jetzt hat man so ein bisschen das spiel das spiel ist ja nicht schwer man muss aber so ein bisschen die abläufe das was alles sehr über kreuz geht und wirklich auch zweigeteilt stattfindet jeder hat nicht nur so seins auch vor augen du willst natürlich nur da du musst da ganz klar jeder hat so ein bisschen sein ding muss aber ganz gerne auch da ich möchte aneinander unterstützen so aber unterstützen die höchsten dass hier dass man sich hier anbote macht er hat mich da eigentlich wieder so mehr davon der verhandelt ja vielleicht ein bisschen freundlicher stimmen sollen hätte der vielleicht das ist ja das stimmt das ist es werden gerade gespielt und begeistert ja super weil ich das eigentlich ist ganz klar warum du hast gerade 50 punkte durch das den bekommen da hinten bekommst du ach sobald du da habe aber da kommt ich ja bitte kriegt einige runden haben wir denn noch wir haben auch das ist die zweite dass die zweite ein bisschen ist noch und wir haben fünf fünf runden ja ich habe noch drei runden das wird schon eng was bedenkt dann muss ich schon erfolgreich und ich müsste jetzt um die überhaupt zu erreichen jedes mal vorrücken wieso das denn jetzt hast du ja auch mit jedes mal gar nicht mehr hier musst du schon einmal mit aber mit mit so dann haben wir unsere einheit verteilt haben wir nicht diese woche kriegsschauplatzkommando aber auch nicht was kriegsschauplatzkommando also spezifizierter command haben wir nicht erforsche und der ellbaum haben wir auch nicht globale thema haben wir auch nicht also front ich sehe schon wir schaffen nachher deutschland nicht weil wir nicht einmarschieren lassen wenn nicht hinloggen und dann haben wir alle das spiel verloren auch nein dann gibt es noch ein dann ist deutschland auch noch ein gewinner also zu sagen naja es gibt das wird dann alles errechnet alles so ja das weiß ich ja schon fangen wir oben an das sind ja erstmal müssen wir die dinger legen ja einer kommt sowieso erst mal an die frauen glaube ich punkt 1 ja to german armys remain in germany ist aber dann sowieso ist dann von der well of the atlantic haben wir nicht ist dann hort von vier mal drauf vier mal drauf doch der ist ja schon platziert ist der western von das in uk bolero space place one army haben wir nicht mehr und überall haben wir auch keine mehr das bleibt so pacific any front attempt to enter japan haben wir auch nicht the users our front has exited the five theater box place two japanese armies far east if any front is attempting to enter v29 space place a japanese army in each of these locations first if there are multiple such places placed in order roll a six-sided die on a roll of one to two place one japanese navy in the theater box yeah if you look at my place a japanese navy in the theater box of a front attempting to enter amphibious entry space this is 1 von den if there is a choice central pacific before southwest okay this is good before southwest before cbi battle of the philippine in leitegulf haben wir nicht und all remaining armies are randomly distributed between the central pacific south west pacific cbi front tracks okay die bleibt die wird verteilt zufällig wie sechs und einfach wir finden auch für vier southwest so hier ist es jetzt so die name erhebt sich auf mit dem ich habe vier reingelegt die macht sich gegenseitig okay dann europa dann okay fünf gegen vier vier so acht muss unter acht würfeln du musst unter acht würfeln das könnte klar nehmen an bc w6 wärst du ein wert wird vielleicht ja das ist soll ja auch noch mit spaß machen okay okay in die ukraine der einzige hätte ich schon mal wissen was der was gerissen hat dann norditalien die haben sich auf 4 4 plus 4 unter 4 nehmen man auch den zähner unter 4 hier oder runter hier oder drunter okay das klappt nicht dann da die reiben sich auf und auch und unter zwei ich meine oh ich muss mir nachher ja nächstes spüren wir irgendwas gegen england gut 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 weiter ja ja nummer 8 kennst du den markern noch verteilen ja hier noch einen da läuft ja wir sind in moskau wir sind in moskau in moskau ich verstehe gerade vom spiel nicht viel bin zu spät zugeschaltet wenn du begeistert bist holt ihr die zweite weiter und macht das spiel vollkommen gut welche bei mir ist heute die planung eingetroffen ich bin nicht zu hause das ist ärgerlich die planung ist auch klasse ich verstehe auch nichts aber mein finger schwebt schon über dem order knapp es ist toll es ist wirklich toll es macht spaß ja ne das ist diese debatten ist ein großartiges spiel definitiv man ist auch voll im thema ja total es geht hier jetzt nicht darum irgendwie dass du meine einheit irgendwo einsetzt sondern darum dass ich diese diskussion hier gewinne genau das geht ums prinzip das geht ums prinzip genau das ist super ist churchill solo gut wir haben es alle noch nicht solo gespielt genau es hat bots auf jeden fall es hat extra solitäre regeln da fehlen die halt diese die konferenz zufällig ne nicht zufällig so wenn dann ne wenn dann dinger sind das bots auch die auch die konferenz ja guck mal an das spiel das ist glaube ich das bots da ist natürlich der stalin bot da ist ja der poker effekt ein bisschen weg ja der poker der ist weg das hast du halt ja das ist ja schön bei der implement andycon roll 1d6 ja das kannst du natürlich nicht verhandeln das sind halt so sagt diese interaktion das hat das cool an dem spiel warum wollt ihr denn jetzt sind die day und ich auf der ostfront zu den lasten geschaut ist ja eigentlich naja ich gucke mir wieder eure hilfe naja ihr habt mir eben behauptet aber jetzt müssen wir wieder ich werde nicht mehr reingemischt welche die wir zacken werden nicht reingemischt ach weiß doch gerade habe ich schon gemischt das weiß ich nicht da steht immer sehr aus für den richtigen drei karten und kein stalin echt das wusste ich nicht den hatte ich auf jeden fall also ich bin ich habe gemischt müssen wir nach moskau fliegen so wir müssen mal die konferenz abarbeiten jetzt hat auch eine angenehme runde bei uns war es voll aggro wegen eines spielers ja okay das kann ich vorstellen dass sie auch leute ja wir sind ja grundsätzlich wir verhandeln gerne und fahren das auch gerne in den rücken aber das macht halt einen spaß das ist wir haben immer spaß dabei also einen aggrowert haben wir eigentlich überhaupt nicht ne 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 oder den hatte ich auch ich musste etwas tragen als ich eben hatte eigentlich hatte auch niemanden so dabei der aggro werden könnte wo man sagt mit dem wird das nicht spielen oder achten nach jeder leute nö ne das geht alles ja die konferenz muss noch mal abarbeiten ich muss mal eben noch die videokarten hatte ich eben sieben ne ne so ich mach mal die konferenz Churchill Mountbatten in Cairo, must use one production to place an offensive in the CBI Theater. Du musst eine Produktion in CBI investieren. Da kann ich doch nichts mehr gewinnen. Northern Flank. If less than three naval support in der Arctic Theater, U-Boats roll 1d6. 1 bis 3 Murmans Convoy plus 1 USSR Production, 4 bis 6 No Convoy or 3 plus naval support receive Murmans Convoy plus 1 USSR Production. Du musst gleich mal würfeln. Was denn? Worum geht's? Du musst mit W6 würfeln, ob du Murmans Convoy kriegst in dieser Runde. Bei 1 bis 3 kriegst du Murmans Convoy. Bei 1 bis 6 kriegst du Murmans Convoy. 1 bis 3. Moment, okay. Du kriegst Murmans Convoy. Ja, das ist mit dem Schiff. Ne, das ist der andere. Der andere im Schiff. Roosevelt stays in Washington. Okay, ich boykottiere alte Olympische Spiele in Moskau. Ach, die Konferenz bei uns? Ja, bei uns. Heimspiel, Heimspiel. Heimspiel. Cannot use Roosevelt during this conference to advance an issue. Can still debate. Also ich kann anrufen kurz vorher. Ne, wenn ich das mit der Zeitverschiebung gemacht bekomme. Aber ich sollte noch was verpasst, was du da vorgelesen hast? Nein. War gerade, okay. Churchill musste hier produzieren. Ja, ich muss immer da irgendwo. Und ich komme halt nicht. Und dann haben wir Late-Golf. IGN sorties in Southwest Pacific Theater. In one Japanese reserve in Southwest Pacific Theater. Japanese Theater. Sieben gaben wieder, ne? So, die hier so. Chris? Was denn? Sieben gaben. Late-Golf. Hier wieder, ne. Manchuria, das ist nachher erst. Das passiert durch die Konferenz. So, Partisan Disput. Das ist übel. Das kann daneben gehen. Roll 1d6. Willst du das mal machen, diesmal? Number of on the pole mill table. Ach, das ist das genau. Klendestein Markers remove. Ne, das ist doch nicht so schlimm. Vier mal. Ne, Quatsch. Vier mal. Ne, vier bis sechs nur Effekt. Das passiert gar nichts. Sehr gut. Einmal muss es doch nicht so schlimm. Die feiernde Lake-Bots machen mich fertig. Das glaube ich. Das glaube ich, die Bots bei Coins sind heftig. Das ist... Wir machen ihn fertig jetzt... Zu steuern? Zu steuern, ne? Oder spielen nicht an die Wand. Ich glaube, also ich habe das noch nicht gemacht, aber ich kann mir das stellen, wir es heftig brauchen. Mit drei Bots. Das macht, glaube ich, nicht mehr richtig Spaß. Du weißt schon, welchen Mal hast du aus? Ich schicke, wen schicke ihr denn? Ich habe meine Karten noch nicht mal geguckt. Ich habe mich zur Wechselwerke packt. Weil einen hatte ich ja eben... Ist ja eben über die Klinge gesprungen. Ja. Dann habe ich so lange den siebten gesucht. Das ist ja super. Das sind ja echte Helden diesmal. Das freut mich. Ich stelle ich die Biermannschaft nach Moskau geschickt. So, es geht nach Moskau. Wer will? Genau. Los, und ich bleib hier. Ich kriege es doch heute fast pünkt viel hier. Morgen lassen wir bei Stalins zu Hause. Oh, das war ja. Oh, das war das Tor. Den muss ich behalten. Den muss ich behalten. Das ist gut. Den muss, oh, den muss ich ja alle in der Konferenz behalten. Das ist eh schwer. Das muss ich auch sagen. Ich gebe das so. Drei. Fünf. Eins. Ja. Ja, ich hau immer die Treppe jetzt mal nach oben, aber ich will nicht loswerden, die Jungs. Vier. Für dich. Vier für mich. Ich würde mich gerne über Pollmil unterhalten. Vier. Dann ist Mirko dran. Ich finde Pollmil tatsächlich auch ganz total interessant. Das ist schön, dass ihr die Marke einspielt. Ich finde die Strategie. Ach, hier will ich jetzt. Wieder kein D-Day. Dann kann jetzt Josef gerne mal anberaumen. Das haben. Es gibt zwei Agenden, die er eigentlich irgendwann reindrücken muss. Also ich nehme den zurück. Das möchte ich leider sonst. Danke. Das können wir nie durch. Die A-Bombe ist für mich ja auch, ich meine, ich kriege immer drei Punkte für jeden Schritt. Aber wenn du da oben nicht hinkommst, kriege ich auch drei Punkte. Ja. Aber das kann erst mal so ein bisschen ruhig so bleiben. Die globalen Geschwisse sind so wichtig, weil wir noch gar nicht so viel mit diesen Markern haben. Das kommt ja jetzt langsam erst. Ich fand eigentlich, dass Sei froh, dass ihr eigentlich ganz gut da mich unterstützt habt an der Front. Und ich soll dich unterstützen. Oh, die Amerikaner wollte ich dich sagen. Die Amerikaner sind doch viele. Also diesmal, ich bin immer da. Du kriegst immer da für alle. Wenn ich eh in Moskau bin, kann ich eh vorbeikommen mit dem Panzer. Ich müsste gleich mal eine kurze fünf Minuten Pause machen. Ja, können wir machen. Toilette und... Ist okay. Oder wollen wir eben nach der... Je nachdem, wie du das durchhältst. Ich weiß es nicht. Ja, wir können das... Wir können ja mal eben... Ich platziere noch mal meine Agenten und dann machen wir eine kurze Pause. Okay. Stimmt. Also ich würde tatsächlich gerne mal hier über dieses gelbe Ding reden. Mhm. Ach, ich hab's nicht angesprochen. Ne, das war schon gesetzt. Und dann finde ich es ja echt interessant. Manchmal hast du die Titel jetzt diskutieren. Die hat mir nur noch allen helfen, wenn die in der Mitte liegen. Warum hast du die denn nicht genommen? Weil ich... Den D-Day... Du hast den D-Day genommen. Wir können den D-Day... Für die Russen herbeiführen. D-Day für die Russen. Ja, das ist schon nicht schlecht. Der D-Day Offensive, das ist auch letztendlich. Ich finde die Manchmal-Statik-Motivist. Das finde ich auch tatsächlich gar nicht so doof. Obwohl ich finde Global auch nicht unterdrückt. Oh, Global, okay. Oh. Ja, okay. Das tut du dich. Du willst auch noch ein bisschen mehr machen, ich seh schon. Wer weiß, ob mir die Zeit bleibt. Ja, die Zeit ist jetzt ganz schon eng, tatsächlich. Tatsächlich. Ja, dann müssen wir wohl jetzt mal... Ne Pause machen. 5 Minuten Pause. Ja, machen. Ist das eigentlich noch sinnvoll für mich gewesen? Ist das nicht eigentlich schon zu spät, um hier noch in den Krieg zu ziehen? Ja, du kannst. Ja, drei Runden, ja. Ich weiß nicht, wie die Marker da hochkommen. Ich muss das ja aktivieren hier eigentlich. Zwei, komm. Dahin zu kommen wird eng, ja. Ja, wenn ich da jetzt hinkomme, schau mal, komm ich hier auch nicht weiter. Ja. Diese sieben Punkte sind eigentlich leichter zu machen, als diese acht. Wahrscheinlich schon. Wenn man nur drei Runden Zeit hat. Ja, wahrscheinlich können wir das Ding, ja. Hier musst du auch von vornherein vorziehen, wenn du das willst. Das ist halt die Sache. Ja, aber das gehört natürlich, im 10 Konferenz ist plötzlich auch, wie sich mehr Zeit dahin zu bringen. Wahrscheinlich, wenn die Russen hier eintreten, entlasse ich sogar eure Fronten noch ein bisschen. Wahrscheinlich schon. Ja, das ist ja zu dir ziehen. Das ist gut möglich. Ja, das war ja nicht gut für mich. Egal. Ja, kein Stress. Ich glaube, ich habe die falsche Sache vorgeschlagen. Meinst du Second Front und? Ich hätte Second Front auch noch rauslassen sollen. Weil du bekommst, nee, da bekommen wir beide Siegpunkte, wenn sie da hinkommen. Und wir müssen eigentlich da hinkommen, ne? Das ist ja die Sache. Um richtig Punkte zu machen. Um richtig Punkte zu machen. Ja. Ich muss auch ein bisschen mehr da irgendwie mal da im Pazifik gerissen kriegen, aber das läuft gerade überhaupt nicht. Das ist ja eine Frage, wir brauchen uns gerade so konzentrieren, oder? Ja, um alles kannst du nicht. Nee. Also eigentlich muss ich mich hier recht engagieren. Ja, es ist ärgerlich, dass du da deine Produktion hin verlegen soll, ne? Ich muss ja die Produktion her schmeißen. Ich würde ganz gerne die Punkte noch machen. Mhm. Ich würde natürlich ganz gerne hier noch ein paar Punkte machen. Ja. Ja, stimmt. Und eigentlich will ich auch nicht, dass du hier in meinen Kolonien deinen Einfluss platzierst. Das wäre auch... Welche sind denn deine Kolonien? Hier sind doch gar keine Felder, die du meinen könntest. Sehe ich nicht. Du musst mir nach dem Spiel mal erklären, was deine Kolonien waren. Ja, ich weiß. Ja, dann wirst du mal drauf gehen wollen. Ja, dann ist ja noch nicht drauf. Und ich habe hier nachher auch die falschen Sachen ausgewählt, glaube ich. Die sind alle richtig geil und kriegen so ein Boni auf Dinge, die da noch liegen. Das ist halt das Doofe. Ja. Und das stimmt. Und das stimmt. Ich habe gar nicht gehabt, die hintenagenten. Das ist so eine Optionsregel. Ja, gibt es noch. Okay. Hat einer noch irgendwie... Das sind so verdeckte Ziele noch. Ja, das sind so alle verdeckte Ziele. Ich glaube, an manchen Stellen zerfleischt man sich zu doll und an manchen Stellen hilft man sich zu doll. Das ist irgendwie die Waage zu finden. Hier, die ist unheimlich schwer. Ja, das ist total schwierig. Aber ich weiß noch nicht, wie am Schluss nachher die Siegpunktbedingungen sind. Das habe ich nicht mehr vor Augen. Das war ganz kompliziert. Die sollen wir gleich nochmal durchgehen. Wir haben sie auch noch nie. Ne. Fand ich bisher auch nicht, dass es jetzt irgendwie fehlen würde, noch irgendwie verdeckte Ziele zu haben. Also... Macht es natürlich nochmal interessant. Aber erstmal... Das ist ja das... Würde man das jetzt wirklich zweimal im Monat spielen, dann nächsten Monat gerne mit Hidden Agenda. Aber sonst muss man erstmal so den Zugang hinkriegen. Ja. Weißt du, ob Jochen davon schon als benutzt hat? Glaub nicht, ne? Glaub nicht. Interessant auch, dass in dieser Runde ganz andere Sachen da reingewählt wurden. Letztes Mal. Über die man reden will. Die Agenda wird gewählt worden. Das war im letzten Mal jetzt. In der letzten Runde alleine. Ja, ne? Die haben eine Directed Defensive. Eine. Eine. Das letzte Mal waren drei drin, oder vier? Drei waren drin, ne? Eine lag auch da. Genau, genau. Und dieses Strategic Materials, die sollten wir echt mal angehen, damit wir ein bisschen Fortschritt auf den Leisten aufkriegen. Das ist nicht doof, ne? Ja. Und sich da auch einfach mal einig sein. So, ne? Ja, genau. Das ist, äh... Das ist, äh... Das ist vielleicht das für die nächste Konferenz mal. Ja. So mal ein einheitliches Vorgehen versuchen hier. Das stimmt. Ja. Punktemäßig ist ja wirklich noch nicht so viel drin gerade. Punktemäßig. 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 Und habt ihr was, äh... Geheimpläne geschmiedet? Was ausgeheimnest? Nein. Klar. Nein. Nein. Natürlich nicht. Kannst ja morgen anhören, was wir... Kann ja mal gucken was die Community... Wie, da haben du gerade schon darüber gesprochen irgendwie? Also erstmal wurden komplett andere Dinge jetzt hier auf die Tagesordnung gewählt wie im letzten Mal. Überhaupt nichts mehr zum Thema hier Directed Orders oder Production. Fast nix. Viele allgemeine Sachen, die liegen bleiben müssten. Das Schöne ist ja eigentlich, dass alles bekannt ist. Man muss sich nur einig werden. Wir vernachlässigen unsere Fronten komplett. Wir arbeiten nicht zusammen. Wir gehen das total ungeschickt an hier gerade. Ja, das ist total ungeschickt an. Letztes Mal waren wir wesentlich weiter. Hätten die drei wirklich so behandelt. Das wäre eine knappe Kiste geworden. Ja, weil es müsste eigentlich so eine Endbedingung sein, wenn man Deutschland nicht erreicht hat, machen alle verloren. So nach dem Motto. Am Schluss passieren da ganz wilde Sachen. Wir gehen jetzt mal die Endgame an. Es gibt ja 3 Endgame Situations. Both Axis Powers have surrendered and the point spread will be free. Warte mal. Es gibt ja eine überarbeitete Punktewertung aus der Techn Edition. Die haben wir das mal auch schon genommen. Das hier ist die First Edition. Hast du sie nicht auf Deutsch? Zweite Version? Nee, ne. Die hast du gar nicht die Endgame. Wollen wir es wirklich jetzt durchgehen oder wollen wir uns überraschen, was wir erreicht haben? Das müsst ihr sagen. Ja, ich bin auch dafür. Das ist nicht zu überraschen. Okay. Wir arbeiten am besten. Es ist ja endlich das letzte Mal, als wir spielen. Was denn? Das ist ja nicht das letzte Mal. Definitiv nicht, ne? Ich bin ja echt so ein GMT-Fan geworden. Ja, das ist großartiges Zeug, ne? Wir haben jetzt ein paar Sachen, die wirklich besonders sind, ne? Ja. Dominant Spezies. Dominant Spezies. Dann hier das Konone Twilight. Das ist super. Das gefällt mir gut. Time of Crisis, wenn wir nächstes Mal spielen. Das ist ein Kartenspiel, so ein romisches Antikel-War-Game. Du bist, äh, Konferenzweiter, ne? Ja, fang ich an. Ja. Dann fang ich direkt mit, äh, Ernest Wiegern an. Äh, Minister of Labour and National Service. Und zwar ein Global- und PolenMill immer sehr oft auf der Agenda nennen. PolenMill, äh, issue, klären. Was hast du gemacht? Nochmal. Ich hab hier jetzt fünf Päumel auf den IP-Track gezogen. Stalin gefällt das jetzt nicht so richtig gut. Kann er direkt was gegen tun? Ja, ja, wenn er was gegen tut, bekommt er auch gleich so einen gratis hier. Ah. Aber Stalin hatte doch auch ein ganz anderes Ziel. Willst du auch in Moskau, ne? Du musst ja alle Delegationen gleichzeitig abhören lassen. Das ist ja auch strategische Aufgabe. Also Stalin, wenn er jetzt seine Atombomben-Dings spielt, kann er nicht debatet werden, ne? Mhm. Das macht er doch einfach. Obwohl, das macht er noch nicht. Das macht er nicht. Ja, das macht er nicht. Aber dann, ja, dann haben natürlich alle meine Stärke nicht mehr plus hier, ne? Aber ich mach das trotzdem. Das ist einfach zu stark. Denn, weil... Der Russe jetzt die zweite Abschluss gewinnt. Ja, der Russe. Wenn der Russe jetzt gewinnt. Ja, ist ja unwahrscheinlich. Ei, ei, ei. Fünf Promille, respekt. Den gebe ich weg dafür. Und, äh, da kann ja auch keiner was gegen haben, ne? Du zieht es direkt. Ja. Einfach das Ding, aber es muss jetzt auch sein, ne? Dann kannst du nicht mehr nach oben kommen in drei Runden. Ja. Und ich für drei Punkte. Das muss ich machen. Ja? Das verhindert der drei Punkte und mir wohnen das zahlen. Ja, das versaut mir auch gerade ein bisschen, ne? Ja. Ja? Ich hab einen, der, der, äh, plus drei auf, äh... Ja. Dann war das ja ein guter Zug. Nein. Ich hätte das Ding jetzt gut ganz oben auf meine Liste ziehen können, hier. Achso, ich muss jetzt aber den Paranoid hier würfeln. Ja. Wenn ich jetzt zwei bis vier würfel... Dann würfel mal zwei bis vier. Mach mal. Dann, äh, sind die sogar alle eingeschwächt. Sind ich jetzt also sowieso nicht mehr eingestärkt? Nein. Äh, einen würfelt. Nein. Ne, zwei Würfel. Roll to the six. Ah, die six. Noch mal. Der eine hat aber ein bisschen gebrannt. Ich finde die Kunst... Ah, ja. Ja, aber die fünf war nicht gebrannt. Ne, ist ja nicht. Das reicht ja schon. So. Die Konferenz ist eröffnet. Tja, sehe schon. Mit einem Päutern. Wir warten trotzdem vielleicht mal über meinen Eintritt im japanischen Krieg. Doch. Ja, ich bin jetzt überlegen, ob das auch so eine gute Idee ist. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob du da im Pazifik da irgendwie... im Pazifikraum mitbefochten musst. Das ist nicht so das Beste. Also wie... D-Day könnte ich mir vorstellen langsam. Wir haben jetzt Oktober 1944. Das ist ruhiges Wasser. Und... D-Day? Also alles können wir ja auch nicht durchlassen, ne? Also aber... D-Day... Ja. Na, kann man ja mal sehen. Also wenn er nicht zustande kommt, dann geht das Spiel auch einiges an Puppen verloren. Ja, das stimmt natürlich, ne? Und den Schritt wird er sicherlich irgendwann auch mal schaffen hier. Ich werde auf jeden Fall mal den William Donovan spielen. William J. Donovan ist perfekt bei... in Pullmill-Aufgaben. Und macht plus 3, dann sind 5. 1, 2, 3 drüber. Ja, das ist klar. Aha. 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 Ich... Du bist zuerst dran. Bist du da irgendwie mehr... Dürfte nicht bei dagegen angehen? Nein, nur einer. Ich will auch nicht. Okay. So soll es so sein. So soll es sein. Dann spreche ich jetzt aber mal über die Unterstützung auf unseren Fronten. Mhm. Oder... Ah, das Global ist dir auch wichtig, ne? Global ist nämlich ganz, ganz interessante Sache für mich gerade. Hm. Was will er denn machen? Kannst du das so eine Sache, ne? Ja, ich glaube, er will... Er will coolen lassen, ne? Ja. Ich will verhindern, dass das... Da würde ich mich nicht anmeschließen. Das ist... Dann soll es so sein. Alexander Nowikow, wenn er sich um direkte Offensive kümmert, kann er einen Marker an die Ostfront setzen. Das macht er doch mal. Okay. Und das ist ja nur dieser hier drin. Ja, das ist wahr. Jetzt mit einem direkten Offensive... Du musst die Directed Offensive ziehen. Das würde ich aber ganz gerne debaten. Da würde ich aber gerne mal debaten. Ich hätte so einen Passmarker. Gerne. Und würde mit James F. Burns, äh... Office of War Mobilization. 4. Da kommt also mit 4 dagegen. Das ist äh... Nein, 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 nein. Das ist also Moskau oder nicht. Nicht zu stark den Heimvorteil ausnutzen. Du hast jetzt schon deine Spione losgeschickt. Okay. Das muss doch reichen. Da. Sir Henry M. Wilson Der ist jetzt ganz stark hier für den Kriegseintritt. Der Kriegseintritt der Far East Theater ist nicht das Mittel der Wahl. Ne, finde ich auch. Ich will da nichts gegen sagen. Oder will ich da doch nichts gegen sagen? Warte mal. Ja, weil du einfach nicht so stark wirst. Ich debattier doch dagegen. Erstmal darf der so einen da reinsetzen. Oh ja. Und dann geht der mal 1, 2, 3, 4. Ja, oder? Ja, klar. Gut, das ist wirklich nicht gespielt. Der ist ein Schwächer, oder? Nein, der ist nicht. Nicht ein Stärker. Dann sind wir alle ein Stärker? Diesmal. Jetzt bist du natürlich der Führende in der Verhandlung, oder? Ne, dann starte ich ihn schon weg. Ja, stimmt. Dann... Dann du im Moment. Ne, passt doch. Ja, der kann einen Teil holen. Genau. Wir beide haben einen Teil. Das ist doch nicht. Ah, der hat auch zwei Stärker. Ja, klar. Und er sitzt strategisch gut. Kann auch passen jetzt, wenn er möchte. Das macht er tatsächlich. Okay, dann spiele ich. Okay, dann spiele ich. Das ist hier, dieses hier. Das stimmt auf meine Seite. Frank-Henry-Jay-Arnold. Sepery of State for Foreign Affairs. Vita-Udi. Ja. Foreign Affairs mit den neuen Canon. Dann nehme ich mal diesen Passdrinker gerne mal wieder. Möchtest du das machen? Äh, ne, ich... Ne, ich hätte gerne wieder so einen Passdrinker. Dieser Henry J. Arnold, der jetzt eigentlich nicht mehr so nützlich ist gerade. Der wird abgelegt und in seiner Funktion ruft der Franklin an. Echt? Ja, natürlich. Richtig wie ein PC-Defone. Und zieht ihn zurück. Wow. Franklin sagt nein. Das heißt, du hast ihn jetzt eingesetzt. Das heißt, jetzt bin ich Tiebreaker. Zurzeit bist du Tiebreaker. Selten. Ganz gut. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, dass es gar keinen Teil gibt. Moment, aber auch ein Teil. Ja, ich weiß. Und einfach verhindern über den Eintritt des Londoner Normandie. Ja. Ich habe irgendwie die falschen Leute hier. Ja. Wir wollen einfach mal ein Zeichen setzen hier. Wir wollen einfach mal ein Zeichen setzen hier. Ja. Das ist kein Production Studio. Ganz normal. Drei. Heieiei. Ach, du willst das auch nicht. Ich brauche euch nicht. Mach was dagegen. Ja, ich passe. Ihr hättet das früher machen können. Jetzt will ich es nicht mehr. Ich kann die Deutschland auch alleine holen. Willst du uns nicht darüber lassen, ja? Nee. Heieiei. Wer will dann schon geteiltes Berlin und so weiter. Wir schreiben das mal neu. Ich nehme auch mal ein bisschen Cola, ne? Klar ist ja extra hier. Extra Blöffelzucker rein gebröselt. Das ist auch richtig. Also, Cola mit Kirsche. Du kennst du chenny-Cola? Ich kenn das nicht? Naja, ich kenn das nicht? Ich kenn das nicht. Das ist ja total gewählt. Das ist total gewählt Target. Nee, ne, 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 ne. Stimmt, Dankeschön. Also, das sind jetzt hast du immer. Was? Ne, ne, die plus eins. Beim die baden. Habe ich den? Ja, ja, ja auch bei Stalin. Wenn, wenn, Stalin debated. Na, so. Nicht so. es darf nach starlin aber wenn du jetzt dadurch dass da die raus ist hast du jetzt das ist nur charakteristisch genau wie wird der teil gebrochen wenn alle wieder raus und dann gewinne ich ja das war seine fähigkeit stimmt auch wenn ihn schon eingesetzt hast ja das man das sagt er jetzt ja da kann man was gegen sagen da kannst du das durchhält also ich muss 26 die rossen sind ja mal dagegen mit 6 was gewinnt so dadurch dass 23456 okay dann hast du die abschneuer natürlich für ich meine ich hab sie noch nicht gewonnen doch wenn ich die gewinne ist natürlich wichtig aber das ist jetzt von dem pass ja okay das ist aber die stunde von der chairman of the joint strategic survey comedy plus zwei wenn es um directed offensives geht 1 2 3 du hast dann immer noch zwei karten auf der hand ja da will ich nur dagegen nichts sagen ich konnte mal passen ich habe eine abgelegt für truman ich habe debate zweimal debated wir müssen jetzt gleich die karte weil du ja wie kommt das ende muss jetzt eine karte haben du hast wahrscheinlich bei einem die welt nichts abgelegt der hat eröffnet das war die das war die agenda der das problem hier rüber geholt und jetzt doch die habe ich gespielt wer ist jetzt hier rüber ziehen würde das wäre ich runter mit meinen karten du würdest den überholen werden gleichstand nee ich sag mal nichts ich bin nicht das geht glaube ich nicht jochen was ich nicht was macht denn ich kann nur wieder debated werden ja stimmt stimmt alles geht ja gar nicht ja du hast recht dann müssen wir sagen ich hoffe die haben 5 6 habe ich den da weggezwungen ja dann darf ich dann darf jetzt kriegst du auch noch mal neu wir bist weil ich du musst auch überzüge zurückgehen machen damit ich jetzt da bin ich dran und du musst deine karte auch wieder hochnehmen geht ja mal anders was du eben gemacht hast ich habe den hier rüber gezogen müssen wir ja dann müssen wir die zwei schritte lege ich aber trotzdem genauso ab die karte vorher ist ja du bist dran vorher genau wie der war bei dir da lag bei dir so war das habe ich denn überhaupt nicht einfach dass die welt ist oder lachte zwei hinterlachten haben wir direkt auf die 1 so jetzt haben alle noch zwei kamen ja dann schon ja du hast noch vorher dran ja ich war dran dann passt es ja so gut dass jetzt alle wissen was ich nicht da habe ich ja habe ich jetzt schon dran ne ne sorry bin ich nervt noch das okay natürlich alles gut da haben wir gesagt immer immer sagen gerade mal sowieso mit einem bein irgendwie im chat und hier ganz im ernst für mich in den krieg einzutreten ist richtig schwachsinn weil es gibt diese surrender conditions da kriegst du fünf siegpunkte da ist ein teil davon dass ich hier bin wenn ich hier bin da kannst du noch fünf siegpunkte machen wenn deutschland wird aber ich krieg auch fünf siegpunkte wenn tokio nicht eingenommen wird am ende ja ich kann jetzt im grunde so den wieder auf nur was man den schritt damit du das hast eventuell ist noch bis vorne ran ja und dann ist gut pazifik ist wichtig der pazifik ist wichtig und du willst den ganzen jahren anfallen nee das ist die frage hier haben gar keine kackern in der wahl ist da bin ich ja das kann ja gar nicht schaffen wie soll ich da so viele schiffe raus da kann ich ja keine amphibien feld das geht ich kurz geht über land japan einzukommen aber bis hierhin genau ähnlich braucht der brücke in korea und dann vielleicht ja doch also ich mach mal das ist eigentlich das beste was ich machen kann ich spiele den alexander basilewski der läuft vier schritte und platziert auch noch einen support marker und feist okay das ja ich bleibe hier bei meinem zug und spiel direkt offensiv auf meine sollte ich bin zu dran du hast dreiein muss ja dann verdienen wegziehen das 222 muss bei mir wechseln hast du es gewonnen ne man kann christus wieder weg ziehen ach so stimmt ich muss möglichst agenda chef ist schon wie schon mächtig muss bei ihnen ein weg ja so dann kann er wer hat denn wer hat denn noch ein leader keiner dann gewinnt er das teil aber das teil gibt es nicht was ist denn wenn wir beide teil haben dann kann er das teil brechen du kannst entscheiden wer es kriegt die punkte du gewinnst die ich gewinne das ja wenn gewinnt auch kein teil wenn wenn du einlassen wir normalerweise wird er dann eher die drei punkte geben als mir fünf das ist dann auch wieder so das ist mir zu heikel dafür dass ich dann auf dann ziehe ich den soweit wie es geht rüber dann muss er sich wenigstens noch strecken das spiel eben auch massiv von den gesprächen beim spielen sagt floppy damit auch von der geschichtskenntnis schön euch zu lauschen ja das ist ganz wichtig definitiv ja freundlich an alle den aber dann reicht ihm mit vier kann ich nur hoffen dass er die mich hat 1 2 3 4 5 er kann ich tun dann kommt meine letzte karte ist noch mal gucken du hast zwei was drei ok du kennst du kannst du nicht so dass du schaffst die ich werde henry simpson spielen secretary of war plus 1 bei paul mill auch hör auf das ist doch unfair also auch damit ist das meine runde wir haben keine fronten eröffnet das ist und war drei punkte ich habe die globalen sachen da und der allgemeine messer platziert das ist unheimlich wichtig die agenda phase zum zu holen ja 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 die ist richtig mit den karten chancen nein dass das war was ich da drin hatte nix da wir wussten wenig dass dieser superheld da agendamäßig nicht dabei ist den letzten mal zu verhält dass er ansonsten ja aber das sind war minus zwei menschen dabei ist so dreier karte normalerweise und bei der agenda hat an der agenda fahrer 6 ja das hat schon gesagt das ist schnell dass das war hart dann nehmen wir uns mal unseren markern und ich habe drei und habe die konferenz nicht gewonnen und schiede ich glaube der fans kann weg hast du dir schon gesagt gegeben ja dann bist du aber schneller da war sicher dass die phase war noch nicht bitter 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 so das ist auch gut gelaufen muss dafür glaube ich auch ein produkt schon ausnehmen oder kann so machen das kann so machen das kann so machen rein folge wieder ok da wird der fans haben wir da welche ich glaube keiner der fans irgendwie die er dem anderen aufdrücken kann zweite front man kann man diesmal ja die war aber hier die war da dann kommt die verhinderten auch nicht okay produktionsmarker wie gesagt ich eben ein extra dann habe ich ja vier sehr schön völlig freie hand in dieser runde ja natürlich du dann habe ich muss ich unter netzweifeln das wuscheln hey guten abend wie merko die schuld auf die karten schieben möchte süß gewinner der herzen ist jochen sagt werden so warum weil du allein die ostfront ja das stimmt wo ihr mit unserer unterstützung also ja jetzt kann ich ja vier reinkloppen dann habe ich 55 gegen fünf das ist natürlich wieder ein grund finde ich immer das wollte ich nicht wollen wir nicht aber fünf gegen die da habe ich mit zwei in den einzigen muss aber drauf gemacht werden damit er entlastet wird wenn du da vorrücken willst musst du das ding ja aber wenn ich jetzt entlastet habe ich zwei runden zeit und ihr könnt zwei runden nichts reißen zum timing her ist es besser nächste runde das stimmt so war mein plan aber ich hätte ich kann natürlich auch meine leute zu euch schicken aber habe ich ja kein interesse daran oder kann ich die hier rein packen und diesen unterschied größer zu machen unterschied welchen und das ist aber nicht das ist ja auch mal die macht man sagt er damals erst mal was ich glaube wird er bekommt dann da auch wieder siegpunkt also hier ist alles gut was da vorangeht jetzt hier will ich auch nichts machen dann muss ich dir hier ja alles andere macht keinen sinn du schickst alle leute den sicheren tot ich schmeiße alles dahin ich schmeiße alles dahin das ist gut kann ich dich hier eigentlich auch überholen macht ja thematisch keinen sinn nicht nur spielen mehr eigentlich muss nur meine sachen dass du die beiden formels bekommen was das ärgerlich kommt ja das ist das ist ein bisschen viel das stimmt das ist so produktion aber verteilt jetzt die resten ausgeben die restlichen produktion gebe ich aus für polmelmarker ich kriege also um sachen zu aktivieren ich bin ich auf der karte also ich bekomme aber bevor ich kann ja du kannst den würfel modifizieren global kommt ganz zum schluss ja ich bekomme drei und ich bekomme fünf clandestines plus 1 geht auch wieder ein ich würde ja auch deiner geht ja auch vor warte mal wenn du wenn du hoch gehst das wird immer gewürfelt deiner geht hoch wenn ich gewonnen habe gehe ich auch ein tor wenn stein das thema gewinnt wer du es bei markt außerdem du könntest aber auch du kannst aber auch da selber deinen produktionsmarker zugeben damit er hochgeht ich kann aber nicht deine produktion damit kuscheln das musst du machen ja ja du hast du hast jeder spieler darf vor dem wurf ein produktionsmarker auf jeder spieler kann man ja jeder spieler steht weil du ja vielleicht interesse daran ja möchte ich aber nicht ja ich überlege gerade ob ich aber hier brauche ich auch eine chance zu haben weil du drei issues geholt hast und die konferenz trotzdem nicht gewonnen hast ja deswegen willst du sieger der herzen danke durch stardis eingreifen bei der atombombe nur mal so ja war nicht so niedlich in moskau muss auch mal auf der schaue ja in moskau die eigene konferenz verloren das ist ja an die siegpunkt verlust an die amerikaner an die amerikaner die konferenz verloren der klassenverein so polmeleinfluss der spieler darf produktionsmarker ausgeladen also erstmal müssen wir noch produktions trachtet offensive markers muss zwei produktionsmarker zuteilen zwei unterstützungsmarker genau militärische unterstützung erwerben das sind ein bisschen doppelt gemoppelt ja vier stück die b note von jochen war gut dann kann ich einfluss platzieren natürlich einfluss darfst du dann immer so platzieren also erstmal den blödige leimen die darf ich da nicht reinhauen sie bringen jetzt jeweils 20 punkte so jetzt ist aber das ding dass ich noch ein über haben gemacht ich kann jetzt mal einsetzen deswegen lasse ich mal leise ja frei doch 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 aber ich kann die nicht einsetzen ich muss irgendwo was abtauschen und ja stimmt ich könnte einen reinlegen wir haben ja noch nicht die sphers of influence dann würde ich jetzt mal sagen dass austria austria ist osteuropa das erzähl mal den wienern warte mal jetzt muss ich mal kurz advancing a front da kann ja was passieren wenn du mit der front zu weit vor das sind was gibt das so darfst du nicht passieren nur politische landes markt in countries connected to the westen or eastern eastern front tracks da dürfen wir diese gar nicht rein da dürfen wir auf diesem strand noch nichts das doch die hier schon da fehlen warte mal, das kann ich ja tun. Ja, mach das doch. War doch gut für mich, oder? Ich krieg ja ein wenig, das ist eh gut da. Und dementsprechend lege ich die Produktion in die Arktis und dementsprechend ist das da offen. Kriege ich den jetzt für diese Runde schon, den Produktionsmarker? Arktik? Nächste Runde. Sagst du mal so jetzt. Das tickt zu schnell. Ich weiß es tatsächlich. Du weißt es? Ich weiß es nicht, aber ganz schnell. Aber die Produktionsmarker sind vorher verteilt worden. So einen habe ich im Vorrat und so machen wir das. Gefällt mir auch nicht. Okay, aber ich kann natürlich, ich place es ja nicht, ich kann natürlich damit welche entfernen. Das geht natürlich. Erstmal auf den Victory Point Track bevor du das machst. Der ist im Moment nicht aussagekräftig. Nee, nicht ganz. Das sieht da sehr viel von diesen blauen Krams liegen. Das kann ich ja nicht entfernen, das tut mir ja selber weh. Von daher ist der Middle East bzw. Persia. Das ist ja auch britisches Territorium. Ehemaliges britisches Territorium. Jetzt sagst du dein Leben. Okay. Jetzt kommt glaube ich. Jetzt kommt die A-Bombe. Kommt die jetzt ganz zum Schluss? Nee, jetzt kommt die A-Bombe. Siehste. Dann muss ich jetzt würfeln. Ah, ich hab schon wieder vergessen. 4 bis 6, ne? Ein W6. Von 4 bis 6 geht der US-Track ein weiter und ich zieh mit. Ja, ich hätte mir drei Punkte gemacht. Das ist gut für euch. Gerade die erste Partie fest für Odin hinter mir. Ca. 3 Stunden mit Erklärung zu zweit plus Video von VP gedauert. Spiel ist grandios. Ja, super. Das ist echt toll. Schafft man wirklich irgendwann die 30 Minuten pro Spiel. Also wenig. Wie viel von den Inseln habt ihr den abgedeckt? Ach, vergiss es. Uns hat es richtig gefallen. Es gibt viele Möglichkeiten. Man hat ja nicht lange nur zwei Punkte auseinander. Das ist gut. Das ist anständig. Das ist ein schönes Spiel. Das ist ein schönes Spiel. Das ist bei Rosenberger auch für mich. Dass man nah aufeinander ist. Wo man tatsächlich Optionen hat. Genau, weil du tausend Möglichkeiten hast. Ja, du machst dir eigentlich bei ihm nichts kaputt gegenüber. Ja, du verbaust dir nichts. Also Worker-Placement ohne dass der Worker da wirklich echt im Weg steht, das ist mal selten. Das ist selten bei ihm, ja. Jetzt kommt Glaube. Jetzt kommt Glaube. Jetzt kannst du auf Kolonialismus schalten. Ich glaube, ich schalte tatsächlich auf United Nations. Aha. Oh, gut für uns alle. Ja, das ist gut für uns alle. Du bist ja echt toll der Kameraden-Typ. Ja, absolut. Ja, ich bin schon am Anfang vor. Ja, so am Anfang war es richtig, richtig gut. Du musst deine Palme ist noch wieder zurücklegen. Na gut, die hätte ich gerne auf die nächste Runde behalten. Ja. Da schicke ich aber eine bessere Mannschaft als die von Moskau. Dann machen wir mal eben den Frontverlauf. Da kommt der Frontverlauf. Einer kommt immer hier hin. Ich kann es doch nicht auswählen. Nee, 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 nee. Das ist für den Vater. Ich hab es hier. Okay. Vier. Immer noch vier. Und der eine, der... Eastern Heart Atlantic Wall haben wir nicht. Normandy Space placed the Italian Army in the Mediterranean haben wir nicht. Remaining Armies randomly. Da kommt gar keiner hier. Da macht keiner was. Randomly. Es kann sein, dass jetzt randomly einer da hingeht. Die Italiener sind ja schon geflüchtet, als Southern Italy angenommen wurde. Bisher geflüchtet. Aufgegangen in der Armee. Randomly access 3, 5-6. Ja, da geht es runter. Die Italiener haben wir sofort kapituliert und sich angeschlossen, den Alliieren. Das ist wahrscheinlich das Klügere. Ja. Also, 5. Ja, ich habe 6. Nee, ich hab 5 Marker und den... Du musst nur noch kurz nur werfen, ne? Ich muss noch 1 oder 2 werfen. Mit W10. Ich mach mal. Ja. Nö. Ne. Knapp daneben. Knapp daneben. Ne. 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 Nicht jetzt. Starlin, A-Bomb im Auto, Sexes das ist ja, wenn der auf... den kannst du nicht elles, nicht, nicht... oder weißt du mit dem vorlaufen? Starlin, A-Bomb, Auto, Sexes? das geht doch nur dass du da nicht die welt kann man gewinnen kannst du nicht die beiden das ist ja nicht so manche die a bombe an sich das ist ja deine erforschung die amerikanische erforschung die muss gewürfelt werden ich darf nur mitziehen ja du ziehst mit das ist meine schon das ist ja auch er macht die forschung und ich kann mit zehn und drei punkte kriege nur ich darf nicht zu weit da oben kriegt er nicht das ist ja nicht so mein spiel aber eure geschichtlichen kenntnisse diskussion und lockere runde machen wirklich spaß beim zusehen sagt man wir freuen sich das ist gut so semi kenntnis irgendwie so dinge die nix ich glaube Winston Churchill hatte noch zwei weitere vornamen zum beispiel so was ja muss man ja wissen lawrence und irgendwas ist ja genau nein war das nicht mehr kann ja schön das ist doch gut wenn das so gut da unten ist bei sirius hallo regel 6 10 1 warte ich guck mal 6 10 1 ist doch gar nicht hier müsste christlich und er hat auch die vier die beiden gehen weg das stimmt deiner nicht meiner deiner land dann aber dann automatisch vor wenn stalin gewonnen hat stalin wird die issue in addition to die die rolle bach automatically advance without the diro the soviet man hat man hat ein projektes so wird meine geht hoch der geht automatisch hinterher aber wenn ich nächstes mal und das auch jetzt noch überholen ja dann war es ja gut dass es dann gewonnen hat doch eure sagt manchmal unsere dankeschön wir haben schon abgetauscht was richtig der will hat dass du drin ist das habe ich 3 3 vorher ja 3 und einer von denen die markt werden genau genau da hast du zwei das macht das haut hier von einem weg weil wir haben auch das ist automatisch ist die frage das weiß ich kann jetzt eben auch schön da müsste ich meine sonst würde ich natürlich gerne so sehen dass er wieder die dinger kriegt man ja nur mit ja ich dachte vorhin so ach das ist dann locker damit hinlaufen von da aus ist auch ganz ganz locker gemacht aber ich habe beide punkte und da wird es gar nicht versucht und da könnte er christlich dann mal ein bisschen unterstützen der wüffel war jetzt auch nicht so unschaffbar hier kann es keine punkte machen das wäre ich nicht mehr wir müssen wir zweimal den durchbruch schaffen und das geht halt gar nicht das geht auch nicht mehr diese zwei punkte für deswegen muss in der ersten runde das dinge vorrücken das wollen wir richtig ok und sowas hier dann musst du natürlich gezielt drauf spielen als zur wettspieler ja klar und dann vernachlässigst du andere sachen wie willst du da muss ich schiffe aufrüsten und jede runde das eliminiert aber jetzt muss gewürfelt werden bei einer 1 bis 4 geht das nämlich mit unter also das eliminiert hier ein schiff ach so und bei einer 1 bis 4 geht die aus dem spiel genau das ist weg die runde nicht weil du den support nicht mehr hast genau das kommt vorher sehr gut das war ich kann gegen die achse hochinteressante runde ja das hat man nichts gebracht gar nichts super aus der die punkte für die werden bei den länder definitiv nicht mehr einnehmen ja das stimmt ja wenn ich ihn kriegen zwei runden nicht du hast noch eine chance mit einem ach so mit so wie heißt das noch mal mit so einem doppel ja aber mal ganz ehrlich wie willst du ihn da machen breakthrough nach deutschland rein nach jalta geht es mit eurem support vielleicht die spiel auf deiner februar 45 jetzt auch zu spät für die day churchill marginalize bei er ist was denn zugefroren praktisch so schätze marginalize bei ls cannot use churchill dieses conference to advance an issue can still debate still debate ist okay ja dann bist du dran pressure for declaration of war against japan place uss are directed offensiv issue on conference table jetzt wäre es gar nicht so gut gewesen wäre es sehr gut was dann wäre eh raus gewesen ja jetzt wäre eh raus roosevelt in poor health cannot use roosevelt during this conference to advance an issue can still debate beide trefft weil ich sitze da alleine am tisch ist da die wirst du kannst du die beiden nur ich kann die welt ist das gleich zugeschaltet beide nur die welt ja jeder liegt unter seinem sauerstoff zählt über skype über skype mit einer jeweiligen landesfahne auf dem zelt gab es auch hier habe ich gelesen dieses zitat 90 prozent aller internet sind falsch das ist auch sehr schön so place one japanese reserve in southwest pacific ja da kommt ja das stört mich nicht so und dann gehen wir mit den extra leadership im blog leo wo man die sechs und eine war wohl wie er hat eine one to three roll that number of times in vier bis sechs nix drei mal dreimal so dann dürfen wir mal was denn zuerst erstes 3 1 poland da habe ich keine ahnung ist das nix okay da warst du mal was in fermer warte mal politik alignment verwandelt die großen 3 1 polen 5 gibt zwei griechenland das ist ja ja weil wir haben auch relativ wenig gemacht glaube ich letztes mal wieder mehr machen müssen wir die wieder mal ja was denn müssen wir die wieder gemischt ja die werden gemischt ja außer die die tot sind natürlich wer hat sir dill eigentlich angemeldet für diese konferenz allgemeine bildungen sind doch weit über dem was sonst im alltag ertragen muss oh danke die berühren sich beim beimischen ja gar nicht so geknickt ich bin noch nicht geknickt was ich hier sehe aha das geht ja ab okay schon so ein bisschen ja natürlich ein bisschen gezockt aber du kannst es kannst jetzt deine agenda darauf einstellen auf die leute soll ich diesmal auch ja das ist schlauer das zu tun und vor allem wenn du jetzt sieben gute hast du dir beim nächsten mal raus vielleicht auch schon ein bisschen ja naja das stimmt ich würde ja auch in der breite starten und schaue lenken er ist ja nicht aktiv auch schon ausgeben ausgeben und konnten um die konferenz zu führen zum ersten mal eine konferenz anzuführen das wäre dann der stalin weg vom fenster für diese runde ja das auch wiederum schlecht ist aber das mache ich trotzdem darf ich ja mit drei in eine richtung schmaler stadt das stalin sich bei der a bombe ja nicht mehr ein mischt machen wir gleich mal ein bisschen in meine richtung dürft ihr woche leute euer themen auswählen spannend was du nimmst also den habe ich rausgenommen weil ich den teil gebrochen habe du hast den teil gebrochen hast du hast den teil gebrochen und über deine produktion müssen wir mal reden jetzt wo es wichtig wird ja es ist gerade erntezeit aber der winterweizen das ist ja auch zwischen production und dass du die production kannst du auch für deine polmüllzeilen benutzen total gut ja polmüll will ich jetzt nicht auch diskutieren immer heißes thema und ich überlege ob ich über das leadership und theater da hinten rede das wäre auch interessant für dich ne 23.25 Haftbeginn U-Haftbeginn was bist du? Spieltrippen-Vatala schreibt 23.25 U-Haftbeginn das verstehe ich nicht erklär das bitte ja da sind wir uns aber einem schon mal einig ne und der andere ist äh der Hustle hat es tatsächlich bis jetzt überlebt ne mhm der ist noch nicht auf eingesetzt jedes Mal echt ja harter Hund harter Hund das schafft es einmal hing der Hühnerknochen ein bisschen schräg im Hals aber diesmal war das oder sonst war es immer locker das gut ok ja dann fangen wir an du es auch mal stimmt ja 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 äh thai würde er jetzt gewinnen ne weil wir alle nicht mehr aktiv sind alle Lieder ihr seid ja auch nicht aktiv oder? wir sind gar nicht aktiv oder? und ich bin raus ja die Fähigkeit die ist generell die ist ja auch nicht ne wie doch die generelle Fähigkeit der Nation das ist ja noch schnell der Kirche ist diesem aktiv das ist ja noch schnell der war drei wert ok der war drei wert der war drei wert der war drei wert die hat beide fünf gehabt genau super und der sind ganz toll ja ich habe echt zu packen die hat die B-Matschaft immer noch mal hier dann würde ich sagen diese drei Siegpunkte hier ne die machen wir jetzt da müssen wir ein bisschen aufpassen dass wir nicht neuerlich ineinander kommen können wir nachher nochmal durchrechnen ich würde sagen ich würde mal Stanley Embrick als erstes die Lusche Chairman of the Joint Strategic Survey Committee und der ja hallo spricht mal ein bisschen Tacheles hier über die Pläne der also auch jetzt du bist nicht der Einzige der es nicht versteht Chris ne gar nicht du musst was denken tun warum jetzt warum was bringt mir das die Welten jetzt ok ne ist ja keine Gefahr nö ich will nicht das habe ich eh genervt dass dieser rote Marker da drin ist ich will dann halt selber nicht haben eben die eigenen ne ist aber sicherer wenn du die hast so kann ich ja nein aber wenn die gar nicht im Spiel sind ach so ja das ist das beste das ist das beste ich habe ja nichts von denen ich persönlich doch ich finde Sicherheit für dich ne dann musst du jetzt in den Pazifik aber nein aber wenn ich den gewinne bringt mir wieder etwas nur dass ihr ihn nicht kriegt ja ja gut und ich habe ihn doch direkt auf händler 2 ja das stimmt bitte sehr was hast du gemacht ach hier ja du sind natürlich auch nicht unwichtig ja ich will nicht das endlich nochmal bekommen doch nicht dass ich die Abstimmung in Summe für mich gewinnen kann aber zumindest mal ein paar Sachen ich wollte es eigentlich mal hindern ja ich habe hier so einen Fachmann Head of Soviet Intelligence wenn der über die Atombombe debattiert redet ja hat der sogar eine Stärke von 6 ui das ist ein echten Atombombenfetisch dann muss ich eigentlich Paronaut würfeln hier wenn ich den als Teilbreaker benutze wenn soweit er eingreift oder was ich habe ne dann nicht ne würde ich nicht sagen also der hat jedenfalls 6 bei 1 2 3 4 5 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 6 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 9 9 10 11 9 10 11 11 12 12 12 wird von daher müssen wir runde das macht das nicht also ich glaube muss hier das mal kann ich jetzt nur für den rest des spiels machen immer zwei bis vier ist auch wirklich kleine ja so groß wie seine chance auf herzen fahrt das beste dran mir hat gespielt ja du hast doch hier den gespielt haben wir noch anspruch machen möchtest du ich tue es nicht aber wir können ja das ist dann gegessen ich gehe jetzt dafür nutze dann krieg ich noch ein paar aus dann kann ich nichts ja bist du da bin ich dran ich mache es auch nicht ich mach mal hier wie gesagt experten am start leo t crowley head of the foreign economic administration macht zwei schritte und möchte gerne damit die ok produktion das ist ganz schön man kann sich ein bisschen unter druck setzen irgendwie und sich dann irgendwie da spiele ich mal auf eine directed offensive da muss ich würfeln aber der plus 1 auf die directed offensive der uk oder us wir haben angefangen um 8 hat 9 sind wir online 9 ungefähr angefangen frühestens da 4 von 9 9 sind nach vorletzten konferenz und wir spielen ja auch nicht voll ja wir spielen ich gehe auch die internet also konferenz 6 bis 10 wirklich ich könnte jetzt auch gerade der macht eigentlich mehr sinn ja 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 die produktion ist an us track wenn man dazu fünf okay ich spiele frank knox der debate das was der debate das mit 5 mit 5 production ich bekomme dafür zwei nirgends mehr die ostfront nur weil ich kann willst du einen passmarker einsetzen ja natürlich genau gleichfalls danke ganz der besten drei spieler spiele würde ich schon sagen als der besten wirklich rein drei spieler spiele ja für dich oder definitiv definitiv überlegen ich kann da nur zu raten absolut wirklich gut ich spiele ja auch direkt offensiv und kriege dafür einen marker an der ostfront und der hier geht dann würde ich sagen ich debate das und zwar direkt offensiv das 2 und dann spiele ich direkt ein hinterher dann passmarker ich kann ihn behalten ich muss sofort einsetzen würde mit j edgar hoover noch mal direkt hier in richtung paul mill verhandeln 1234 die welt so wie kann du bist ein passmarker kann sich gegen passmarker ist dran ich bin dran also ich muss jetzt einen weg legen dafür ich glaube du kannst ihn nicht behalten chris den passmarker meint du musst du sofort einsetzen oder wie warum sollte man den markern so dass man dann nach die runde passen muss noch nicht ganz raus habe ich in nödenberg bin ich bin noch nicht ganz sicher ob es klappen wird zweitlich hier ein bisschen was immer so gemacht da muss ich tatsächlich sofort nicht entscheiden ob die einsetzten muss sie sofort einsetzen und ist er weg dann spiele ich ihn nicht ganz sicher ob es klappen wird nicht, dann bleibt er da. Hast du den Polmüll gar nicht gezogen? Du hast nicht debated. Der Polmüll lag aber nicht lag hier, ne? 5. Ja, da war 1 drin, ja. Ich glaube, er hat nur da. Dann lag der hier. Das weiß ich nicht. Dann lag er hier und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, der lag hier. Was hast du gespielt? Den Polmüll 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Der lag hier. Lange auch nicht nebeneinander. Ne, eben auch, dass man so lacht. Okay, sorry. Dann passe ich natürlich. Ja, das wäre falsch. 5, 2, 4, genau. Ja, Nürnberg, wie gesagt, ist noch nicht hundertprozentig. Da bin ich noch am Hadern, ob ich das zeitlich hinkriege. Lustig schon, aber mal schauen. Du gehst hin? Das ist ja nicht weit, das ist ja heimspielen. Da muss ich ja Dinge spielen. 1, 2, 3, weil es auf US-Track liegt. Dann muss ich ja was machen, ne. Samstag, Samstag, weil es so nah ist. Samstag sind viele Blogger da. Ja, also wenn, dann wird's bei mir auch Samstag, Sonntag sein. Mal gucken. Okay, der hat Stärke 5. Nur wenn Stalin aktiv ist, Minus-2 hat er jetzt natürlich nicht. Dann geht der mal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann müssen wir das jetzt tun. Da kommt jetzt der Herr Hoover ins Gespräch. Nehmt aber den. 1, 2, 3, 4, 5. Die Welt. Das war klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damit ist Churchill raus, ne? Churchill raus und ich muss passen, ne? Du müsstest jetzt passen direkt, ja. Du musst die Karte ablegen für Churchill, ne? Passt uns, genau. Du passt jetzt? Ich muss jetzt passen raus. Du willst raus? Ne, du hast noch eine. Ja, ich hab noch zwei, das passt ja. Ich spiele in Lazar Kaganovich. Der hat nur Stärke 2, kann auch nicht viel mitmachen. Kannst du das Ding, ne? Nö. Bei 3? Das ist 3. Ja, das ist auch 3. Ah. Und bei 3 gewinnt, kann er entscheiden. Stimmt, dann entscheiden wir im Moment. Aber du bist da nochmal dran. Du bist da nochmal dran. Ich bin nochmal dran. Ja, ich kann tatsächlich nur das hier ziehen. Mehr kann ich nicht machen. Dann gewinne ich das Ding ja nicht mehr. Oh, hast du noch eine Karte? Ja, wie ich auch noch eine Karte. Oh, okay. Das ist aber schwer. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Spiele ich jetzt Anthony? Boah, du bist stark. Ja. Jetzt muss ich mal einen starken Zuschuss nach oben. So, ich hab eine 5 auf der, äh, 6 auf der Elektroffensiv. Dann krieg ich den rüber zu mir. Und eine 5 auf, dann würde ich, der ist natürlich auch mächtig, ne? Andererseits, da muss ich... Ja, die Frage warst du jetzt noch was sprechen? Hier muss ich zwei von meinen Produktionen abgeben. Nee. Das bringt mir natürlich auch was, ne? Die noch Punkte machen. Ja, klar. Zwei Siegpunkte, aber die Dinger bringen ja mehr Siegpunkte. Die bringen drei Siegpunkte. Und der viel wertvoller. Eins, zwei, drei Siegpunkte. Das ist sehr wertvoll. Und dann kriegst du die Entscheidung. Der nächste Weg für dich. Nee, eben ist eine Ecke, ne? Das ist eine Ecke, ne? Das ist eine Ecke, ne? Boah, was ist das Böse? Ne, das ist egal. Ich geb mal 5 für Russland. Ja. Ja. Du bist mein Mann. Das hoffe ich. Ja, weil ich glaube auch, dass er weiter vorne ist. Hast du gut gemacht. Ich glaub das tatsächlich, ja? Doch. Ja, aber es ist alles sehr eng. Ja, es ist... Okay. Was war denn das vorne? Du bist von mir, glaub ich. Okay. So, ich krieg auf jeden Fall einen Produktionsmarker von dir. Ja, und ich von dir. Du bist zwei, ne? Production und Direct Defense. Genau, die hab ich von Jochen. Also einer deiner Produktionsmarker, genau. Kann ich nicht mein Formel auslösen. So, machen wir das so. Wie viel Produktionsmarker kriegst du? Einen Produktionsmarker, ja. Okay, ich krieg auch noch einen. Theoretisch können wir dann auch das Ganze so behalten, dass das ja eine Nullsumme. Ich mach auch was jetzt hier ist. So, das war Production. Genau. Und Direct Defense, da hab ich auch noch... Jochen, überweist bitte ein bisschen Geld ins Südwestpazifik. Was soll ich jetzt machen? Zwei Produktionsmarker da reinlegen. Du legst bitte hier. Hier. Du legst bitte hier zwei rein. Oh, das ist doch unsinnig. Und du hier, das hilft dir sogar. Was denn? Du zwei hier. Hast du Directed Offensive von mir? Ah, okay. Das hilft dir sogar. Das hilft mir tatsächlich. Was kann. Den nimmst du hier? Nein. Okay. Das ist doch echt schrecklich. Und jetzt unsere normalen, restlichen Produktionen zum Anfang aufsetzen. Ja. Ah, ich brauch einen für Paul Müller mal, ne? Ja. Ja, ja, ja. Ich brauch da gar nicht antreten. Fünf Regner krieg ich da wieder. Dann ist das eine Nullnummer. Ich brauch einen dafür, ne? Für Atombomben nicht. Dann könnte ich aber, da macht es eh keinen Sinn. Die drängen mich nicht zurück, dann nehme ich doch lieber für die Atombomben und das nur Sicherheit. So mache ich das. Gut. Okay, dann wird das halt nicht so preußen. Misst. Damit werde ich das Spiel auch nicht gewinnen. Ich hab hier nichts gemacht mit den Markern. Also, ich mag die Markern beim letzten Mal. Da hab ich auch nichts gemacht. Die war unheimlich stark beim letzten Mal, die Markern. Ja, da bist du doch immer noch stark. Hier die 8 Punkte. Ja, ja. Da bist du unheilbar im Moment. Äh, 14, 15, 16, 17 Punkte sehe ich. 19 Punkte sehe ich bei dir. Und bei mir sehe ich 9. Ja. Da bin ich am schlechtesten bis jetzt. Aber ich kann das nicht mal setzen. Gut, dann kann ich jetzt ein bisschen was machen hier. So, dann. Europe. Es ist gut, dass wir die beiden hier haben. Einer rüber in den Osten. Was? Einen Macker. Ja, wie immer. Osten. Einer an den Strand. Einer an den Strand. Der Strand, der Strand. Vier in den Osten. Wann kommen die denn? Wieder nicht. Der Führer war sich so sicher. Dann fahr ich wieder nach Berlin. Nichts mehr. Keine Schiffe. Berlin ist ja auch sicher. So, dann. Zur Zeit ja noch. Ähm. Pacific. Any Front is attempting to enter Japan. Haben wir nicht. USSR 2 nach oben an Niemann Shurai. Und der nächste wäre zufällig. 2. 2. Wo steht das hier? 2 müsste da oben sein. 2 ist hier. Ja, das läuft auch. Ja? Ja, klar. Ist genau das, wo es vorgehalten ist. Der muss da aufgehalten werden, das ist die Sache. Das ist natürlich wieder so. Kann er uns da jeweils 3 Siegpunkte kosten. Mit deiner Unterstützung, ja. Ja, mit meiner Unterstützung auch noch. Aber er schützt mich auch. Da muss ich auch was bringen. Ja, ja. Ich bin nicht vorne. Es war gut für dich. Ja, du warst der Richtige. Ja, so. Was jetzt? Ähm. Auch die 5 waren wir doch gar nicht gut. Erst kämpfen? Oder erst... Hat man die schon mit? Das war so 1. Also wenn dann 11, ne? Ja. Hat man die Polmilch schon gelegt, oder? Oder musst du... Polmilch? Kannst du jetzt... Warte mal, jetzt kommt's. Die haben wir gelegt, ne? Nee, die haben wir gelegt, haben wir noch nicht. Jetzt haben wir erstmal militärische Unterstützung angefordert. Gezielte Offensiven haben wir gemacht. Polmilch kommt jetzt. Nee, nee, ich war auf der 5. Auf der 5. Da bist du bei 10. Ja, so. Nee, das ist 0. Nee, das ist 0. Nee, Quatsch. Da ist die 0 und da die 1. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Entschuldigung. Ich hab 2 mal 5 gemacht. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Entschuldigung. 10 Punkte ist schon nicht schlecht, ja. Polmilch. Achso. Du hast ja schon entscheidend, ne? Ja, muss ich anfangen, ne? Nee, wer war dieser diese Runde? Polmilch. Du hast gar nicht. Achso. Du hast vom Müll. Du machst vom Nieder. Nee, über links vom Nieder. Wer mehr hat, fängt an. Achso. Ich hab 3 von denen und 1 von denen. Nee, es geht um die Plättchen. Hast du vorhin gesagt. Und dann gibt's ja noch, jeder kriegt noch einen extra dazu? Ja. Nein, du hast vorhin gesagt, wer die Mehrheit an diesen Markern hat. Genau, der startet. Bei Gleichstand. Bei Gleichstand. Startet. Das ist ja nun nicht unwichtig, ne? Das ist ja nun nicht unwichtig, ne? Dann darf die nicht. Hier darf man sie nicht setzen. Hier darf man sie nicht setzen. Diese großen meine ich. Die kann man ja nur hier setzen. Und da oben. Und da oben. Ne? Andere Möglichkeiten gibt's ja gar nicht. Ja. Kann hier also nur Chris-Punk-Punkte wegnehmen. Clendestine-Networks. Wer die meisten Clendestines hat. Also Mirko fängt an. Muss ich anfangen. Ja, das ist gut. Muss ich anfangen. Okay, also die beiden und 3 davon, ne? War eigentlich dann ja eh. Mhm. Und du? Hast du den linken? Oh. Süß. Kleinvieh macht auch Mist. Und hier darf man gar keine solche rein setzen, ne? Ne. Laut. Verhandlungen. Und 2 kostet das? Hast du deinen Colmille bezahlt mit Korrektion? Ja. Ne, hab ich mir ja extra hingelegt. Genau um die Atombeugel. Dann kannst du jetzt platzieren. Ja, aber wo kann ich denn platzieren? Ah, hier. Da darfst du allein mit. Platzieren. Da darfst du rein und platzieren. Bitte. Ja, aber hier komm ich ja leichter rein. Hier könnte ich, müsste ich, müsste ich erst den entfernen und dann den? Ja. Ich müsste also die 2 legen. Oder einen davon, um auf 0 zu kommen, ne? Ein, reinlegen, um auf 0 zu kommen. 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 Reiß ich nur runter die Strecke, das stimmt. Ja, ich muss 2 um den wegzumachen. Stimmt, ja stimmt. Ja stimmt. Aber hier kommt noch eine, ne? Eine um den wegzumachen. Das ist ja blöd. Gut. Die darf ich, die darf ich rein sitzen, ne? Ne. Auch nicht. No political alignment. Ach, alignment. Du hättest auch die beiden einsetzen können, um einen zu entfernen. Zwei alignments? Ne, ähm. Zwei von denen hättest du einsetzen können, um einen zu entfernen. Ja, auch. Bringt ihr weniger? Ja, die hätt ich ja so machen können. Ja, das ginge. Und die kann ich jetzt aber setzen, wo ich möchte, ne? Macht das vielleicht mehr Sinn, die hier hinzusetzen, ne? Das ist gleich noch absichern, ne? Naja, dafür macht es für euch leichter, über die Länder zu greifen. Nein, da kannst du auch nicht. Oder den hier weiter absichern. Ja. Ja. Das ist der einzige, wo wir noch einsetzen könnten, gerade. Ne, hab doch gar nichts mehr. Können wir noch einen. Nächste Runde. Nächste Runde könnten wir das Ding angeraten. Ja, okay. Macht ja noch Sinn. Hallo. Okay. Da passiert nichts? Ne. Und da auch nicht. Also, Europa... Da passiert nichts? Hier passiert auch nichts, hast du? Doch, die Wöcke. Ja. Ne? Die Teigen gehört zu Europa. 2, 4, 6, 8, 10. Stimmt, die Teigen gehört zu. Ne, 12. 12. Mhm. Plus 2 sind 5. Ja, kein Breakthrough. Okay, danke. Du bekommst 2. Du bekommst 3. 9. Der hätte den Breakthrough schaffen können. Der hätte den Breakthrough schaffen können. Macht aber nichts, weil der wird nur das hinten hingebringt. Doch, hier. Ne. Ne, da denke ich nicht rein. Stimmt, geht nicht wo die einen. Ja. Stimmt, kann nicht wo die einen. So, dann, da passiert nichts. Und da auch nicht. Aber da unten könnte noch... Aber da. Da ist einer gegen einer. Ach, das sind alles... 10. Aber einer hebt sich auch. Also 8. Genau. Ich denke, wieso hebt er sich auch? Ach so, das ist so einer, ja klar. Weiter weg. 8. 8. Das klappt. Das klappt einfach. Damit sind unsere Siegpunkte dahin. Aber die haben jetzt, sind jetzt unterschiedlich nah dran, ne? Also mehr als einen Unterschied. Ja. Darum kriegen wir 5. Der ist 1, 2, 3, 4 und der 2. Der muss also nur gegen ein Tor gehen. Ja. Das wird er auch schaffen. Dann müssen wir ihm an seine Ressourcen haben. Und seine Direkt Offensive... Ich sehe mich gar nicht vorne. Also... Glaube ich nicht. Könnte man ja durchrechnen, ne? Ja, kann man durchrechnen. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich vorne bin. Und mit diesen kurzen Siegbedingungen ist sowieso nach der Frage... Wir haben auch die A-Bombe noch nicht gemacht, übrigens. Wie? Die A-Bombe. Ja, die A-Bombe. Ja, die A-Bombe. Wie war die nochmal? Ich habe ja ein Produkt... Dann... Also... 3 bis 6. Auf 3 bis 6 läuft die vor. Ja? Für ein Plus, für eins. Nicht 4 bis... Nicht 4 bis 5. 4 bis 6 immer. Und du hast eine Production reingesetzt. Also 3 bis 6. Du verwässerst den Wurf mit jeder Production Einheit. Ja, genau. Aber was ist denn da besser? Ich gewinne bei 4 bis 6. Wir gewinnen bei 4 bis 6. Ah. Und bei 3 bis 6 gewinnen wir jetzt das... Und warum wird 3 bis 6 gemacht und nicht 4 bis 5? Verstehe ich nicht. 4 bis 6 ist Erfolg. Ist ein Erfolg. Und sonst ist der Erfolg 3 bis 6. Ich habe nicht auf einen W10 gedacht. Ah, alles klar. Nein. Nur ich. Nur du. Ich muss ja auch schon gleich für den nächsten Verpress wieder gefällt. Was sind jetzt eigentlich die Phantom Dokumente die deine... Leute da... Du kannst doch nicht mehr spionieren als wir entwickeln. Kannst du mir den wieder gehen, ne? Das hat doch echt weh. So, jetzt kommt die letzte Runde. Ist bestimmt schon spät, ne? Boah, wir kümmern uns überhaupt nicht darum, den Krieg zu gewinnen. Was denn? Das ist so bitter. Das geht voll daneben. Also im Grunde... Ja, das ist schon bei einem im Krieg. Ja, ja. Der ist gelaufen. Der ist gelaufen. Das haben wir jetzt... Na gut. Das haben wir gezielt selbst verbockt. Oh ja. Wunder, dass so ein Spiel heutzutage erlaubt ist. Nachdem der Krieg so verlaufen ist. Dann dürften wir hier gar nicht sitzen und das Spiel machen. Ne. Das stimmt. Alle haben noch was gemacht. Ja. Müssen wir jetzt aus den restlichen, ne? Ja. Zwei. Ja bitte. Geht ja was. Boah. Die Lucien sind da. So, letzte Konferenz. Oh mein. Wüsste nicht mal mit wem ich da spielen sollte. Sagt Machmi. Drei Personen zu finden ist ja fast unmöglich. Zwei musst du nur noch finden, wenn du Lust drauf hast. Aber, ja. Es ist halt... Man muss halt Leute haben, die da Lust drauf haben. Ich verstehe. Churchill wins the election. Place global issue on conference table on UK track space equal to 1d6. What? Auf deinem Track? Okay. Der global. Einmal würfeln und auf die Zahl kommt der. Auf die eins. Drei. 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 Manchuria. Place US as art-directed offensive in Far Eastern Theater. Ganz toll. Okay. Dann könnt ihr das wenigstens nicht da. Roosevelt dies. Da muss ich zwei hinlegen von meinen Productions. Ja. Das ist doch kacke. Roosevelt dies. If this has not yet occurred, remove Roosevelt and replace him with Truman. Das ist doch richtig Mist für mich. Das heißt doch hier geht wieder nicht vor. Ja. Ja. Das heißt es. Das heißt im Grunde. Es sei denn, dass du uns dazu gewinnen kannst, da für dich zu kämpfen. Das heißt im Grunde, wenn du es jetzt nicht gebacken kriegt hast, dann gar nicht mehr. Also im Endeffekt musst du sehen, dass du unsere... Das ist jetzt das Roosevelt aus dem Aufwärts oder was? Das war Roosevelt the Grey, der einen Tipp gegeben hat. Vor allen Dingen. Doch, Christoph muss noch Militäraktionen machen. Für mich ist das gerade völlig irrelevant. Naja. Weil ich kann nur noch eine Siegung zu machen. Wir müssen das so hindern. Ja. Aber... Wir müssen direkt Offensive USA ziehen. Ich sag dir doch, Chris praktiert mir die Bösen. Nein, das ist alles gut. Das ist alles. Hat dir alles Hand und Fuß. Dann sind wir vier Produktionen weg. Stimmt. Das stimmt. Weil was bringt uns beiden richtig Punkte, ne? Fünf. Was ist denn jetzt verhandelt denn? Du verhandelst mit dem Klassenfeind. Das ist doch wohl nicht wahr. 1945 war... Wir sind Europäer. Wir sind doch virtuell nahe. Kapus Georgien. Ja, aber... Wir kommen von einem Kontinent. Von einer Landmasse. Das war Asien. Wir verhandeln jetzt in Potsdam, ne? Oh. Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind. Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind. Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind. Heimlich. Ziemlich heimlich ist das Ding. Lustig. Eine Geheimkonferenz in Potsdam. Die gehen wahrscheinlich nicht davon aus, dass man so bescheuert spielt. Wir sind ja weit weg. Du bist noch nicht mal in Preußen. Ja, ja. Wir sind noch nicht mal in der Normandie. Immerhin. Vielleicht haben sich ein paar Leute über die Alpen geschlichen. Ja. Das ging voll daneben. Gott, oh Gott. Hitler musste zumindest von seinem Berghof fliegen wahrscheinlich. Ja, das schon. Das schon. Neugier bin ich schon. Auf dass ich mich noch nicht abschneide. Das ist halt schlecht. Es geht ja darum, wer für uns da einen gewinnt. Und wenn keiner jetzt irgendwas tut, ob das schon auch keiner. Ja. Achso. Aber ich habe Scheißkarten. Das ist nett. Ah, meine Bocken. Ich habe mehrere B-Mannschaften. Das stelle ich gerade fest. Das ist nett. Hei, ist der schlecht. Hei, ist der übel. Neugiererin. Er darf ihn nicht nehmen, ne? Dann nehme ich... Der ist nett. Der ist wieder da. Sechs. Ja, ich darf aber würfeln. Oh, ich kann auch noch 6 werden. Ah! Fünf! Nein, aber... Hat alles gegeben. Schade. Aber jetzt nochmal Lieder zu sein in der letzten Runde wäre schön gewesen. Aber hier in der Konferenz? Ja. Jetzt kannst du noch ein Thema aufbringen. Dann haben wir ja acht Themen dann. Stimmt. Und auch nur mit einem auf meiner Seite, oder? Ja. Also eins zu mir. Ja. Was hast du? Fünf. Fünf? Ja, ich auch. Sechs. Nehmen wir das hier. Das ist toll. Jetzt ist es hier. Das ist jetzt hier auch noch ganz vorne. Mist. Ach so, erstmal Themen aussuchen. Die A-Bomb immer wieder. Jetzt willst du es, ne? Mhm. Jetzt willst du die Formel ist das hier. Mal ansprechen. Und deine Produktion will ich auch. Meine Produktion? Bitte. Jetzt hab ich ja noch zwei Sachen. Ich würde dir seine direkt Offenzen nehmen. Ich hab auch einige lang. Der Kommunikationskanal ist zu. Auf meiner Konferenz. Vorher. Vorher? Weißt du ja nicht. Was sind ich? Sabotage-Teams geschickt. Zweite Folge. Oha. Der dritte. Ja, wenn er sich um die 50 Punkte nicht kümmert, dann verstehe ich's. Ja, ist klar. Mehr kriegst du nicht. So auf die Schnelle. Was sind die Punkte mit dem Ding oder Red? Beim Ende des Spiels? Oder drei? Nichts. Weil der Russe kann die ja gar nicht kriegen. Ist ja unfair. Stimmt. Oh. Ähm. Was passiert dann, was den gewinnt? Sagen wir so. Kriegst du Einheiten, die du platzieren kannst in dem jeweiligen Pferd. Das will ich eigentlich gar nicht anbieten. Weil, wenn ich ihm da Einheiten platziere. Oder wenn ich das Ding auch bringe. Ja, die muss aber im Pacific platzieren. Die muss ich im Pacific platzieren. Ich würde es dann natürlich da platzieren, aber das ist halt verschwindet der Ding. Wenn ich das zur Abstimmung bringe, dann versucht er auch zu bieten. Du kannst aber, wenn das Regierung geht und er sich darum kümmert, dann haben wir beide mehr Chancen, die anderen Dinger zu kriegen. Dann kann er nicht alles holen. Ja, das stimmt. Vor allem, weil ich mir die A-Bombe ja holen werde wieder. Das sieht gut aus für dich mit dem Marker. Mir ist es lieber, wenn du die Marker kriegst, als Chris. Weil du wirst sie vor allem aufwenden, um ihn zu schwächen. Ich glaube, das ist jetzt natürlich total irrelevant. Ja, das wird ja gar nicht im Sieg. Nein. Der wird gewinnen. Nein. Pass auf. Aber der ist ein Mehrheitenbringer. Die Konferenz, drei Siegpunkte. Du hast schon einen Vorsprung. Zwei Vorsprungen. Das ist eine gute Sache, stimmt. Ja, Böckow ist zu stark. Aber ihr dürft mal anfangen. Auf uns stehen die Dinger vielleicht noch. Ah scheiße. Dann bestimmt mal anfangen jetzt. Muss ich jetzt wieder würfeln? Ja. Ja. Haben wir gesagt. Ihr müsstet aber immer nur würfeln, wenn ihr ihn eingesetzt habt. Warum muss ich würfeln? Verstehe ich nicht. Weil der macht ja auch nichts in Fakten. Ja. Ne, das stimmt nicht. Der ist einfach nur der hat eine Drohkulisse. Der kommt in den Raum und alle macht alles gut. Alles gut. Ich glaube, wenn man das jetzt in der jetzigen Zeit spielen würde, gäbe es auch einen startenlenker, weil jemand mal würfeln müsste. Würd gern mal sehen, dass du London spielst. Hat man Interesse geweckt auf deinem Rundgang durch die Gamer Quater kommen. Ja, London, das wäre auch was für live. Auf jeden Fall London ist der Hammer, sagt Tino. Der muss unbedingt mal auf den Tisch. Definitiv. So, Josef. Zack. Ja, 3 mal sicher machen wir. Ja, 3 Punkte habe ich, weil er nicht vorne ist. Und 3 Punkte kriege ich für jeden Zweck. Ja klar. Das sind sichere Punkte. 12 Punkte habe ich. Ja, das ist sicher. Der Russe spielt aber schon so ein bisschen für sich, ne? Ja. Ich würde mal den Judge, die Marshal. Was kann er denn? Der kann Directed Offensive plus 2 und das Ganze mit einem Würfel boosten. War der verantwortlich für den Marshal Plump später? Army Chief of Staff. Ja, wer weiß. Das könnte sein. Ich würde, das weiß, hat er jetzt sechs. Ui. Ui. Da haben wir aber eine Angst, dass er hier im Pazifik... Ja. Da wäre vielleicht mal ein Machtwort von Churchill angebracht. Ja, nein, 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 nein. Der Klauen ist fünf Punkte. Beiden. Hat er schon. Ich gehe erstmal hier mit dem Chief of Secret Intelligence Service. Sir Stuart Matthews, alias C. Aha. Der hieß C. Das ist ja geil. C. C. Will C. Und der hat auch Paul Mellisches plus drei. Das sind vier. Aber die Runde ist jetzt nicht gut. Vier. Gut. Ah, ich muss dir einen abwerfen, ne? Der Stadion. 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 Einfach, um mal ein bisschen was zu bewegen, ja. Okay. Ich will immer den Henry Morgenthau. Ich glaube, das ist tatsächlich der mit dem Morgenthauplan, ne? Henry Morgenthau Junior. Der kriegt plus eins auf Global Issues. Oh. Okay. Sir Hörstling ist neu. Ich hoffe, er ist auch dabei. Das heißt, der hat fünf. Und die nutzt er, um hier diese Paul Mellgeschichte mal anzusprechen. Das ist auch unangenehm, ne? Mhm. Da müssen wir was tun. Ja. Weieso lege ich das trotzdem nicht, ne? Ich mache beide schon zwei, ey. Okay. Ja, aber du machst die ganzen Siegpunkte mit dem Marker nachher. Das bringt mir ja gar nichts aus Production. Ich könnte auch mal debaten. Das tue ich auch. Ja? Und zwar mit Avril Harriman. If Churchill is still active plus one. Dann würde ich mir das Ding hier machen. Ja, warum? Der war's, ne? Genau, oder ist der wieder da? Ach, oder. Oder, ja. Und ein Pass. Das ist mal ein Pass, aber ich bin jetzt ganz normal dran. Harry S. Morgan, ne? Harry S. Morgan. Morgenthau hatte ich, ne? Morgenthau. Morgenthau. Hendry Morgenthau Jr. Floppi. Ich spiele mal eine meiner blöden Einsen. Die hatte ich Gott sei Dank. Die Runde, ne? Ein Offensiv-Counter, ganz wichtig hier im Vereinsding. Der wird richtig angegriffen, aber es... Eieieiei, da geht's aber rund. Ohne Kriegserklärung. Ohne Kriegserklärung. Schon wieder Manöver. Die üben da einfach nur. Ja. Ja, dann spiele ich den Herrn Ickes nochmal wieder. Ah, ne Quatsch, ich passe. Quatsch, ich bin hier. Muss ja passen. Dann werde ich mal mit John Anderson, Board President of the Council, arbeiten hier. Erstmal versucht er seine War-Mobilization mal wieder. Das klappt nie. Und dann versucht er das Ding hier mit vielen... Das will er auch wissen in der Regel, ne? Mhm. Klar. Ich debattier das nicht. Bin gleich dran. Ich debattier das auch nicht. Führe nun nicht weiter aus, wenn das war. Oh, oh. Ja, dann kriege ich. Boah, schwer. Das ist schon bitter. Es ist natürlich gut, sich diesen Marker zu holen. Aber Stadion ist raus. Stadion ist raus. Und das ist... Als erster Tile-Waker wäre das auch nicht schlecht gewesen. Ich sitze eh vorne, ich bin eh nicht dabei bei der Ausschüttung. Tile-Breaker ist super wichtig hier, finde ich. Ja, extrem wichtig. Also auch die Fähigkeiten, wenn die anderen raus sind hier, dass er einen Tile-Breaker macht. Ach so schnell. Das ist... Wobei, wir haben 8. Man braucht wahrscheinlich... Nee, er ist jetzt verstorben, ne? 2-Min ist jetzt drin, oder? 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 2-Min ist langen Fähigkeiten. Bloß, er hat nur eine 4er Stärke. Ah. Der hat nur 7er Stärke, wenn die A-Bomb in Trinity steht. Alles klar. Okay, du hast auch noch zwei Marker. Also bis... Nee, also 2 bis 5. Ich würfel, äh, zwei Würfeln. Bei 2 bis 5 hat er den... Hier krieg ich eine Production, wenn ich den habe, ne? Eine meiner Production, ja? 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 Hätte ich 2, 3... Könnte ich da noch 2... Wendake live wäre auch mal top. ja das wird auch kommen also ein vierer wenn danke spiel gibt es ja das hast aber gesehen also ich will den zwei wenn da gemacht noch 123 und dagegen wobei jetzt will ich noch einzulegen macht eigentlich meiner meinung in die box das geht in den box jetzt bei uns ist er weg nein ich finde das passen teilweise nicht doof manchmal ja es passen aber bringt ja nicht so viel weil du hast trotzdem die karte vorher gespielt ja auch wieder war so bin ich dran ich werde mal jesse h jones spielen und dieses material das da aufs null setzen das spiel ist so thematisch ja das ist wahnsinnig thematisch das ist wirklich thema ein spiel hoch der ja nicht sicher nicht das ding debate habe ich sicher wieso weil ich dann mit winston da rein hier das ding sie macht hier dann kann man ja die wir gegen die beten hat ja nünsten bekommt kein herzinfarkt sieht das ding ja auch noch sicher und ich muss noch eine karte wegwerfen das ist dann zum beispiel dort louis mount button supreme allert command ist aus east asia command das kann aus dem pacific ganz gut sein und einen passmarker bekommen und dann muss ich passen ja genau das war jetzt die beste alternative als nichts zu debaten und jetzt churchill zu spielen ich spiel den dann muss ich wieder so einen normalen marker haben wir gar nicht mehr müsste man mal hier einen umdrehen gegen drei aber die sache ist dass du jetzt wieder also falls es zum teil kommen sollen entscheiden kannst und der läuft dann vier hier mit dann wäre ich dran dann spiel ich erstmal zwei auf directed defense das habe ich für eine gute option ich auch vor allem weiter plus eins kriege okay dann bist du hier ja nicht mehr lange jetzt sieht da noch einen raus da spiele ich den truman jetzt und dann haben wir aber eine fühlt sich sehr gut wenn du vorne sitzt bei der debatte kannst du nicht gewinnen dann ziehe ich raus 1 2 3 4 5 6 7 ich bin ja mit 10 so was du darfst ich bin ja mit 10 so was du darfst ich bin ja alles du kannst eh nur ein teil machen dann bringt ihr das am meisten siegpunkte drei dinger platzieren die hast du das hast du ihm im prinzip fast geschenkt ja ich hätte es sagt den sie der wird verschlagen gewesen aber ich dann hätte er den ich gekriegt ja wer ist mir aufgeteilt gewesen dass das sind noch siegpunkte aber global bringt auch noch mal siegpunkte das ist das glaube ich nicht aber hält mich für stärker gerade obwohl du hier schon du wirst noch mal siegpunkte machen diese runde du kriegst sie nicht aber fünf sind natürlich auch nicht wenig ich gebe die drei ich gebe die drei dir recht ich weiß es nicht ich warte das sind schon mal sieben siegpunkte die da liegen aber ich will jetzt ja aber du kriegst was kriegst du über den a-bomb space ja ja das ist nicht ohne dann musst du mal eben kalkulieren und für dich entscheiden also rein über den daumen ist das mir kommt mit dem was ich hier noch ändern wird gleich dadurch dass ich an keinen tollen mail gekommen bin dann ja du kriegst sie das ist gerade frisch geschlüpft mit den englern dann gleich gut halten so die fünf hätte ich doch gut gebraucht das weiß ich doch gut das ist mir klar ich werde das hier nicht mehr reißen die letzte runde wir haben auch schlecht gespielt die letzte zu zu viel für ihn jetzt dann hättest du eben auch beruhigte die drei geben können ich hatte eine relativ vernünftige mannschaft waren 1 und 2 dabei aber ja ich hätte mit meinen ja auch ihnen angegriffen es hätte ich dir gar nicht geschadet sondern ja ein bisschen verhandeln wir waren ja wenn ich verhandeln dann sagst du mal du redest mit dem klassenfeind du fandest doch immer mit dem klassenfeind aus england ich finde es merkwürdig dass global in der letzten runde keinerlei relevanz mehr hat doch siegpunkte am ende siegpunkte für marker die in deine richtung zeigen glaube ich glaube ich 80 punkte pro marke 555 ich habe doch spielerhilfen verteilt das ist ja viel mehr wert als der dann müssen wir sehen dann müssen wir das die nächste ist natürlich gehen ja das wollte ich ja ich habe gesagt warum willst du den global marker laden 5 punkte ja das sehe ich sowieso alles das kobe ohne nein ja solche sachen das passt hier aber trotzdem sicher auch eigentlich mal zusätzlich noch ne eigentlich zusätzlich noch ne so gezielte offensive habe ich ja wo soll die hin ja hier natürlich ok aber das bringt nichts zweite front haben wir nicht udssr haben wir nicht produktionsmarker die geht jetzt hier hin oder was ja die geht da hin produktionsmarker bleibt alles ne ich krieg vom engländer wasser 2 da in osten bedingt die anderen brauche um diese 2 in osten formellmaschine zu befreien ja muss ja ach so ja das ist man nicht nein nein das ist ich halte mich nur in die regeln dann habe ich ja den hier auch noch so geht ja doch ein bisschen was dahin also der kommt ja schon weg hier ne die zocke das war ja direkt offensiv hast du schon ausgelöst jetzt hier ne ja den habe ich auch schon gekriegt ne so dann chris schreibt bei der siegpunktvergabe die durchschlusslegende neu haben wir ja auch durchschlusslegende war erster werkkrieg das ist lange abgehakt das ist irgendwie drüber weg so alle spieler müssen reihenfolge alle produktionsmarker das haben wir militärische unterstützung der weltkrieg war das relativ klar das hat nichts mit deutsch zu tun ne so dann kann ich die wegziehen von der von der ach und der fandst du der einfach ne das gibt auch noch zwei siegpunkte das ist ja nichts gegen fünf die sind noch achso das brauchen wir nicht austauschen ich glaube das hauptding ist gerade echt blau ne da aber holt er jetzt die punkte ich glaube ich werde doch letzter werden noch also aber alles relativ dicht beieinander waren ja da macht es nichts also außer dass du uns hier die punkte kostet ja wenn das du wenn das schafft und muss klappen du hast einen durchgebracht ne von dann direkt offensiv und nur wenn der nicht klappt ja also wenn beide klappen ist es auch gut wenn der klappt ist es gut für ihn naja dann haben wir aber den ja wenn er den macht haben wir den haben wir den ja das ist nur noch am besten beide kamen nicht das ist mir offen ja ich überlege ob das so glaube ich das so lange ich gehe da auch noch mal sicher ich weiß nicht was da noch kommt sehr schön was rumliegst du dich auch siegpunktmäßig immer noch ein stück weit vor ihm ich ja wie viel denn 8 6 ich gehe vergleich das ding ist mir wichtiger nur glaube ich schon überholt hast die drei punkte schon genommen ja ja das ist ja das hätte er denn hätte eben kaum kannst du die geschichte neu schreiben für das spiel wirklich spielen ist ja nicht okay marco hi hallo egal wer gewinnt das mit einem bitteren beigeschmack das wird kein sieg für mich wegen der braunen horden die dann einfach in deutschland rumstehen das wird eigentlich kein sieg wir hätten deutschland geplättet haben müssen wir haben den sieg verspielt wir haben den jahren weltkrieg gerade verloren einfluss kommt jetzt kommt jetzt dann fängst du an weil du hast am meisten wir haben beide einen und du hast ungefähr 20 punkte mäßig das heißt dann entferne ich den hier dann entferne ich diese beiden ja ich gehe voll warm ah ne den ich entferne ja genau so und dann entferne ich die beiden da hinten ja du hättest die drei nicht gehen ja die prämierste sind unglaublich viel wert das ist der wahnsinn ja du darfst aber keine links reinstecken nee die darfst nicht ähm das mach ich jetzt nicht so zwei um den zu entfernen warte mal, blau ist noch weiter vorne, ne? ne, glaube ich nicht ne, das lange nicht mehr zwei um den zu entfernen du hast mir da gerade acht punkte weggemacht, da steht sie nicht vorne darf ich die acht punkte weggemacht, das stimmt jetzt ist die frage ob ich rot da jetzt gut wegmache oder ob ich mir da drei punkte mache also muss ich einen wegschmeißen, sonst ist es auch irgendwie doof ich mache rot hier die weg mache die roten ne, die muss ich nicht wegmachen, ich kann da einfach einen reinlegen die muss ich nicht wegmachen, das ist gut und dann kann ich noch weitere platzieren dort und dort bitte so das weg machen, da bringen wir keine weiteren ok, dann kannst du ein platzieren ja, ob ich jetzt den grünen weg mache dann holt ich uns beiden mit ja, oder selber dir in greece oder hungary macht glaube ich keinen entscheidenden habe ich den hier in so einem blausplätzchen auch entfernt? also das mache ich nicht das mache ich nicht, da bleibt ein blausplätzchen liegen beide lege ich dann einfach da hin also da bleibt ein blausplätzchen das darfst du mit einem ein, drei stück, das darfst du nicht okay dann lag der aber hier ne, da ich habe nur verzweifelt versucht, hier die Basis zu gewinnen der war richtig sicherere Punkte fünf Punkte okay global issues aber das sind zehn punkte zehn punkte zehn punkte darum hast du ihn schon den richtigen, dass wir genommen geben glaube ich schon so, erforsche und der A-Bomb ja, das würde ich noch machen ich habe keine Unterstützung diesmal mit dem W10, ne? ne, nach wie vorher mit dem W6 4 bis 6 4 bis 6 ich muss klein würfeln eigentlich ja, aber eigentlich auch groß das ist nicht wahr drei Punkte, ne? das geht hier völlig in die falsche Richtung alles so, dann wie hätte die Welt ausgesehen, wenn das alles so passiert wäre oh, Gottes Willen Stalin hat die Atombombe vor den Amis und Deutschland wurde nicht besiegt ja traurig eigentlich Horrorvorstellung ja aber Roosevelt hat das länger überlebt als im Jahr leben, oder? ich glaube das ist der einzige, der das gewonnen hat beim Spiel der hat ein halbes Jahr länger als ihr Lebenszeit alle anderen haben die ganze Zeit er wusste, dass das Dilemma länger der gesamte, restliche Planeten hat verloren ja, wirklich aus Japan haben wir nicht nicht mal Japan haben wir erreicht dann kommen jetzt die die Verteilung hier von denen ok das sind wieder 5 in den Osten ja und eine an den Strand schon einen Strand der ist immer da ich fahre um diese Jahreszeit immer in die Normanden wer ändert auch, der kriegt nichts an nee jetzt kann sie da stattfinden weil jetzt sind keine Gruppen mehr da die jetzt abhalten können die haben sie mitgekriegt die waren mit sich selbst beschäftigt boah, haben wir das an die Wand gefahren? ja, total mega peinlich mega peinlich also, das hat ja keiner mitgekriegt nein, Gott sei Dank Gott sei Dank jetzt noch 19 aber es waren schon deutlich mehr ich hätte auch ausgeschaltet das ging voll nach hinten los so, nur hier wir spielen es bei Zeiten nochmal wir verteilen die auch noch hier, oder willst du erst? ja, zwei in die Mancherei und die anderen haben wir noch haben wir noch nicht gemerkt das müssen wir gar nicht wollen if any fronts attempting to enter a B29 ja, werden verteilt 1 zu 1 ja ist doch gut ja okay ja das war's da schon zuerst? der Kollege zieht einfach wieder ab und freut sich ich habe einen Fehler gemacht ich habe einen Fehler gemacht guck mal hier in die ich glaube ich muss jetzt zwei da hinpacken ja stimmt wie ärgerlich das ist natürlich hart kann ich da ja nicht mehr gewinnen scheiße das hat mir echt weh getan aber der kam so rein der kam so rein das war die Karte das war ich nicht der hätte auch hier lieben bleiben können wenn nichts passiert, oder? nee, der wurde auch von der Karte direkt ausfällig platziert ach ja, so war das ich bin Floppy ist froh, dass wir keine Politiker sind wir auch wir auch das ist 1 zu 2 gewinnig ja, dann sind wir 10 1 zu 2 gewinnst du 1 zu 2 gewinnst du das schaffst du das schaffst du nee, dann noch nicht hätte ich klappen können scheiße das hat es echt noch nicht mal geschafft hier bei einer 2 Burma bei einer 2 jetzt nach Burma oh ja nach Burma da ruhig der untersteht nichts nee so, hier auch bei einer 2 was räumen wir da jetzt? da rein ja, er will da rein ich versuche es nicht klappt auch nicht so, jetzt sind wir hier das ist schon mal gut für uns bei einer 6 dass der Abstand bleibt hier haben wir eine 6 mindestens bleibt er eine 9 das wird nichts das ist bitter das waren 5 Punkte 5 Punkte in die Wecken mit einem Würfelwurf sehr gut großartig wir sind stolz meine Truppen sitzen hier schön in den Fasgaden und genießen schön Rotwein die Amis keine Reroads das hat es auch schon gemacht Moment keine Reroads das wäre jetzt mal was ganz Neues ich habe da noch eine Regel überlesen wir haben Reroads jetzt in der letzten Runde das gibt es ja nicht ernst nein Quatsch ich tippe immer dass du das Churchill gewonnen hast und bei uns beiden ist es knapp vielleicht bin ich jetzt doch Zweiter weil du das eben nicht gemacht hast nee, wir haben alle gemeinsam verloren wir haben alle gemeinsam verloren ja, so muss das auch nicht sehen so, wir haben das machen wir jetzt mit der mit der Technologischen Regel also ist der okay ist die sehr anders ich habe jetzt mal auch schon gemacht aber das Ganze war das Ende des Angepasst das Ende des Angepasst das ist sinniger das Ganze aber zumindest der Herbst schon für Churchill also eigentlich kann wir jetzt auch direkt noch seine nächste Amtszeit als Premier angehen vorausgesetzt dass die Insel weiterhin englische Hand bleibt ich habe 24 und eine 5 weggelegt nicht eben ich habe in der letzten Vereinbarung eine richtig hohe Karte reingeworfen das war natürlich auch nochmal gut für mich die fehlte euch mir hat es in einem darauf gebracht ja ja ich habe einfach der Poker das heißt wirklich die Sechsen wie hoch war die Wahrscheinlichkeit dass ich das dritte Mal in der Abstimmung den Kollegen da rein das war die 10. Konferenz beide haben es geschafft Japan und Deutschland stehen noch jetzt geht es mit 4-4 weiter die Punkte hier werden noch nie aufgezählt also es geht für dich der Reihenfolge das einzige was wir gemacht haben waren diese hier so Broken Alliance haben wir nicht if both Axis powers surrender if both Axis powers have surrendered in the score differential between the highest and lowest scores wir haben beide nicht surrendered Global Hegemon aber wir müssen jetzt erstmal die Siegpunkte machen ich komme nach normalen dann wird geguckt wie es angepasst wird dann nehmen wir noch die Siegpunkttabelle da oder nicht genau das ist gut haben wir nichts vergessen jetzt gehen wir von oben bis unten so General 3 victory points per country or colony space with your political alignment marker alignment der hat blau 1 also 3 Punkte 3 Punkte und wir beide haben 6 und wir beide haben 6 Punkte 1 victory point per country space without a political alignment marker where you have a clandestine network 1 reicht 1 reicht ach so dann wäre es natürlich interessant hier nicht 2 zu legen ja ich habe auch gesagt man kriegt pro Marker dann hätte ich ja so einen lieber hier hingewen na egal dann sind das gar nicht so viele und die wo die hier nicht sind also der ist wertlos der ist jetzt da in dem Fall noch wertlos das gehe ich hier auf 1 und hier einen hoch und da haben wir gehst du auf 3 2, 3, 4 und ich habe 5 1, 2, 3, 4 äh 2, 3, 4 und da einen hoch genau ja hätte ich natürlich dann ausgetaucht ja ich habe aber auch ständig hier zwei reingelegt von daher haben wir alle gemacht so per country space 5 victory points per global issue das sind für mich 10 punkte ja einfach unten mal nur 10 punkte guck mal wie dich das jetzt ist das bist du auch bei 22 so dann conference shits haben wir schon was haben wir noch conference shits ja dieses hier dann colonies 2 victory points for uk per colony space with no clandestine network sind 4 punkte für dich 2 pro ne 2 pro ja sind 8 punkte für dich 8 punkte für dich kein surrender nicht eine nicht eine 2 victory points for the uk if front in central italy die haben wir schon gemacht ne die oben hast du auch die hast du auch 2 victory points for the uk if central italy is entered before normandy das haben wir 2 victory points for the us if normandy is entered before central italy nein 5 victory points for us if germany surrenders and is not occupied by nein 5 victory points for the uss are and the us uk each if they fail to reach germany but reach east or west germany respectively nein auch nicht mal das 2 victory points for the uss are and the us slash uk each if they fail to reach germany but reach prussia or the rheinland nein 1 victory point per german technology marker haben wir auch nicht dafür hätten wir deutschland erledigen müssen so 5 victory points for us if japan surrenders and is not occupied nein 3 victory points for the uk and the uss are if the south west pacific front has not entered the philippine space nein 5 victory points for the uk and the uss are if the central or south west pacific is more than one space further away die kriegen wir beide die bekommen wir beide die kriegst du ja aber dafür kriegst du auch 5 ne kriegst du nicht ne ich hab dann den 9 gewürfelt 1,2,3 okinawa nicht kuyutu nicht famosa nicht famosa auch nicht ne famosa auch nicht nein ah dann macht der hin korea nicht ja 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 das ist das war es jetzt hier jetzt kommt die a-bond 3 victory points for the uss are einfach so for each space achieved for the manhattan spiring potential of 12 also hier wäre 12 gewesen 9 9 ja hier fange ich an hier war 5 hier da hin bitte dahin und jetzt krieg ich noch 3 weil du sie nicht entdeckt hast 3 for the us and the uk if trinity haben wir nicht 3 point uses are if the us does not have the a-bomb in the trinity space dann nochmal 3 das hast du gewonnen zur Zeit zur Zeit jetzt kommt noch was oder was jetzt wird auch angepasst ne aber das wird nicht so dass du ihm die 3 gegeben hast ja klar ich hätte dir nochmal irgendwo rein weghauen das dann irgendwie ja aber dann macht's auch kein dann hätte man genau durchkalkulieren müssen ne so if one or both access powers have not surrendered then the player with the most points subtracts 5 points the player with the second most points subtracts 3 points and the player ach im Vergleich das heißt du ziehst 5 ja ich war 3 ich zieh 3 3 ab und du ich bekomme 5 ach was ist das für die regel das ist in case das ist die strafe wenn das nicht läuft ja aber warum würde ich keine strafe aber die beiden besten die beiden besten die beiden besten die beiden besten die strafe after these adjustments the player in case of a tie the most points the player subtract 5 points the both players subtract 5 points and the other player adds 5 points wenn jetzt ein Teil wäre wir haben einen Teil ja wir haben einen Teil haben wir ja wir sind bei 33 ach das ah ok wir ziehen jetzt nochmal 5 ab und ich geh nochmal 5 dazu wie viele kriegen wir abgezogen wir gehen wir auf 28 und ich geh auf 32 ach das gibt's auch gar nicht und du gehst auf 32 also ein bisschen schräg das ist ein merkwürdiges the player with the most victory points wins dann hast du völlig gewonnen ja wie auch immer das gerade zustande gekommen ist das ist wenn es nicht das ist ganz anders wenn es nicht du musst es platten du musst es platten gut aber dann musst du ja eigentlich diese ganzen Sachen im Kopf haben ja natürlich oh wenn wir ja Deutschland jetzt wirklich nicht besiegen dann wird es nee wir hätten nur kein Teil haben dürfen kein Teil der Teil war das kein Teil dann da hätten wir schon ja dann wärst du auch Zweiter geworden bist du jetzt auch ohne Teil hätte ich gewonnen nee wann war das denn ein Teil wir hatten da eigentlich ein Teil ach den zweiten Teil jetzt hat den mir 5 und dir 3 abgezogen worden genau weil ich mit 2 Punkten Vorsprung gewonnen habe war das Pech war das dein Glück ja dann ist es schräg also Glückwunsch der Sieg fühlt sich nicht wie ein Sieg an allein dadurch das denke ich mal es ist halt eher eine es ist halt eine Strafel aber wir waren alle dicht beieinander dicht beieinander das ist die Strafe ja danke das ist aber die Strafe weil wir es nicht gepackt haben ja das wäre halt ganz anders gelaufen ja du bist belohnt worden 2 Mal 3 Mal ja gut durch die Ties aber das kann man nicht durchrechnen hättest du hier hinten irgendwie genau wenn dir die 5 Punkte gemacht hätte ja wäre genau so gewesen das wäre egal das war egal ja stimmt ich trau mal die Punkte an ich hätte den trotzdem ich den nicht geschafft hätte zum Beispiel hätte ich 3 weniger gehabt dann hättest du gewonnen mit einem Punkt dann wären dir 5 abgezogen mir 3 dann wäre ich erster gewesen den ich gemacht hätte wäre ich erster gewesen ja warte mal teilweise hat er auch was begründet warum er Sachen so macht ich komm mal hin aber das ist natürlich trotzdem ein bisschen willkürlich weil ja kann ich das wissen dass ich diesen Artest lieber nicht machen ja die 3 Punkte weniger hätten mich zum Sieger gemacht ja genau das kannst du wissen wenn du die Victory Point Conditions und alles vorher weißt ja das macht keinen Spaß ja gut okay aber ja da muss man halt damit leben dass das irgendwie Players have to win the game within the alliance structure these victory conditions stand in stark contrast in the accepted industry norm of the person with the most points always winst Guilty as charged a cutthroat winner take all style of play may result in the most points but could drive your allies into a pact against you in the peace to come the game outcomes revolve around whether the excess power surrender unconditionally Casablanca conference or surrender via a negotiated settlement historical norm if the excess surrender and the score is not within 20 victory points I posit that the remaining two powers form a post war coalition against the high score and if their combined scores are greater the player and the second and that's happened mal letztes mal das happened mal letztes mal das es genau nicht so war dass das eure gemeinsame Führer waren genau deswegen hat das letztes mal Churchill gewonnen und diesmal ist halt dadurch dass wir einen Thai hatten zweimal ja dadurch hat er halt 10 Punkte gekriegt 10 Punkte 10 Punkte 10 Punkte ja ja und der Thai war ja sehr zufällig aber ich finde das Spiel an sich macht so einen Spaß und das ist so thematisch ja dass mir das eigentlich sowas zweitrangig ist egal das war mir auch völlig wurscht ob das jetzt ich fühle mich jetzt richtig oh toll das ist mir egal ich sitze hier nicht 8 Stunden klar gewinnen ist schön aber boah haben wir das Ding verkackt ich bin eher dafür das Schleunys normal zu spielen um das hier mal irgendwie zu klären das ist viel wichtiger ich finde aber sogar man kann jetzt gar nicht auf Sieg spielen weil das das kannst du nicht alles im Gucken haben das ist heftig ganz zwischendurch immer mal gucken das Gewinnen so ein bisschen beiseite lassen also ich finde man hat schon gewonnen wenn man es schafft die wegzumachen ne genau dass wir auf keiner Front auch nur herangekommen sind genau das ist eigentlich das Fatale dabei und deswegen haben wir eigentlich gemeinsam verloren weil einmal die neue Weltordnung aussieht schön ist das nicht aber wenn du da gar nicht mehr auf Sieg spielst nur darauf dann macht es dir auch keinen Spaß mehr du musst schon ein bisschen gegeneinander spielen ja na klar aber so dass du trotzdem schlattst den Gegner mach ich mal ne nicht mach ich mir wemse hat hier noch was wir haben zwar zweimal in case of a tie for most points both players subtract 5 points das war beim zweiten mal beim ersten mal du drei und dann machen wir gleich genau dadurch machen wir dann gleich not surrendered then the player with the most points subtract 5 points so after these adjustments ja aber nur einmal tatsächlich nur einmal wo kommt das zweite hier dann haben wir beide zusammengewonnen kann ja nicht sein wir haben noch ein tie then the player with the most points subtract 5 points the player with the second most points subtract 3 points danach hatten wir den tie and the player with the fewest points adds 5 points das haben wir gemacht in case of a tie for most points ach dann in dem Fall danach ja was machen wir nochmal after these adjustments the player with the most victory points wins if the adjusted scores result in a tie for most points then the final tiebreaker rules are used to determine the winner das heißt ihr hattet den tie ja genau und der tie wird jetzt per tiebreaker du kriegst 5 abgezogen nur wegen gestandes nicht doppelt das ist da steht in klammern ich hab das handy ich hab die klammern hier das ist zu klein so ist das jetzt aber wer gewinnt denn jetzt tiebreaker rules hast du entschieden der final tiebreaker wer hat denn noch ein äh theoretisch kann ich das entscheiden wer gewinnt ne ist das so das ist blöd gut das würde historisch würdest du dann ihn gewinnen ja historisch würde ich wohl gewinnen ja aber ich hatte mein judge meine starlin nicht mehr was heißt denn jetzt final tiebreaker ist das dann seine seine Fähigkeit nein ja danke noch was in klammern uns kann die eindeutig nicht geben also wir haben beide 33 und du hast 27 elli fragt ob wir noch was spielen ne ich nicht mehr spielst du noch was? ähm wie spielst du denn? 4.44 steht hier 4.44 steht hier ich weiß es nicht 4.44 also final final game victory tiebreaker bist du da schon drin 4.44 warte 4.44 das ist ein bisschen schräg ne diese victory point adjustments ja das ist aber das ist das ist viel thematisch ja wir machen vielleicht thematisch drin aber das ist natürlich schwer darauf zu spielen ja klar das kannst du machen das kannst du machen es sei denn du kannst das spiel wirklich so gut dass du genau weißt final game victory tiebreaker in case there is a tie for the most victory points after any adjustment the final game tiebreaker priorities are as follows first condition to be met breaks the tie if the US is tied for the lead and has the A-bomb Roosevelt wins also if the USSR is tied for the lead and its east front tank is the sole occupier of German stadiums otherwise Churchill wins even if Churchill was not one of the sides tied for the lead Churchill wins Churchill wins ok wie heißt der auch Churchill ja da hat sich ein bisschen also ok ich hätte gewonnen wenn ich hier eigentlich warst weil die Atombrücke aber Churchill wins jetzt kann ich das korrekte Ergebnis eintragen danke Wemper da hab ich die Klammer nicht mitgelesen was denn trotzdem steht das das sieht sich nicht an als hätten wir hier irgendwas gewonnen ne wir haben beide 33 und du hast 27 das liegt aber nicht an der Wertung sondern das liegt an diesem miesen Ergebnis das wir da auf den Tisch gelegt haben fatalen Spiel ja das wir da gemacht haben fatal schlecht gespielt ja nein also eigentlich haben wir das sehr schön realistisch gespielt mit drei ähm ähm Alphatieren an einem Tisch denen es nur darum ging auf ihrem ja im Grunde anscheinend waren sie dann damals doch nicht ganz so offenbar nicht ganz so blöd ne nicht ganz so blöd ne nicht ganz so blöd die haben sich doch ein bisschen mehr zusammengerissen ja irgendwie haben sie schon geschafft ja das die oberste Priorität haben sie doch erkannt anscheinend ja wir nicht dann Glückwunsch aber ja 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 das ist ein gemeinsames unentschieden jetzt müssen wir aber gleicher Tendenzen verliert wenn Steffen am 19. kommt Steffen voll gut coachen wenn er ist noch nicht gespielt hat bis dahin wir müssen natürlich genau die Victory Conditions erklären ja damit er komplett verwirrt ist ne er hat das ja auch also der wird sich vorbereitet ach so meinst du wird sich vorbereiten ja guck schon das glaube ich schon bin ich mal gespannt ja aber hast du auch noch gespielt also was denn hat Spaß gemacht das ist einfach tolles Spiel das ist ein tolles Spiel das ist ein tolles Spiel na frage was wäre auch was für euch war toll und unterhaltsam sagt man spiel das ist schön ja schön so soll das sein hat irgendwer schon mal Formosa fallen sehen bei einer ab der sechsten Konferenz wir haben sagen Formosa bei euch gefallen 1 2 3 4 5 und dann auch um ein jahrelang zu marschieren zu schätzen aber du machst das mit jeder Runde was du hier weniger machen ist ja logisch du kannst ja nicht in jeder Front gewinnen und hier sind 3 4 5 6 7 Siegpunkte drin ja 5 und hier musst du jedes Mal mitziehen das muss jetzt mal funktionieren richtig war okay Churchill aber das ist nicht unbedingt das ist halt mal was anderes ne das ist irgendwie ich kann jedenfalls das ist nicht mein Ding ich steh drauf das ist so thematisch ja das ist super das ist absolut das Feeling am Tisch das ist Wahnsinn wir haben uns auch wirklich gut unterhalten hier das war jetzt sie damals auch es ärgert man sich halt über Verhandlungspartner die überhaupt nicht ja plus wenn du das hier wie ein Stichkartenspiel runterspielst ohne da irgendeiner macht keinen Spaß dann geht die Hälfte des Spiels verloren so ne dafür es gibt das dann nicht her das lebt wirklich von schnacken genau und es gibt halt ganz klar hier Leute die haben halt ein Thema ne der plus 3 ist noch und das ist voll wenn du guckst deine Leute an und weißt worum geht es in dieser Runde eigentlich so genau richtig genau das habe ich zu wenig gemacht ja das habe ich auch und ich glaube da ist der Glücksfaktor auch minimal ja du kannst dich ja ein bisschen drauf einstellen so ne wir haben alle ähnliche Karten ich hatte in einer Runde wo ich hier die ganzen Pulmil geholt habe da hatte ich drei Charaktere die dir bei Pulmil Bonus brachten so ne und dann guckst du einfach ein bisschen was du machst genau du musst halt ein bisschen du musst alles planen aber du kannst natürlich mal alle Runde so eine Runde haben wo du die ganze 2 oder 3 dann hast du wahrscheinlich die nächste Runde gute richtig vor allem wenn du die nicht mischen darfst danach genau und die ersten beiden Runden bei mir waren echt brillant mit den Karten da habe ich sehr viele hohe drin ja keine eindeutigen ersten gibt ach so genau das war das ja genau da hatte ich die Klammern hatte ich nämlich nicht gesehen auf dem Handy hier eben super ja finde ich auch super echt weil die Klammern die habe ich tatsächlich nicht erkannt da eben und dann es ist unterm Strich völlig egal wer es gewonnen hat das ist egal das ist die Story das ist eigentlich das das ist das Erlebnis hier das ist doch gut so ja also ich fand das jetzt zu keiner Zeit allgemein ist dieses Gewinnen bei Spielen immer unwichtiger für mich ja man hat schon Interesse aber es ist nicht so ich nervt es nicht also natürlich muss man diesen englischen Sportgeist irgendwie doch haben klar dass man drauf spielt solche zu gewinnen ja das stimmt aber letztendlich ist es nicht das einzig entscheidende nein ich verliere lieber ein tolles Spiel als ein langweiliges Spiel zu gewinnen ja das stimmt das ist einfach so das ist das ich fand es super ich habe euch zu schauen sagt BEMSA liegt ganz anders auf was bei meinen Partien wie die Gaste bei euch was was wo ist Vamosa Vamosa ist hier China Burma India Vamosa gab es eine Situation irgendwie Vamosa gelöst Vamosa gelöst das muss aber nach dem 2er Weltkrieg sein das muss danach sein aber relativ das war beim Early War das war ziemlich zum Anfang ja das war doch irgendwie Vamosa gelöst die Produktion da kannst du da nicht weil ich war noch nicht Japan irgendwie vier Punkte wird und irgendwas war dann ja ja das sagt ja auch was unsere gesamte Bildung haben wir auch spielen oh mein Gott ja das ist noch weiß ich nicht eigentlich alles aber ok die Karten waren ich habe Karten in den Großtypen und alle nein nein immer nur Pro Pro Sorte und jetzt müssen wir demnächst mal ein paar Leafschenken ich habe noch zig Leafs das tut mir eine Seele weh auch wenn es dein Spiel ist wenn ich die für Karten sehe auch wenn es dein Spiel ist ja guck mal ja die sind echt empfindlich also es gibt hochwertigere Karten ja was dann es gibt deutlich hochwertigere Karten ja die sind nicht so doll die Karten und die musst du mischen hier relativ häufig ja klar CBI die hast du auch mal länger in der Hand richtig CBI war ich immer meilenweit von entfernt CBI Theater habe ich immer links liegen gelassen ja ja wer spielt hat schon gewonnen jetzt BGA und ich hoffe auf Partner bei Kylus ok dann viel Spaß auf BGA BGA hat echt klasse Spiele in letzter Zeit dazu gekriegt irgendwie Roll for the Galaxy glaube ich spielen jetzt irgendwas war da noch neu ja bei uns haben Amis und Russen ihre Fronten erfolgreich beackert bei uns heute nicht das haben wir ja gezielt verhindert ja das haben wir ja ganz ganz das haben wir super hingekriegt die Russen können ihre Front hier deutlich einfacher aufrollen wenn der D-Day kommt ja ich hätte es aber geschafft wenn dieser Marker nicht gekommen wäre wahrscheinlich ja vier mehr Würfeln das wären ja zwei Siegpunkte mehr gewesen das ist wahr das hängt an so viel das hängt an so vielen Sachen das hängt an ich glaube ich da jetzt gar nicht so wir hätten viel früher wir hätten überhaupt den D-Day genau wie letzte Runde du hast wieder hier gekämpft du hast dich angekämpft das letzte Mal vielleicht noch bist du noch angekommen letztes Mal war ich nicht Russe das letzte Mal in Zwiegespielt habe ich da war ich Ami ne ich war Russe nicht in der Spiele wo ich dabei war doch da war ich auch Russe war Russe wir haben es einmal zusammen gespielt dann habe ich einmal Ami dann habe ich einmal öfter gespielt weil ich war am letzten Mal da war ich auf jeden Fall Stalin also Russe nee der letzte Mal ich denke das Georgi ja damals war das auch sowjet 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 da gibt es so Unterschiede war doch Georgi oder? ja kommt mir auch so bekannt vor genau wir hatten den D-Day nachdem Churchill Italien vorher klar gemacht hatte naja das versucht man immer als Churchill weil das ist ja auch so eine Sache die USA versucht natürlich hier der aufzuspielen auf dem D-Day weil die bekommen die Punkte wenn das vorher passiert und der Englander oder der Britte bekommt die Punkte wenn es das vorher passiert also das ist eigentlich so ein hier ein Kampf erstmal zwischen USA und Großbritannien ja was vorher passiert das stimmt trotzdem hätte ich gesagt wenn man beides nicht besiegt dass man dann einfach generell sagt ist verloren ja damit auch ein bisschen darauf gespielt wird ja ja es geht irgendwie die 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 Punkte Ausgangszahl soll Storymist dann halt Bezug nehmen auf den Ausgang der Nacht der in der Nachtkriegszeit auf das weitergehen ok natürlich war es in der Lage das hier ist ein Stück weit ein Nebenschauplatz das nimmt man so mit die Punkte trächtig relativ aber hättest du nicht hättest du das nicht gemacht wärst du weiter hinten gewesen sehr viel weiter hinten neun Punkte zieh dir mal neun Punkte ab dann wäre ich zweiter zwölf drei weil du es nicht geschafft hast genau und neun Punkte dann wärst du hinten gewesen was ich halt gar nicht am Zettel hatte war ein Gesiegpunkt hier rüber ja aber das war natürlich aber guck mal da hast du noch zehn Punkte gemacht ne haben dir auch nicht richtig weitergeholfen ne doch du bist die erste gewonnen aber nicht deswegen ne 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 nach acht Teils und er hat den Anbau mir nicht und du hast das nicht in Osteuropa einmarschiert danach hat dann Churchill gewonnen also ich habe die meisten Punkte gemacht oder er hat das Spiel nicht gewonnen das kann ich mal festhalten ne ja so in der Art ja das ist so wieder eine verstehe ich mich du verstehe ich mich wie gesagt der Churchill hat jetzt nicht mal an dem Teil beteiligt sein müssen ne das ist total geil also wenn wir bald im Teil gewesen wären richtig dann hat zum Churchill das Ding gewonnen schräge Sache der Ami konnte mit seiner Power seiner Asienfront allein bearbeiten ja das wurde erfolgreich verhindert also wir haben ja wie gesagt gegenseitig alles alles weg gezogen was geht also wären wir einig gewesen hätten wir an vielen Fronten viel mehr machen können ja definitiv wir spielen jetzt mal drauf was wir in den E-Mail machen dann helfen wir da hinten dann Tüten noch Tütchen ne fehlen noch zwei also das nächste Mal wenn wir spielen ich hab hier gar keine wir spielen es am 19. schon ja sehr gut aber große das nächste Mal wenn ich beteiligt bin das Spiel hätte ich gerne schon das Sport drauf einladen dass wir mit allen Mitteln versuchen diese beiden Felder zu betreiben bitte dies und das ja bitte auch drum lass uns da mal drauf spielen lass uns da mal drauf spielen das machen wir wir müssen japaner nicht so machen wie ihr Amis das wirklich gemacht habt ihr Amis 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 das ist doch total erfüllend sagt man sich wie man zufrieden auf einen absolut tollen spielern zurückblinken ins Bett fallen kann gewinnen ist völlig zweitrangig da ja das sehe ich auch so wo eine halbe Stunde lang keiner wusste wer gewonnen hat das war noch mal richtig spannend wer kommt da wohl als Sieger aus danke für die tolle Stimmung und Unterhaltung sagt jo danke sagt Floppy danke fürs zugucken jetzt noch ne Runde Samhain mit Mirko sagt Floppy Mirko will auch nicht mehr so gerne spielen du musst dir komplett erklären und ich hab schwierig Samhain von Jockey X dieses Wargame nee es kann so ein Work-Up-Placement aber ein interaktives ganz einfaches ganz einfaches aber das müsste ich auch mit Regeln jetzt ausklappen das ist auch schon länger her Floppy hat mir das erklärt ist doch gut macht auch Spaß aber ich krieg's nicht nochmal so ohne weiteres jetzt hin ja ich weiß jetzt nicht also du sagst nicht nochmal Mirko irgendwie nicht nochmal nee auch nicht das Spiel nochmal ich sag jetzt direkt ich sag jetzt direkt wir packst du in die Regeln ein wir spielen auch jetzt dafür brauchen wir die das ist Hidden Agenda das sind nochmal so geheime Ziele das ist eine Option wenn du das hier hast hast du am Schluss nochmal vier Siegpunkte hast du das hier aber Hidden Agenda hört sich doch erstmal super an ja ja klar das sind nochmal so geheime Ziele die man hat ne so was ich bin dann das Spiel so wie sie es ist geht doch fix das klappt das klappt ja also ne an sich es ist wirklich nicht kompliziert ne es ist eigentlich ne also es ist viel leichterer Einstieg als bei den Coinspielen ja definitiv ist es einfacher als ein Coinspiel also man muss sich schon so ein bisschen in den Ablauf halten sonst kommen wir durcheinander und dann ist es vorbei weil ja das stimmt weil bei den Coinspielen geht es halt alles jeder macht was eigenes weil jeder was anderes kann das war jetzt nur weil wir lange nicht gespielt haben ja jetzt könnte ich das einem der es noch nicht kennt also jetzt könnte ich das schnell erklären ja das nächste Spiel ist ja schon in zwei Wochen also das nächste Spiel ist ja noch ne hier ist noch eine Tüte gerade gefunden genau wo sie den Deckel ist abgegeben ich kenne noch kein anderes Spiel was so eine Aufteilung hat zwischen diesem ja der Spiel verhandeln und der Aktion am Brett ne die aber auch zusammenhängt denkst du aber alles was ein völlig maschineisch alle Aktion die du machst verhandelst du ja vorher du schaffst die Grundlage dafür was du da tust du kannst ja auch noch mit deinen Produktionseinheiten dann das sagen okay ich gehe jetzt nicht nach ne ja das stimmt was aber irgendwie auch realistisch ist ja aber diese Leute zwingen ihre Produktion an ihren Fronten wo es passt das ist echt heftig das ist auch was toll ja und ich weiß immer noch nicht was mich dazu veranlasst hat die dir zum Beispiel diese Formel dazu lassen oder äh der letzte Zug der war der war ein Fehler dir das da alles zu lassen aber das hätte mich auch nicht mehr gerissen zu dem Zeitpunkt aber so ein thematisches Spiel muss auch so ein thematische Liga Bedingungen haben ja letztendlich ja das ist schon stimmig das ist ein bisschen einfach einfach zu sagen ich hab 17 und du hast 14 aber ich glaub was häufig passiert am Schluss ist dass diese Tonne ist dann einfach nochmal massiv reingezogen werden um am Schluss nochmal sich aufzustellen ja es ist aber auch thematisch ne es sei denn man hat irgendwie den Einmarsch in Deutschland da recht vorsicht aber es ist ja thematisch vergessen wir das die Mächte bringen sich in Stellung für die Zeit nach dem Krieg ja also die das ist da war nichts mehr zu gewinnen also warum hätte ich jetzt noch irgendwelche Armeen da versuchen sollen was hättet ihr gemacht wenn ich vor Berlin gestanden hätte dann hättet ihr vielleicht darauf eher gespielt dass die Russen nicht einmarschieren oder es wäre eh gegessen gewesen und ihr hättet euch den Einfluss da aufgeteilt wer hätte noch Siegpunkte bekommen für das Einmarsch in Deutschland wir auch oder nur du wenn nur die Ostfront da rein schreit jetzt weiß ich nicht also wenn du sowieso schon in Ostdeutschland stehst dann hast du ja die Siegpunkte auf jeden Fall schon sie hast du schon dann gibt es noch Punkte wenn dann gibt es noch Punkte dass die kapitulieren irgendwann und dann gibt es noch Punkte für alle Beteiligten die ne nicht für alle Beteiligten aber dann gibt es Punkte wenn kapituliert ist aber keine Einmarschiert ist es ist verschieden das ist ganz ganz schwer zu sagen wie viel es da gibt je nach Situation also für Deutschland selbst kriegen wir dann auf jeden Fall mal Punkte ja also auch wenn wir nicht direkt miteinander fortschreiten ja im Pazifik hätte nur ich gekriegt also wäre der Kaiser zurückgetreten und dann und keiner wäre einmarschiert hätte ich nochmal 5 Punkte gekriegt ah ok und wie wäre der Kaiser dann wäre zurückgetreten durch eine Karte oder ne 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 die musst du bestimmte von allen Seiten auf die Pelle rücken und sowas dann irgendwann sagen die ist Schluss bitte das nächste auch wieder streamen am 19 müssen wir gucken wie wir das hinkriegen wie ne Idee warum nicht also unser Mitspieler ist ja Kamera gewöhnt genau der ist ja wer ist das? Steffen von Würfelwerfern ja alles klar und wargame wochenende da kommt dann ich glaube hier als Stand wollte er mitbringen glaube ich das wird interessant wie schlecht guck mal du kannst doch gerne kommen danke die Konferenz mit dem Tisch ist irgendwie hier als Stand ist für wieviel? 5 ja da ging das bestimmt das ging ja und hier als Stand ist das so kenne ich noch gar nicht ich auch nicht ich habe noch nicht gespielt aber auch so Karten das nicht so aber das Kartwimmen und äh Religionskriege 30 jähriger Krieg also Luther und ne nicht 30 jähriger Krieg ein bisschen vorher Konformation heißt das ne? Konformationskriege das habe ich letztes Jahr spielen müssen stimmt aber es ist dieses Jahr der GMP hat es jetzt Ende des Jahres rausgebracht ok es ist es veraltet jetzt vom Thema her ich überlege gerade ich glaube ich habe nicht ein Luther-Spiel oder ein Reformationsthema-Spiel gespielt letztes Jahr ich habe äh Luther gespielt von Cosmos das Luther-Spiel? ja das könnt ihr doch gleich noch spielen das habe ich nicht mehr weil das so toll war habe ich das schon an den Spielevereinen in Achim abgegeben sind wir noch online? ja ok und äh also Luther fand ich jetzt nicht so gut und dann ist von daher ist glaube ich hier als Stand ist das bessere Spiel zum Thema das würde ich sagen ok nö wir gehen das mal an dass wir das auch wieder streamen gucken wir mal Struggle for Peace oh Mann nach dem Ergebnis ist das doch eher Perikles more struggle than peace muss auch demnächst ich habe es angezockt bisher nur wir haben es zu viert noch nicht gespielt das ist ja ähnlich aber zu viert halt ein bisschen komplexer als das aber das anderes Thema aber hat einen coolen Verhandlungsmechanismus auch römische Reich als Thema ist Perikles Griechenland ja das ist das Schöne das ist halt auch hier Verhandlungsbereich und du spielst es zu viert und ähm jeder spielt auf einer also nicht jeder spielt auf einer Seite aber Athen Sparta klar und man spielt teilweise gegen die eigene man spielt gegen die eigenen die beiden spartanischen Fraktionen verhandeln miteinander und die Athener Fraktion verhandeln miteinander die einen wollen das durchdrücken die anderen wollen das durchdrücken und was dann da rauskommt das wird dann wiederum hier auf der Karte in den unterschiedlichen Kriegen ja und das ist schön bei Perikles das kannst du auch schneller spielen da gibt es Szenarien zwei Züge, drei Züge halbe Stunde, Stunde acht Stunden ja vielleicht wäre das noch was mit mit Steffen mit Steffen das können wir auch spielen Perikles ja ja da geht jetzt nicht zu fünft viert zu viert das Maximum sonst brauchst du auch Bots ist das wohl smart ähnlich haben wir ja auch gerade gespielt ja so ähnlich haben wir auch noch별 wir haben mich von Churchill gemeinsam an einem selles und jeder versucht die eigenen ziele irgendwie spartan zu neun ok bei den Verhandlungen wird natürlich ein bisschen auch geguckt die Verhandlungen die meisten Themen für sich zu entscheiden dann guckst du manchmal nicht nahiem Thema was dich interessiert sondern was da dran ist wo du vielleicht ziehen kannst Das hat schon einen gewissen Einfluss. Wobei, also auf die Paul-Mills-Anschluss habe ich natürlich gezielt gespielt, weil da war es mir ja egal, ob ich dann die Mehrheit mache oder nicht. Pericles hat ja deutlich schwieriger sein. Ja, ich würde auch sagen, Pericles ist deutlich schwieriger als Churchill. Das ist schon, also hat mehr Kleinkram noch dabei, Mehrheitenwertungen zwischendurch und so. Ich finde hier, der Kleinkram hätte das gar nicht... Dies hier nicht, dies hier nicht. Auf das andere besser, kann ich auch nicht sagen. Volitär 9. Ja. Nur weil es gut zu spielen ist oder auch weil es funktioniert. Was funktioniert einfach. Es ist ja... Komplex ist die 2. 2 weiß ich nicht. 2 von 9. Das weiß ich nicht. Ja, das ist GMT-Skala. GMT-Skala Low. Ja, das stimmt. So schlimm ist es nicht. Es ist nicht kompliziert. Komplex ist schon ein Stück weit, aber es wird einfach durch diese Interaktion hier miteinander komplex. Nicht aufgrund des Spiels. Das hier ist nicht gar nicht mal so schwer. Das sind die Abläufe, die ratterst du einfach nur runter nach so einem Schema. Der Mechanismus ist überhaupt nicht komplex. Aber die Verhandlungen, die können schon eine Komplexität reinbringen für andere Ebenen. Absolut. Das stimmt. Also schon... Ja, es steht eine Menge drin in der Kiste. Echt toll. Kein... Achso, Time. Der spielt, ne? Ja, 43 bis 45. Nein, 143 Minuten. 143 Minuten. Bis 1905. Ja, das ist immer sehr genau... Sehr spaziv. Die Rundenabläufe sind hier sehr stark standardisiert. Genau. Na, nein. Ja, schön. Gut war's. Spaß hast du gemacht. Ich glaube auch, wir streichen hier die Segel. Schön, dass ihr so lange dabei wart. Ja, echt. Viele, viele von Anfang bis Ende. Super, total gut. Und dann auf jeden Fall besten Dank fürs Zugucken. Und... Gute Nacht, sag ich mal. Schlaf gut. Besten Dank. Und wir kommen wieder... Wir streamen, glaube ich, das nächste Churchill auch. Ich glaube, das machen wir. Wenn das alles technisch klappt, dann haut das hin. Dann machen wir das. Okay. Alles klar. Floppy sagt bye. Bye, Floppy. Gute Nacht, alle. Und spätestens Sonntag sehen wir uns wieder. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Aber euch auch. Muss ich da mal durch. Ich kann hier schon mal die Schotten dicht machen. Die kann man nicht dicht machen. Das ist ein halb neun bis eins und das Spiel. Nur noch viereinhalb Stunden, ja. Ja, mein.